Kannst du mich hören? Check, check. Ich bin ein Wachstum. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Stell dir vor, aber bei Flut findest du das Netz nicht mehr. Das ist ja hier locker noch zwei Meter höher, da findest du kein Netz. Nee, aber du lässt es drin und machst irgendwie eine ganz lange Leine von da drüben. Oder stellst es hier an den Rand hin. Keine Ahnung, aber ich glaube, wenn man das hier sieht, denkt man so, die beiden machen jetzt Urlaub. Geisteskrank, ey. Holy Shit. Das ist so ein bisschen wie Schweden auf Karibik gewumpt. Als hätten die beiden miteinander was gehabt. Als hätte Panama Schweden gefickt. Oder? Ist doch so. Ja, also ich hab die Flasche so krass gepackt, dass das so fest alles ist. Ja, wir haben Zeit. Als ich das nicht mehr rauskriege. Ey, deswegen haben wir doch die Pinzette mit. So, es ist alles ausgepackt, vorbereitet und wir werden es ganz kurz durchgehen. Wir haben hier ein Wasserfilter. Hier drum ist noch jede Menge Angelschnur und auch zwei Langleien mit jeweils fünf Haken. Wir haben zwei Moskitonetze, ja, für den Kopf. Hier ist unsere Plane. Das ist eine sehr starke, dicke Malerplane in einer Größe von 2,75 x 3,66 mit ein bisschen Sieger-Klebeband, falls Löcher reinkommen. Dann geht es weiter. Mit zwei Schleifsteinen, grob und fein, für unser Messer. Das Messer hat auch eine Messerscheide aus Kaidex. Das ist unser Messer. Ist in Hohl gewesen, konnte man ein bisschen was reinpacken. Richtig geiles Teil. Dann haben wir hier zweimal Feuerstahl, einfach als Backup. Wir haben kein Feuerzeug dabei, kriegt jeder eins. Ein bisschen Gummifische und Gummimaden. Ein paar Lachse-Imitate als Angelköder. Hier haben wir verschiedene Fliegen- und auch Insekten-Imitate. Zweimal Naturseife, die wir tatsächlich nur dafür nutzen werden, um uns die Hände zu waschen, wenn wir Tiere ausgenommen haben, um keine Raubtiere bzw. Beutegreifer anzulocken. Dann noch eine Pinzette für Splitter. Verschiedenste Vorfächer in unterschiedlichen Stärken und Längen. Etwas Blei. Dann eine Säge mit Griff. Kann man also direkt benutzen. Und die ist 17 cm lang. Also auch eine sehr, sehr große Säge mit noch zwei Ersatz-Sägeblättern, falls mal eins bricht, farzt oder ähnliches. Dann haben wir vier Zwillengummis. Falls da was reißt, auch noch als kleines Backup. Ein bisschen Blei, um verschiedene Montagen für die Angelgeschichte zu bauen. Wir haben sehr, sehr große Haken. Wir haben mittlere Haken. Wir haben kleine Haken. Wir haben ungefähr 200 Meter Schnur. Die hat eine Traglast von 45 Kilogramm. Wir haben Schmerztabletten, Durchfalltabletten und ein Breitbandantibiotikum. Dann drei Stellnetze. Die sind jeweils drei Meter. Also haben wir insgesamt neun Meter Stellnetze. Wir haben hier noch 30 Meter Draht für Fallenbau. Oder vielleicht auch für den Shader. Müssen wir mal gucken. Und unsere Flasche. Unten war die Stein. Sieht auch wie ein Tic-Tac. Lecker. Also wir rödeln uns gerade auf. Ersthilfeset an der Seite. Abwehrsprayer an der anderen Seite. Und hinten das Notfall-GPS. Wenn was sein sollte für den Worst Case. Das schneiden wir erstmal ab. Weil das ist übel nervig. Dabei hängt überall mit der Kacke. Ja, das ist das. Ja, das kommt ab. Brauchen wir nicht. Wir haben den ganzen Ende der Flasche in meine Regenjacke gepackt. So als kleinen Storage-Bereich. Also unser Regal. Und ja, als nächster Punkt steht jetzt tatsächlich ein bisschen Scouting an. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Tatsächlich. Aber wir müssen uns erstmal einen schönen Bereich für den Shader suchen. Gucken uns ein bisschen um. Und nehm euch natürlich mit. Das kommt bis da hoch. Hier ist der River. Wir waren da drüben. Und gehen jetzt hier hoch. Fritz gerade hier über die natürlich entstandene Brücke. Ich muss ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht in den wilden River stürze hier. Zwiebel. Hat das gehalten hier? Ja, ja, ja. Hallo Bär. Hallo Bär. Hallo Bär. Hallo Bär. Hallo Bär. Hallo Bär. Mach dich raus, lass mich bald. Hier ist alles schon mit den Bären. Das sind die Bären? Ja, hier. Ja, hier. Ich habe auch schon welche gesehen. Hole ich das jetzt hin? Ja. Meinst du es safe? Ja. Okay. Du musst erstmal ankommen und einen Snack nehmen. Geil. Ja, Fritz hat glaube ich gerade gezeigt. Hast du auf Cap gezeigt? Nein. Doch. Bei dir an der Ramp. Achso. Ja, dass die hier vollhängen damit. Hier. Unreif? Nein, wir wollen aber ein paar reifer. Aber noch nicht so dicht. Hier? Die Decke. Weißt du noch wie die hießen? Ja. Es kann gut sein, dass die Flut halt echt bis hier irgendwo kommt. Ja. Das sieht gerade so aus. Hier ist komplett schon. Ja. Wasser und so weiter. Ja. Ja. Wir können uns ein bisschen daran orientieren. Bei dieser Brücke, die wir da haben. Ja. Es kann doch sein, dass die Brücke nur jetzt gerade da ist. Ja. Genau. Gegen der Höhe meine ich. Ja. Naja. Mein Plan wäre echt. Wir laufen hier einfach mal am Uferland. Ja. Und gucken, ob wir irgendwo einen Weg rein haben. Das ist ja. Alter. Ist ja drei Meter hoch hier. Krass. Kommst du nicht durch? Warte, warte. Warte, warte. Das ist aber super beschissenes Baum, Andreas. Sag ich dir, wie es ist. Das war tatsächlich genau die Angst, die ich hatte. Dass nur so riesige Dinger da stehen. Alte Zedern oder was das sind hier, ne? Das sind ja gar keine kleinen. Vielleicht filmen wir irgendwie so eine Wildfahrt oder sowas, weißt du? Weil die müssen ja auch irgendwie hier durch. Wenn es Tiere gibt. Ich habe gerade so ein bisschen meinen Darm. Und dann da rein. Das sieht ganz schön gut aus, ne? Äh. Was ist denn da hinten, Alter? Guck mal. Wenn du jetzt mal nur optisch guckst du da auf die Position. Weil da kannst du durch gucken, ne? Ja, ja. Es sieht so richtig offen aus. Genau. Und auf der Entfernung. Wir können ja mal rumgehen. Lass mal ein bisschen um die Spitze gehen. Aber das sieht natürlich auch geil aus. So offen jetzt, ne? Ja, ja. Hier ist ja... Oh, hier ist ja... Alles voll mit Seepocken. Puh! Ja, hier ist safe Flut. Ja, ja, ja. Finde ich. Ja. Also hier müssen wir aufpassen. Wenn die Flut kommt, müssen wir zurück, ne? Ansonsten haben wir ein richtiges Problem. Ey, das ist viel Verwirrung hier. Guck die Bäume an. Puh, die Macaroni. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier singen. Auch wenn das Fritz auf den Sack geht. Ich kann es immer damit begründen, dass ich die Bären vertreiben will. Oder andere Tiere, die hier leben. Hä? Was war das? Robben. Alter, geil. Das ist alles voller Robben. Geil. Ja, hier ist alles unter Wasser. Da in diesem Feld, in diesem Seerosenfeld oder in diesen Dings, kummeln sich ganz viele Robben. Ey, ganz ehrlich, das ist schon fast Paradies. Und ich sag dir wie es ist, egal wie schlimm der Pazifik auch sein mag, ich geh da baden. Hier vorne können wir schön baden. Da gehen wir richtig baden. Ja, wenn es einfach eine Bucht ist. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das können wir hier auf den Abgriffen. Das wird ja noch schlimmer. Das wird immer schlimmer. Wir sind hier abgeschrieben, wir kommen ja gar nicht mehr lang. Ich habe ja nur Schiss, wir machen uns quasi eine Sackgasse. Wir bauen uns quasi unser eigenes Grab. Ja, genau. Deswegen würde ich, glaube ich, eher einfach da lang mal spazieren. Weißt du, warum ich auch da lang gehen würde? Weil stell dir mal vor, da ist wirklich was. Und wir können das ganze Holz am Strand nehmen. Das kannst du ja nicht machen, wie willst du das hier hochziehen. Nee, hier ist Scheiße. Das ist tot. Also wir können hier gerne noch mal eine Expedition hin machen. Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich glaube? Guck mal hier. Das sieht natürlich so aus, als würde hier... Ja, safe. Hier ist ein Flussbett oder sowas. Ja, okay. Das kommt da runter, oder? Ja, klar. Aber wahrscheinlich nur, wenn es regnet hier auch. Ah, geil. Na gut, weiter. Komm. Was denn? Hast du das gesehen? Ja, da ist alles voll. Oh, kann ich kurz die Gruppe reinhalten? Nein, da haben wir keine Zeit mehr. Wirklich nicht? Nee. Okay, alles klar. Wir haben ja 14 Tage Zeit. Ja, also weil... Ja, alles gut. Sport finden? Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Aber tatsächlich, du hast... Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn das, Alter? Das ist Scheiße. Das sind drei Kackwürste. Das sind drei Kackwürste mit Haaren, also Fleischfresser. Könnte wohl auch Scheiße sein. Und dies? Die ist halt wahrscheinlich... Scheiße. Ja. Die ist doch nicht so alt, ne? Die muss ja vor der Not gewesen sein. Ja, die ist von heute. Die muss ja von heute sein. Weil das jetzt Wasser schon weggespült. Gut, also halten wir kurz fest. Am heutigen Tage, Tag eins, war hier anscheinend irgendein Fallstresser. Vielleicht Wolf, der hier geschissen hat. Ja. Cool, 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 cool. Okay. Ach, Wölfe habe ich gar nicht Bock. Muss ich ehrlich gestehen. So Wölfe... Ich weiß nicht, sind die eher scheu? Ey, aber komm, ich komme mit Hunde auch klar. Ich glaube, wir müssen denen nur klar machen, wer eifer ist. Aber ich weiß, dass Hunde Angst spüren und Wölfe dann ja wohl auch. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Ein Bär oder lieber der Wolf. Hier rum. Ich höre die ganze Zeit dieses... Aber weißt du was? Das klingt eher wie ein Otter. Dieses... Kriegen wir noch raus. Wir sind noch eine Weile da. Gut. Müssen wir mal die Brücke nach Narnia. Ja, definitiv, definitiv. Wir haben ja selber gesagt, hier ist eine Sackgasse. Wir wechseln mal die Lage und dann melden wir uns gleich zurück. Leute, also, wir sind ein paar Meter hier. Ganz kurz nochmal. Hier hinten wurden wir ausgesetzt. Da haben wir unsere Flasche ausgepackt. Da waren wir gerade kurz scouten und haben die Wolfskacke gefunden. Und jetzt schaut mal hier. Zack. Schön die Spur. Digga, weißt du, dass der Große einfach ist? Wow, harte Frage. Und die altrucksige Größe? Es sind immer, immer zwei drauf hier. Bub. Bub. Ich würde sagen, das ist wie so ein Trabgang. So, zack, zack. Siehst du richtig schön die Spur hier. Willkommen auf der Wolfsinsel. Gut. Wölfe. Check. Mal gucken, ob wir vielleicht den vor die Kamera kriegen. Aber krass. Und das muss heute gewesen sein, anhand, wegen der Frisch der Losung. Und weil vor allem auch hier die Spuren zu sehen sind. Bei Ebbe und Flut. Und wenn die Flut einmal rüber ist, ist das weg. Also das ist vielleicht sogar noch ein paar Stunden her. Ich hab Bauchschmerzen. Wegen dem Wolf? Ich irgendwie nicht, weil es nur einer ist. Aber. Und ein Wolf ist mir irgendwie lieber als irgendwer. Es gibt aber keinen einen Wolf. Der würde mir kurz wahrscheinlich gedacht haben, geh mal kurz da rüber. Meine Kumpels warten woanders. Wir gucken mal weiter. Ganz schlechtes Gefühl. Ich finde es gut. Wir sind nicht allein. Super. Das ist doch top. Ich dachte wir haben Zeit für uns. Wir gucken weiter nach dem Spot. Gut. Kurzer Break. Es sind zwei Wölfe. Wir sind gerade hier lang gelaufen. Und man sieht hier. Da. Doppelspur, Doppelspur, Doppelspur. Und auch hier links. Doppelspur, 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 Doppelspur. Also wir haben es wahrscheinlich mit einem kleinen Wölfe. Liebespärchen zu tun, Freunde. Aktuell zwei und zwei. Wir sind zwei. Die Wölfe sind zwei. Aber wir haben zwei Daumen und ein Gehirn. Mal sehen. Vielleicht springt es nicht weiter. Cool, 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 cool. Wäre es nicht clever jetzt erstmal schon mal Wasser zu machen? Wir können jetzt schon Wasser filtern und mitnehmen. Ich glaube für den Weg auf jeden Fall clever. Okay. Dann lass es darum ablegen und erstmal Wasser filtern. Hey, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Alles voll. Ein Wolf. Genau. Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Hier ist alles voll. Wir wollten gerade Wasser filtern gehen. Hier ist alles voll mit Spuren. Alles voll. Wenn du hier rüber filmst. Das sind hier gerade unsere eigenen. Aber. Hier. Hier kamen wir gerade. Da seht ihr. Aber ab hier. Hier. Ne, Moment. Hey, warte mal. Ne, das sind auch noch unsere eigenen. Ja klar, das sind unsere eigenen, weil da ist unser Zeug. Hier ist eine Spur. Seht ihr? Tak, 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 tak. Hier ist eine Spur. Tak, 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 tak. Und schaut mal hier. Hier ist eine Autobahn. Das sind alles Spuren. Gut, wir haben es mit dem Wolfsrudel zu tun. Bei uns. Die genau in die Richtung gehen, wo wir unseren Shelter bauen wollen. Wir laufen hier jetzt quasi hinterher. Na gut, aber was willst du machen? Kannst ja alles machen. Erst mal Wasser filtern. Aber hier ist alles voll mit Wolfsspuren. Ich hab mir mal einen Stock besorgt. Der wird mir zwar nicht helfen, aber für die viel. Chillig. Cool, 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 cool. Also wir haben hier Wasserfil dabei. Wir wollen jetzt ein bisschen diesen Fluss entlang gehen. Wegen dieses Wasser. Und auch hier. Es ist, wollt ihr mich verarschen. Es ist alles voll mit Spuren. Es ist alles voll mit Spuren. Guckt euch das an. Und es muss auch heute gewesen sein. Auch hier. Guck mal hier. Hier siehst du es ja richtig. Hier. Na klar. Komplett den Abdruck. Pop. Rein. Alter, willst du mich verarschen? Es ist alles voll. Wir haben zwei Wildkameras bei, die wir auf jeden Fall irgendwie aufbauen werden. Und vielleicht kriegen wir die nächsten Tage was vor die Linse. Und es kann, also bei Wölfen kann es super gut sein, dass wir die auf jeden Fall hören. Also abends halt und nachts. Das wird nicht vielleicht passieren, das wird so sein. Also die hörst du. Alter, hier ist alles voll mit Fischen übrigens. Hier ist es richtig ab. Das ist zwar übelste Brot und Suppe. Aber hier ist es richtig Alarm. Guck mal schön. Und das Wasser fließt, Digga. Es fließt. Ja klar fließt das. Ist schon ein bisschen krass gerade. Aber irgendwie auch geil. Hier sind gefühlt keine Spuren mehr. Vielleicht waren die wirklich auch nur vorne zum Trinken und sind dann weiter gezogen. Weil hier ist jetzt gerade nichts mehr. Sollen wir hier einfach filtern? Also hier sagst du? Ja. Vom Prinzip her schon. Weil hier bewegt dich das gut. Und du hast nicht den Rand. Naja. Probieren wir einfach. Okay. Guck mal ran den Lachs. Ich verstehe es nicht. Wenn die Flut kommt, überschwemmt die hier alles. Wieso bleibt das Süßwasser? Stopp. Kannst du mal kosten überhaupt erst? Ist ja geil. Echt jetzt? Mhm. Zeig mal hier. Schmeckt. Einfach fast neutral. Kein bisschen Salz oder sowas. Nichts. Nee. Hat erst so kurz Sorge weißt du? Ja. Nee. Können wir voll machen. Filtern wir uns mal einen ab hier. Ja. Das dauert viel Zeit, ne? Glaubst du die doll? Nee. Mit Absicht nicht. Okay. Alles gut. Ich fahr bloß. Ich würd mich gern irgendwie anders hinten kuseln, weil ich sie häng so ein bisschen in der Luft hier. Ja. Ja. Eine fertige Flasche. Wir trinken jetzt jeder einen halben Liter. Und dann füllen wir wieder auf, damit wir nicht jetzt losrennen und dann merken so, oh wir haben Dost und dann vorher quasi einmal komplett voll machen. Also unseren Bauch. Genau. Wir laden uns jetzt einmal komplett voll damit. Wir machen eine zweite Flasche, bevor wir mitnehmen können, dass wir gar nicht erst in irgendeine Dehydration reinkommen. Okay. Prösterchen. Boah, bisschen schnell. Gut. Fritz ist am Filtern und während ich hier stehe, ist hier draußen richtig Action. Also, na klar, Vorführeffekt gerade nicht, aber wir können ja mal eine Sekunde... Da, da. Ich glaub, das ist sogar on-cam. Also hier ist richtig Leben drin. Und wenn man mal hier runter guckt, sieht man erstmal mal, wie klar das Wasser doch ist. Ich bin jetzt super gespannt, wie groß die Fische sind. Weißt du, ob das nur so kleine Köderfische sind oder ob hier auch mal so eine richtige Forelle oder sowas drin ist? Ja, ja, ja. Da bin ich auch gespannt. Die sind wasserdicht, richtig? Ja. Also, ich halt die mal kurz unter Wasser, weil ich glaube, das sieht man dann noch mit am besten. Wie gut die Aufnahmen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, da hast du schon gesagt, ne? Boah, hier ist richtig Alarm. Ich freue mich. Ja, Leute, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was das hier für ein Gelände ist. Wenn du vom Ufer aus hier reinläufst, kannst du faktisch nicht laufen. Ich bin bis zur Brust weg. Es ist alles dicht. Es ist kompletter Dschungel in Anführungsstrichen. Am Ufer können wir aber auch nicht bleiben, weil da kommt die Flut. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, ins Landesinnerein zu kommen. Aber es ist hier alles ultradicht. Warte, warte, erst mal fliegt. Jetzt. Oh! Okay. Also, wir haben jetzt hier ein paar Mal reingeguckt. Es ist jedes Mal, komplette Vollkatastrophe hier reinzukommen. Und wir nehmen jetzt einfach nochmal das Flussufer und versuchen darüber weiter ins Landesinnere reinzukommen. Da drüben war auch, das ist krass, das ist anderthalb, zwei Meter hoch. Und ehe du dich hier reingeschlagen hast, sind anderthalb schon rum und du weißt nicht, wie es da weitergeht. Ja, das ist das Problem. Aber irgendwo müssen die Wölfe ja auch rein. Also Freunde, wir haben jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, ins Landesinnere weiter vorzudringen. Hier. Darum hören auch die Spuren auf. Die hören hier auf. Da vorne. Und dann hören die hier auf. Wir haben ja keine weiteren gesehen. Also hier sieht es halt so aus, als könnte man hier entspannt reinlaufen, aber als wäre es auch ein Wildtierpfad. Und ein großes Wildtier. Ja, das siehst du auch. Gehst du vor? Fühlt sich das scheiße an. Hallo Bär. Hallo. Wenn hier irgendwas sitzt, dann sind wir recht. Ich komme mir gerade vor wie bei Jurassic Park. Oh du Scheiß. Das ist, wenn die hier gleich wohnen. Wenn die ihren Bau haben oder sowas. Wir gehen quasi ins Wohnzimmer, weißt du? Wenn die eine Liese mal ins Wohnzimmer liegt, haben wir ja gehört, was passiert. Ich sag dir eins, ich mach meins ready. Komm, komm was wollen wir. Das ist ein ganz komisches Gefühl, ne? Ich habe ein ultra schlechtes. Weil du kannst dich hier, also damit ihr das vielleicht einen Gefühl dafür kriegt, man kann sich halt nicht bewegen. Es gibt diesen einen kleinen Pfad hier rein. Wenn dir was entgegen steht, kannst du nicht nach links oder nach rechts. Keine Schatz. Hast du deinen Scrap ready? Naja, ich hab das hier in der Hand. Ich mach Backup. Also hier zum Beispiel, die Stelle sieht man, ist abgetreten. Hier. Das war hier drauf und liegt hier daneben. Hier ist irgendwas rein und hat das so weggetreten. Ich krieg grad richtig große Afrika-Vibes. Lass dir wie es ist. Ich weiß nicht, wie gefährlich der Wolf ist. Ich weiß nicht, wie aggressiv die hier sind. Wie scheu die sind. Alter, das sieht aus wie die da schlafen. Oder? Ja, aber warte, warte, warte. Komm. War es weiter? Ich geh weiter. Lass mich vor. Ich hab dir gesagt, ich bin im Rage-Modus. Ich hab's gesteckt. Ich hab's gesteckt. Ich hab's gesteckt. So, pass auf. Ich komm jetzt. Ja, 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 ja. Also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen im Wohnzimmer. Solange wir keine Knochen sehen. Alter. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Also es ist ein Gefühl. Alter, guck dir das an, wie das hier aussieht. Das ist krass, ne? Das ist krass. Aber ich glaube, das ist ein ausgetrocknetes Becken. Das ist keine Wolfs... Aber da war auf jeden Fall eine Stelle, wo immer es lang ist. Ja, die sind safe, sind die hier durch. Ich guck mal nach Spuren. Du bist schön in der Nähe, ne? Ich bin immer hinter dir. Ich hab's Ding auch schon ready hier. Sicher? Ja. Also du hast das Ding sogar schon ab... Entsichert schon, ja. Entsichert schon. Ich geh auch auf Entsicherung. Den Clip hab ich hier. Also was halt wirklich krass ist. Und das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Holy shit. Das ist ja krass. Also du kannst hier halt dich kein bisschen normal bewegen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen auf den Spots ist. Alter, was? Wie willst du da denn durch? Wie lange soll das dauern? Vor allem wie zur Hölle willst du hier einen Shelter bauen, Alter? Okay, das ist echt krank. Ich weiß nicht, ob das andersweise rüberkommt. Aber hier geht's halt nur drunter und drüber. Ne? Hier ist fucking Urwald. Ja, das ist... Ja. Da trifft's ganz gut, das ist ein Urwald. Ja, ja. Was ist hier drüben? Hey Beer! Hey! Und ich glaube auch tatsächlich, und es ist nicht so... Wenn die Flut richtig kommt, Digga, dann geht die hier rüber. Weißt du, ich meine, das ist so... Ja, das ist schwierig grad zu sagen. Alter! Also du läufst wirklich nur mal kurz auf geführtener geraden Fläche. Das wollen wir vielleicht. Und dein Fuß einfach komplett weg. Und ich bin grad drei Zentimeter an dieser Spitze hier vorbei geslidet. Hier. Ich hätte da einen Vorschlag. Okay. Flussbett. Also das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Und weißt du, was... Was mir jetzt grad einfällt? Vergleich das halt mal mit einem deutschen Wald. Wo wir so unsere Shelter bauen, wo wir trainieren und sowas. Das ist... Du kannst hier nicht reingehen. Du kannst dich hier nicht mal richtig normal bewegen. Das ist... Ultrakrank. Baumaterial sieht gar nicht schlecht aus tatsächlich hier. Aber du hast... Was hier rauszukriegen? Naja, aber du hast hier gar keine Fläche, irgendwas. Also das ist ja... Hier hättest du eine Fläche, aber die ist nass. Das geht hier nur drunter und drüber. Ich hab keine Ahnung, ob das auf der Kamera rüberkommt. Das ist verrückt. Aber guck mal, hier drüben zum Beispiel auch, ne? Ja. Da. Bäume umgefallen. Zack. Höhle. Und du siehst halt auch ein schlimmstes Problem. Ja, okay. Lass raus und ein Flussbett probieren, oder? Ja, müssen wir. Wir müssen irgendwie eine freie Fläche probieren. Boah. Mega. Also klar, hier hätte man tatsächlich eine freie Fläche. Aber... Es ist nass. Das ist hier kein... Kein guter Punkt. Nee, der ist beschissen. Weil du kommst... Du hast auch keinen Überblick. Du hast keinen Fluchtweg. Der kann sich gleich auf der Tablett legen. Auf der Tablett präsentiert dabei. Ja, ey Manni. 14 Tage vorne am Strand, oder? Ja, machen wir auch Robi so einen Grund. Ja. Oh scheiße. Was? Ich hab schon gekoppelt. Sicherung verloren. Naja. Jut, 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 jut. Juhu. Aber ich bin tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen froh, gleich wieder hier raus zu sein. Ja, es ist... Es fühlt sich tatsächlich nicht... Man fühlt sich nicht wohl da. Nee. Hier so... Ja, ja. Hier so, ne? Ja, aber... Ja, Flut kommt bis hier. Ja. Na klar. Krass, ey. Ich bin gespannt, wie es bei den anderen ist. Wie die so ihre Spots einschätzen. Alter. Aber was den Wald angeht... Ei, 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 ei. Ich glaub, das wird krass. Gut. Wir wollen euch jetzt nicht nerven zu dem Thema Wolfsspuren. Weil den dreht schon am Rad. Aber wir sind jetzt sogar auf der anderen Flussseite hier, weil wir ins Landesinnere wollen. Und hier sind halt richtig erkennbare frische Spuren. Aber volle Bude. Also jetzt halt eindeutig. Zack, zack, zack. Alles komplett drauf. Guck dir bitte die Größe an von dieser Spur. Wir haben Löwenspuren gesehen. Rudi, die waren ähnlich groß. Was ist denn da für ein... Das ist ein Wolf, ey. Hier ist alle hier. Spur. Spur, Spur. Ja. Die waren ja hier überall. Ja. Die machen wahrscheinlich... Da haben wir die ersten gesehen. Dann sind wir rüber. Da hinten war die 4er, 5er Spur. Beim Wasser holen waren dort Spuren. Da hinten waren welche. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Hier ist auch alles voll. Hier, wir sind im kompletten Wolfsgebiet. Jetzt sind wir an dem Punkt der Realisation angekommen. Martin kriegt schon einen kleinen ersten Angstdurchfall. Wir waren im Flusslauf jetzt hier nochmal drin. Um zu gucken, ob man hier vielleicht besser in das Gebiet reinkommt. Aber es ist krass. Dieser komplette Boden, wo bei uns vielleicht kleines Buschwerk ist. Oder auch damals in Staffel 1 in Schweden irgendwie kleine Heidelbeeren waren. Ist... Alles ist hier voll mit ca. 2-3 Meter hohen Büschen. Also schaut mal da, wo Martin steht. So. Da habt ihr mal einen ganz guten Vergleich. So sieht das da drin überall aus. Komplett. So. Schau mal drüber. Hier drüben. Es ist eine komplette Wand. Wenn du hier rein guckst, ist die Wand geführt da oben 6-7 Meter hoch. Alles. Das ist alles, alles dicht. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, hier. Wie sieht es hier aus? Das ist... Das ist... Also no way. Ich krieg tatsächlich grad so ein bisschen Dschungel-Vibes. Nur, dass du beim Dschungel mit der Machete halt easy durchkommst und hier nicht. Auch hier, wenn ihr das seht. Ne? Das ist... Also keine Chance bei uns jetzt zumindest hier am Spot, irgendwie reinzukommen. 3 Meter hoch. Hier. Das... Das ist eine Wand. Die kein Ende nimmt. Die da oben noch höher wird. Also wir gehen erst mal wieder nach vorne. Weil hier keine Chance. Kommt nirgendwo rein. Da sieht man es auch noch mal ganz gut. Und es ist ja nicht so, dass es nur kurz ist und da hinten ist es dann wieder wie bei uns im Wald. Sondern der komplette Wald, so wie das aussieht, ist... Ach, gib das doch mal an, Digga. Hier sieht man es nochmal schön. Das ist ein hackiges Band. Guck dir das an. Ist das krass. Und das Problem ist, man hat hier super viele schöne Spots irgendwie am Fluss, sag ich mal. Aber hier spürt es halt natürlich die komplette Flut rein. Wir haben ja gerade Ebbe. Und wir wissen noch nicht, wie hoch die Flut ist. Und wollen natürlich nicht den Fehler machen wie letztes Jahr. Eieieiei. Eieieiei. Eieiei. Siehst du es? Ja. Komplett zerfetztes Tier. Das ist komplett... Fuck, Alter. Alter. Digga, weil die mich verarschen. Das ist ein Vogel oder sowas gewesen. Vogel? Alter, das war ein richtiges... War das ein Seeadler? Ja, guck mal hier. Holy shit. Alter. Da haben sich einfach einen Adler gesnackt. Ja, das ist ein Seeadler. Komplett hier. Ich glaube auch nicht, dass der hier rein geflogen ist. In diesem Bereich. Und dann natürlich gestorben ist. Alter, lecko mio. Also langsam entwickelt sich das ein bisschen zum Horrorfilm hier. Ja. Wir kommen in der Realisationsphase. Ich krieg grad so kleinen Krampf im Magen. Fühlt sich nicht gut an. Sag ich dir erst. Das ist... Vor allem das ist halt... Also die Knochen grad nicht. Aber die Spuren sind halt frisch. Die sind halt von heute. Ich sag dir was ist. Die sind hier Insel. Also keine Ahnung. Ist das eine Insel. Sind die hier wahrscheinlich nicht zu Hause. Und das ist hier wahrscheinlich wie... Offene Buffet. Die rennen hier von Insel. Die haben ihre Stellen. Naja und vor allem das werden wahrscheinlich die Küstenwölfe sein. Und wie der Name schon sagt. Die sind halt... Spezialisiert an der Küste zu... Die sind halt an der Küste unterwegs. Und warum sind die an der Küste unterwegs? Naja und weil du im Inland quasi... Nicht bewegen kannst. Du kannst dich nicht bewegen. Es ist... Hier. Martin, geh mal bitte einmal da lang. Damit wir das den Leuten mal zeigen. So und das ist keine Kante der Küste. So ist der komplette Wald. Und das ist jetzt auch nicht was du ein bisschen zur Seite packst. Sondern das sind... Warte ich zeig euch das. Das ist wie Holz. Naja. Das ist wie... Das ist nicht wie ein bisschen... Wir drücken das mal zur Seite und dann gehen wir da durch. Ne. Das ist... Ey. Aber... Das ist die Pflanze die diese Bären hat. Also wir können die Bären schon mal essen. Also genau. Das muss man vielleicht mal noch zeigen. Genau. Weil wir uns später natürlich drum kümmern. Heute ist nicht der Fokus auf Nahrung. Kannst du essen die ganzen Bären ja. Das sind die Blaubeeren von Kanada. Weiß nicht wie sie heißen. Bären vielleicht jetzt unten eingeblendet. 100 Gramm haben ungefähr. Bla 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 Kalorien. Erkennbar auch immer gut. Haben wir auch gelernt. Vorne glänzend und hinten matt. Es darf keine Zacken haben. Ganz wichtig. Es gibt nämlich noch eine andere Art. Da stirbst. Cool. Ähm ja. Was machen wir jetzt mit Unterkunft? Das wissen wir noch nicht. Ich lege mich jetzt weg. Also ich weiß nicht was ich... Ich hab grad keine Ahnung. Pass auf. Pass auf. Ich sag's mal draus ja. Wenn alle anderen das auch haben... Dann wird's spannend. Dann seh ich keine sieben Teams mehr. Also ich seh uns auch gerade sehr hart daran arbeiten, das überhaupt zu schaffen. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hab keine Gedanken, dass jetzt deswegen irgendwie die 14 Tage nicht geschafft werden. Aber es fühlt sich gerade an wie das könnte richtig richtig hart werden. Ja. Und... Ja. Und je nachdem wie die Wolfssituation ist, könnte das vielleicht hier noch ganz anders ausgehen. Boah. Du hast auch das ganze Gefühl, irgendeiner schleicht dir hinterher. Das ist nicht... Nicht cool. Denk mal an die Situation auf deiner Fahrradtour, wo euch die Hunde da... Wo ihr im Set wirst. Wenn du daran denkst... Digga. Warte, wie groß die sind. Nur mal damit... Damit du siehst, wie groß diese scheiß Tatze ist. Ja. Ich weiß, wie Maya ihre Spuren sind. Kleiner. Kleiner? Ja. Das ist ein riesen Ding. Sieht aus wie gemalt, ey. Ja, ja. Ähm, ja. Ja, also. Wir melden uns später. Ja. So, wir haben jetzt tatsächlich eine Stelle gefunden, wo wir uns durchschlagen konnten. Von hinten kommen wir. Wir sind jetzt mitten in so einem, ja, verwucherten Wald. Mit sauviel Baumaterial. Also sieht gar nicht schlecht aus. Und wir gehen jetzt aber erstmal zum Scouten. Hier richtig tief rein. Der Punkt ist, uns ist klar, wir werden heute eh keinen krassen Shelter bauen oder sonst was. Das wird... Die erste Nacht wird eh ein ganz provisorisches, beschissenes Ding. Darüber sind wir uns klar. Und... Was? Ja? Da kommt noch was. Also ich meine... Vegetarisch. Vegetationstechnisch. Vorsicht. Das geht hier runter, ne? Weißt du, warum wir keine Baumspitzen gesehen haben? Weil das runter geht. Weil die Baumspitzen da sind. Hier geht's richtig runter. Lass mal noch gucken bis zur Karte. Ja. Auf jeden Fall. Bebe! 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 Es ist halt so dicht hier. Was ist so dicht? Es ist super dicht. Okay, hier geht's jetzt runter, ne? Dann geht's los. Du bergst doch schon, guck mal. Hier? Ja. Ja, von der Vegetation her ist halt... Feierabend. Es ist so krass, es ist so dicht. Da ist ein See da unten. Ich bin mir ziemlich sicher, weil... Weil guck mal, ich kann die Uferseite sehen. Eine andere Uferseite. Guck mal, hier durch? Ja, das ist voll hell und so ein... Ja, komm, das sind 20 Meter oder sowas. Aber es geht runter. Oder nicht? Ja, aber wollen wir gucken oder wollen wir nicht gucken? Ja, wir müssen... Oder für morgen oder sowas. Keine Ahnung. Was bringt es halt, wenn jetzt an See ist? Was hat man davon? Nö, nischt. Ich finde den... Hier vorne? Ich finde den Bereich hier vorne ganz geil, was Baumaterial angeht. Und wir sind recht hoch, was Flut angeht. So, hier kann man tatsächlich mal so ein bisschen gehen. Ja. Das stimmt, tatsächlich. Es wird ganz hoffentlich nicht gut. Naja, aber es ist auch gut. Und wir haben krass vieles Stangenholz. Alles voll. Mit kaum Verästungen. Das ist auch alles tot, ja. Guck mal. Ja, das ist alles tot. Also ich fühle den Bereich hier, aber ein bisschen vorne an der offenen Kante, dass wir ein bisschen Ocean... Ocean View und Helligkeit und sowas drin haben. Ja, wir müssen ja auch Wölfe spotten und... Aber wir müssen dann irgendwie nach hinten tatsächlich gut absichern, alter. Mit unserem Haus. Ja, hier. Ja, wo der Kuppelbaum ist. Ist der bei dir? Ja, ja. 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 Ja, krass. Ja. 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 Ich gehe mal ein Stück zurück, damit man das mal sieht. Ja, es ist halt faktisch... Es sieht halt krank aus, ne? Was man noch dazu sagen muss, ist krass. Der ganze Boden hier unten... Ist Humus, ne? Es ist wirklich richtige Erde, aber der ist klitschnass. Ja. Weil hier natürlich immer Feuchtigkeit drin hängt. Auch der Nebel vom Meer zieht hier rein. Also da müssen wir echt gucken, dass wir dann auch was bauen, wo wir vom Boden wegkommen. Aber wir müssen uns überhaupt erstmal eine Fläche schaffen, wo wir überhaupt mal existieren können. Das ist krass. Ja, wo man einfach mal eine Tasche hinlegen kann, ob man sie wiederfindet. Ja. 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 Pass auf. Pass auf. Pass auf. Okay. So. Sag gleich mal welche Länge. Also Schlaflänge jetzt halt, ne? Warte mal. Das ist der, der... Das ist jetzt einfach erstmal nur... Wir machen nur die... Die Schlaflänge. Schlaflänge. Ja. Warte. Jetzt müssen wir überlegen. Wie machen wir dann klar was. Wollen wir uns in der Not mal schnell... Achso. Hier. Lass einfach... Ich werde den annehmen oder so. Wollen wir den annehmen oder so? Wollen wir den Bäder gleich groß? Ich wollte sagen so. Oder? Ich wollte den Maschen auf Puffer hin. So, oder? Hast du? Hier wohnt das. Hier ist er. Ne, ne. Das brauchen wir nur noch anlegen. Da brauchen wir gar nichts abschneiden. Okay. Ja. Hast du? Ja. Gut. Okay. Kannst runternehmen. Was geil ist, wir brauchen die nicht entasten. Krass, ne? Der hat nichts. Ich hab den extra rausgesucht. Deswegen. Ja, da steht noch einer. Genau an der Spitze von dem. War das für den Kühl? Wegen der Säge? Ja. Ja. Ja, ultra geil. Und ganz ehrlich, die sind in Zentimeter vollkommen ausgenutzt. Das ist halt perfekt. Runterlassen. Ja, ein Stück. Das Holz ist halt heftig, ne? Ja. Ja. Schon. Aber es ist nass innen drin. Krass, ne? Mhm. Wir brauchen das als Maß zum Anlegen gleich. Ja. Warte. Was? Ja. Was? Ja. Okay. Okay. Ja. 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 Gut, dass wir schon Wasser haben, Alter. Oh, ein Pilf. Da ist es blöd, weil da drücke ich den ja hin. Mach einfach an der gleichen Stelle, wo du anfangen warst, mach einfach langsam. Ja, komm. Ich mach noch kurz, warte. Warte, kann man... Geh ihn noch wegstellen, wollte ich jetzt sagen. Ja, okay. Lass den wieder rausziehen. Gut. Bitte vor. Fänger! Lass den rausziehen! Ich glaube, man kann das gut erkennen, die Sonne steht jetzt so ein bisschen am runtergehen. Wir haben gerade mal im Kopf durchgerechnet, wie viel Wasser wir schon getrunken haben. Und wenn wir das jetzt noch leer machen und uns dann Vorräte mitnehmen, sind wir schon jeder vom Aussetzen bis jetzt bei anderthalb Liter. Ja. Das ist krass. Und wir fühlen uns trotzdem nicht topfit. Wir haben so ein kleines, schon so ein... So, oh, ich bin ganz schön fatty. Und... Ich... Ich will gar nicht... Also ich finde... Das ist jetzt nicht witzig, aber wenn ich darüber nachdenke, die Jungs, die sich da was abkochen wollen... Also die tun mir schon ein bisschen leid. Ja, das ist halt krass. Gut. Wir holen jetzt unsere Ausrüstung und dann verlegen wir zurück zu dem Punkt, wo wir angefangen haben mit Roden, Betten fertig bauen, eine wasserdichte Oberfläche und dann ist das das Erste für heute Nacht. Ich würde sagen, wir packen jetzt zusammen und dann melden wir uns, wenn wir anfangen quasi unser Shelter fertig zu machen. Wir sind hier gerade in so einer Verengung, wo wir auch die ganzen Wolfsspuren gesehen haben. Die vermutlich aber schon ein bisschen älter waren. Die frischen sind direkt hinten beim Wasser. Naja, jedenfalls haben wir jetzt hier eine Wildkamera aufgebaut, die quasi genau diesen Blick hier hat. Und genau, hier kommt halt so ein bisschen die Flut, die müsste aber nur bis zu der Kante gehen. Hier drüben ist alles voll mit Treibholz, das heißt hier ist so eine natürliche Engstelle. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er hier vorbeikommt. Die sind nicht hier unten drunter durchgelaufen. Ne, stimmt, hier ist eine Wolfsspuren, eine alte. Aber die müsste auch dann auslösen hier. Gut, also drückt die Daumen, dass wir auch was vor die Linse kriegen. Was, nicht? Ne, eigentlich nicht, oder? Vielleicht nicht umgezogen. Ja, aber wenn der einfach nur entspannt hier lang trottet, während wir da oben im Lager sind, ist okay. Okay. Wir gucken mal. Erste Wildkamera, das wird aufgebaut. So. Es wird dunkel. Und man kann sehen, wir haben schon unser Grundstück steht. Zwei, drei Beine, oben die Polstalle. Und Fritz ist jetzt gerade dabei, der macht jetzt oben alles fein, säuberlich und sauber. Also es ist erstmal provisorisch, tatsächlich jetzt für die erste Nacht. Ähm, genau. Das muss jetzt hier natürlich noch schön bearbeitet werden, dass die Plane nicht reißt. Wir haben ja kein richtiges Tarp oder so. Und genau, zwei Betten haben wir auch schon am Start. Muss natürlich alles noch gepolstert werden. Es ist mittlerweile, ja, schon nach Sonnenuntergang. Ja. Und die Kopplanken kommen sicherlich leicht zum Einsatz. Ja, der Wildtief. Also ich glaube, das Bild spricht für sich. Ob es bei den anderen Kandidaten auch gerade schon so geil ist? I doubt it. Ja. Das, was Fritz sagt. Ja, schon geil. Also kein Mann im Meckern. So. Das ist krass, Alter. Wie stabil diese Zähler ist eigentlich. Geil. Du denkst, das ist tot? So. Also ich würde sagen, jedenfalls ist die Bibi fertig. Mhm. So. Es ist mittlerweile dunkel, die Kopplappen sind raus. Vorher ist noch nicht drüber. Ähm. Die Betten haben wir jetzt quasi komplett gepolstert. Hier sieht man es ganz gut. Mit. Diesem ganzen Grünzeug, was wir hier quasi gerodet haben. Und ja. Martin geht jetzt mal auf einen kleinen Testlieger. Bisschen, bisschen bammeladig, muss ich dir ehrlich sagen. Ich gleich merke den Kuh. Oah. 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 Das war eben am ersten Tag improvisiert. Man muss vielleicht auch dazu sagen, wir wurden halt nachmittags rausgelassen. Wir hatten jetzt wirklich nur ein paar Stunden für Scouting, Wasser, Lagerplatz und so weiter. Und dafür bin ich, muss ich sagen, bisher recht happy. Wenn die Plane gleich noch drauf ist und wir halt safe vorm Regen sind, mach ich mir gar nichts. Und wie gesagt, das ist mal eben schnell improvisiert. Und wir haben ein Bett vom Boden weg, wir haben eine freie Fläche, wir haben ein Dach über dem Kopf. Darf ich mal bei hier drauf liegen? Ja, vielleicht ist bei mir auch zu viel drauf, bin ich nicht. Das ist jetzt wirklich alles hier mal auf schnell, schnell gemacht, die Nummer. Nee, bei dir ist schon, merkst du deutlich, du hast so eine kleine Mittellast. Das ist scheiße, ne? Ja, du musst aufpassen. Ja, du musst mehr in den Kopf, dann geht's. Du musst mehr in den Kopf, glaube ich. Nee, das meine ich nicht. Du hast wie so eine Wulst in der Mitte, aber wir selber jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ja, und morgen haben wir ja den ganzen Tag, da werden wir uns da mal wirklich in Ruhe Gedanken machen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Freiraum. Ja. 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 Okay, nimm du mal. Brauchst du das Licht dafür wahrscheinlich? Ja. 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 Wäre schon fast Night Shoot. Ja, das ist eine Bekündung. Ja. Zeig ich euch über die ganze Zeug. Boah. Ey, ganz ehrlich? Ja, oder? Top! Das ist ja mega. Ja. Ja. Ja, doch ist geil. Also unser Ziel ist natürlich, jetzt hochgegriffen, dass wir hier einen Shelter hinzimmern in den nächsten Tagen, wo wir halt auch drin stehen können. Also jetzt ist ja wirklich so ein bisschen so ein kleines Ding, wo wir irgendwie improvisieren, rein, klauchen nach vorne. Ist schon ganz cool, muss ich sagen. Aber wir wollen natürlich auch irgendwie hier so ein, ja schon so ein kleines Hütchen hinzimmern die nächsten Tage. Mal gucken. Das sind natürlich hochgesteckte Ziele. Aber erstmal geht es darum, die erste Nacht jetzt überhaupt hier halbwegs trocken und mit ein bisschen erholsamem Schlaf rumzubringen. Ich würde mal eben mal rüberschwenken, weil man sieht deutlich, es hat sich bewölkt. Es gab vorher keine Wolken, jetzt ist alles voll mit Wolken. Es ist alles dicht? Ja. Keine... Wir sollten uns ein bisschen ranhalten, glaube ich. Ja. Folie, oder? Okay, ja. Wollen wir die Schlafsecke noch oben drauf packen? Ja. So Leute, wir haben hier ein bisschen was improvisiert. Das Ding kann auch komplett nach hinten losgehen, wenn es sehr windig wird. Aber wir wollen natürlich ein bisschen Regenschutz. Also wir haben hier unsere Folie aufgespannt. Hier oben rüber gelegt und jetzt hier nochmal so extra Dinger angebaut. Ja, es ist nicht optimal, aber unter den Voraussetzungen, die wir haben, denke ich, das Beste, was wir machen konnten. Und so sieht es jetzt hier innen drin aus. Das ist so eine Möglichkeit, dass man mittig noch irgendwas hier macht. Warte, wir gucken mal nochmal kurz hier für die Zuschauer, damit die sehen, was wir gebaut haben. Oh, sorry. Das ist der Plan. Natürlich nicht für immer, aber zumindest für die erste Nacht. So, Tag 1. Irgendwie schläft du? Bist du schon weg? Ey, ich war, glaube ich, schon weg kurz. Ja, ja, hab schon gemerkt. Deine Atmung wurde schon wieder schwer. Wir wollten natürlich noch den letzten... Quatsch, den letzten. Wollten halt einfach nur Tag 1 gute Nacht sagen. Jo. Also, ich wünsche mir nur eine Sache. Ein Bett. Nee. Bis die Plane nicht reißt. Ja. Weil wenn die reißt, dann sind wir komplett am Arsch. Da wäre ich auch komplett dafür. Also, nicht wegen heute Nacht am Arsch, sondern generell. Ah, ja gut. Das ist halt so eine Sache für sich hier. Ah, die macht schon ganz schön Ballett hier. Gut. Das ist der Blick. Das ist er jetzt. Das ist er jetzt. Und der wird es doch bleiben für den nächsten... Oh, Alter, ich hab hier. Sorry, bitte. Ich bin jetzt mal so am Arsch. Ich auch. So einen Stiel, der mich mal in die Niere drückt. Also wirklich, morgen muss das anders sein. Das ist wirklich... Ja, das ist nicht die... Das ist nicht die Lösung. Gut. Den Wölfen wünsche ich auch eine gute Nacht. Ich möchte nichts von euch hören, nichts von euch sehen. In diesem Sinne... Ihr habt euch wohl euer Newstime. Ah, Schärfe. Nee. Oho. Ich bin gespannt. Wird den anderen jetzt. Ich hoffe, allen geht's gut. Vielleicht sind auch schon ein paar zu Hause. Meinst du wirklich, ist es schon mehr draußen? Naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass manche ganz schön Struggle haben. Kann ich mir schon vorstellen. Wir haben echt nicht viel Zeit. Das ist richtig, ja. Naja, gut. Wir machen mal weiter. Gute Nacht. Ne? Karl. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. 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 Ich muss dir rechnen für die Verhältnisse. Habe ich auch gut geschlafen. Also klar. Ich spür. Ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt mal aufstehen. Mal mich einrenken. Aber hey. Aber ich war auch richtig fertig, ey. Also. Ah. Ne. Also. Man muss ja dazu auch sagen. Wir sind ja hier in Kanada. Wir haben neun Stunden Zeitverschiebung. Wir hatten jetzt drei Nächte hier in Kanada, bevor es rausging. Ich habe jede Nacht nur vier Stunden gepennt, fünf Stunden gepennt. Es war super stressig. Orga, Briefings, hin und her. Jetlag. Oh. Jetlag. Eigentlich ist es Jet Set. Grüße gehen raus an Carbon Guys. Ähm. Ne. Lange Rede gar keinen Sinn. Top. Wirklich. Klasse. Top. Wirklich. Kann man nicht anders sagen. Erstmal einen kleinen Wein. Nein. Wir werden erstmal uns jetzt einen kleinen Weißwein reinzünden. Für einen kleinen Kickstart in den Morgen. Ja. Also. Fazit zur Nacht. Es hat nicht geregnet. Die Planung überlebt. Der Wind hat sogar noch ein bisschen abgenommen. Faktisch haben wir gar keinen Wind jetzt, ne? Ja. Hier ist gerade Windstill. Wir haben aber glaube ich gerade Flut. Also es hört sich gerade richtig rau an da vorne. Als es gleich hier oben rüber schwappt. Ja. Aber wir sind natürlich hier in Sicherheit. Ähm. Ja. Wir kommen erstmal klar. Wir trinken was. Und. Ja. Ja. Wir werden erstmal wach kurz. Tag zwei. Grüße. So Freunde. Wir sind gerade vom Lager da oben aus dem Wald gekommen. Und wir haben. Und ich sag's dir wie es ist. Heute Nacht. Oder heute Abend. Oder heute Morgen. Kann noch nicht lange her sein. Ist er hier durch. Wir haben frische Wolfsspuren in die Richtung in die wir jetzt müssen. Krass. Und wie groß die sind. Also das sind keine. Keine Baby. So. Guck mal. Hier sehen wir. Guck mal. Hier haben wir einen richtig großen Abdruck. Hier auch. Und das ist ganz ganz frisch. Guck mal. Nur mal so ein Vergleich. Holy shit. Hast du uns? Siehst du? Ne. Ne. Aber ich habe gerade was bewegt am Rand. Alter. Kann halt safe sein. Dass der da hinten immer hingeht wegen Frischwasser. Wie wir halt auch. Ja. Das Gute ist. Hier ist eine große freie Fläche. Wir können uns aus dem Weg gehen wenn das will. Man kann uns aus dem Weg gehen. Und man kann vor allem auch weit gucken. Was ich nämlich nicht sehe ist eine Spur die zurück führt. Und wir wissen beide dass die hier im Pendelverkehr eingewichtet haben. Ja. Aber warte wo sind jetzt die Spuren hin? Der ist leicht. Ne. Der ist wahrscheinlich nicht über einen. Keine Ahnung. Wir checken auf jeden Fall erstmal die Wildkamera. Safe ist. Ihr seht hinter uns quasi Ebbe. Und der ist hier lang. Heute. Heute Nacht oder heute Morgen. Ist das krass alter? Ja. Wir haben noch weniger Wasser als gestern. Ich muss noch mal ein bisschen da unten laufen. Guckt euch das an hier. Sandblöe. Alter. Was geht denn ab? Ist das ein guter Köder alter? Das weiß ich halt nicht ne. Dass ein Köder ist. Aber ich könnte mir das vorstellen ne. Ja 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 ja. Wir starten erstmal zur Wildkamera. Aber die ist natürlich jetzt. Hier läuft sich das gut. Hier läuft sich das echt gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass wir einen drauf haben. Das wäre krass. Aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Weil das Problem ist ja auch dieser Bereich ist ja. Da sind ja. Keine Ahnung. 60, 70 Meter hier irgendwie von links nach rechts. Und dass der genau da bei unserer Wildkamera vorbeigelaufen ist. Halt ich für unwahrscheinlich. Aber ja. Ist safe da. Frische Spuren. Ganz frische Spuren. Da vorne ist die Wildkamera dran. Hier. Seht ihr. Das sind unsere Spuren. Und hier sind die vom Wolf. Also ich glaube nicht dass die Kamera ausgelöst hat. Die Distanz zu groß. Aber. Wenn wir das wissen. Können wir eine zweite Wildkamera. Hier weiter links anbauen. So. Matti macht die Kamera da hinten wieder ready. Wir haben die Einstellung nochmal ein bisschen verändert. Dass wirklich die ganze Zeit der Bewegungsmelde aktiv ist. Und ich habe jetzt hier verschiedenste Sperren aufgebaut. Also klar hier. Das ist quasi gerade die Ebbe und Flutlinie. Und hier ist er durch. Das heißt ich habe hier so ein kleines Sichthimmens aufgebaut. Damit er möglichst durch diese Schneise durch geht. Die hat er heute morgen genommen. Hier müssen wir später auch eine zweite Wildkamera installieren. Und dann habe ich hier noch. So ein kleines optisches Hindernis aufgebaut. Dass er einfach. Ja. Er diesen Weg nimmt. Und hier rein geht. Das heißt wir haben aktuell zwei Wege. Den. Und den. Und dort drüben muss eine zweite Wildkamera nachher platziert werden. Ja. Ist sie ready? Schon? Die läuft schon. Die läuft schon. Wir müssen hier vom Winkel ein bisschen ankippen. Höher ne? Ja. 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 Ich habe. Ja. 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 Ich komme zur Erklärung. Das ist hier so die Konterwurzel. So hängt das dauernd los. Alter. Das fässt sich voll fest. Alter. Krass ne? Wie ein Ball. Gut. Gut ne. Schön. Ist auch richtig glitschig ey. Wird jetzt mal einfach so ein Stück probieren. Ja. Probier mal. Kohlroulade. Wenn die Mutti Kohlroulade gemacht hat, aber zu viel Salz genommen hat. Gar nicht so schlimm. Naja. Dafür, dass es frisch ist. Ist schleimig. Ja. Haben wir noch Wasser? Nein. Gut. Ich würde das erstmal als ein Experiment abstufen. Erstmal einen Geschmackstest. Gucken, wie der Magen reagiert. Ich habe jetzt wirklich nur so einen Chip genommen. Ja. So ein Stück habe ich jetzt. Und wir gucken mal, was der Magen sagt, ob er es verträgt. Und es gibt auch noch die Variante, das über dem Feuer zu rösten. Und dann hast du wie so Chips. 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 Das will ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Ja. Hab ich dabei. Gut. Es schmeckt gar nicht so krass salzig. Bisschen gesalzen. Ja. Aber sehr schleimig. So ein bisschen, ne? Ja. Ich würde mal noch den Klinschlupf hier nehmen. Ja. Erstmal nachspülen auch. Also geil ist es nicht. Nein. Sagen wir mal so. Oh. Oh. Ne. War ein Vogel. War ein Vogel. Ja. War ein Vogel. Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, wenn wir wirklich 14 Tage sind und wir hier zwei Wildkameras aufbauen und so eine kleine Verengung dahinten wirklich funktioniert, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir den Wolf auf der Kamera haben. Weil der scheint hier jeden Tag lang zu gehen, um halt Nahrung zu suchen. Und süßer. Und ich habe aber irgendwie so das Gefühl, von der Spur her, der ist da hinten, wo wir jetzt hingehen. Naja. Müssen auch ein bisschen lauter sein jetzt glaube ich. Gucken wir mal. Wir haben hier vorne gerade eine Stelle entdeckt, wo zwei Raben an irgendwas rumpicken. Nebeneinander. Der eine hat da richtig, das sieht aus wie ein toter Fisch oder irgendwas. Ja. Wir filmen die gerade mal aus der Distanz. Er hat jetzt ein dickes Stück. Ja. Und er da hat, ja das ist ein Fisch glaube ich. Da gehen wir mal hin. Aber kein Kleen, das sieht aus wie ein Lachs oder sowas. Wollen wir uns mal angucken. Vorher hat das auch gesnackt dann. Oh, hier fliegt er. Boah, der hat ein richtig großes Stück im Mund. Ja. Wir gucken mal hin, was da liegt. Boah, oder? Das ist vielleicht sogar irgendwie so Otter-Überreste. Ich kann gar nicht anfangen. Naja, nee, nee. Was ist das? Ey, das ist ein Vogel. Ja, das ist ja wohl. Das ist auf jeden Fall ein Vogel. Ja, Frühstück vom Wolf. Würden wir jetzt schätzen. Juuuut. Der zweite Kadaver. Alter. Na, der Kollege ist nie so wartet schon. Übrigens, vor dem sollen wir uns in acht nehmen, ne? Warum? Die Indigenen, die uns quasi hier ein bisschen beraten haben, sieht man eben halt in den Behind the Seaf, haben uns genau vor dem Rahmen gewarnt. Es gab mal ein Pärchen, die haben halt eine komplette Ladung Fisch auftrapiert. Ach so. Und wollten halt gucken, was haben sie und so weiter. Drehen sich um und danach war die Ladung Fisch weg. Na, der wartet schon. Der hockt da und wartet. Ja, der wartet, dass wir weggehen. Das ist ja auch nicht cool, dass wir weggehen. Krass, ey. Ja, ja, ja. Schon ein bisschen surreal irgendwie. Naja, das ist halt sehr wild so. Das ist nicht wie bei uns. Du läufst halt einfach den frischen Wolfsspuren hinterher, weißt, dass die von heute Morgen sind und findest dann das Frühstück. Okay. Wie fangen wir die Story jetzt schon wieder an? Wir sind hier an unserer Stelle, wo wir unter Süßwasser haben, wo wir das Wasser gefiltert haben, wo wir dort reingegangen sind. Mani probiert hier gerade ein bisschen rum und sagt plötzlich, oh shit, oh shit, oh shit. Frische Wolfsscheiße. Erkennst du halt an den Haaren drin, ne? Dass das auf jeden Fall eine Fleischfresse ist. Und das Ding war gestern noch nicht da. Das ist ganz frisch. Das kannst du doch keinem erzählen, alter. Ja, gut. Ist halt so. Ein Wolf ist im Endeffekt auch nur ein Hund. Und mit Hunden können wir. Du musst ihm nur klar machen, wer der Alpha ist. Wer ist der Rudelsführer? Aber das wird glaube ich nicht so einfach. Wir kommen in Frieden. Und wir gehen in Krieg. Und wir möchten auch in Frieden gehen. So ein kleiner Schatten immer am Nacken. Ein kleiner? Ich bin den Schatten ganz schön groß. Aber es ist nur einer, glaube ich. Nee. Aber weißt du, warum es einer ist? Der ist ausgestoßen von der Gruppe. Weil das ein Badass Motherfucker ist, alter. Und die gesagt haben, mit dir wollen wir erstmal nichts zu tun haben. Mach du mal dein eigenes Ding. Ja. Erinnere dich, jetzt no joke, an Afrika, an die Büffel. Wer ist der gefährlichste Büffel? Der alte Grumpy. Ein Büffel alleine. Ja. Nicht die Gruppe. Weil der ist ausgestoßen. Aber ich weiß nicht, wie es bei Wölfen ist. Die sind eigentlich Rudeltiere oder nicht. Aber ich glaube, es gibt auch so eine Zeit, wo die auch mal so alleine losziehen. So ein, vielleicht so ein älterer, älterer, männlicher Wolf? Ja, der hat auch einfach mal, der braucht auch mal seine Mieter. Der braucht seine Ruhe. Ja, auch mal Zeit für sich. Weil das ist ja klar, du kannst ja nicht nur, das ist ja fischerlich. Hast du hier rein? Apfelessig oder was? Naja, ich habe jetzt eine Flasche gefunden. So blöd, wie es halt auch ist. Aber warum nicht nutzen? Weil wenn wir jetzt quasi hin und her pendeln, weil wir können ja hier, wenn wir jetzt nochmal was fangen oder was essen, werden wir es auch hier verwerten. Und die, was sind das, ein Kilometer? Vielleicht entfernt, quasi unser Schlafplatz haben, wo wir unser Haus bauen. Das darf man nicht mischen, sodass wir da niemanden anlocken. Weil die Nacht war ruhig, kein Essen. Ich habe keinen Bock, dass wir dann genau das Gegenteil erleben. Ich spüle mir die jetzt aus und dann schaffen wir uns ein bisschen Vorräte an Wasser. Also wir haben ja unsere 1 Liter Flasche, wo unsere Ausrüstung drin war. Und wir gucken jetzt, dass wir halt vielleicht noch ein paar... Ist das besser? Hä? Riecht gar nichts mehr. Ja. Stark. Weißt du, was ich glaube? Dass durch die Sonneneinstrahlung das Klo sich gebildet hat in der Flasche. Also viele Flaschen, wenn man die aufmacht, stinken wirklich bestialisch. Ich muss immer fast kotzen. Wir haben die jetzt ausgespült. Das sind ungefähr 1,5 Liter. Die werden wir jetzt schon mal voll machen. Um erstmal ein bisschen zu hydrieren. Ohne Scheiß, ich bin so froh, dass wir diesen Wasserfilter mithaben. Das ist so viel einfacher. Auch wenn das hier jetzt eigentlich nicht die Hauptcam ist, aber ich sag's trotzdem hier rein. Ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll. Also wenn ich mir vorstellen müsste, wir hätten gestern noch anfangen müssen Wasser abzukochen. Feuer zu machen. Auf Krampf irgendwie zu Wasser zu kommen. Weil ich sag's euch, wenn wir gestern nichts mehr getrunken hätten, dann wäre heute schon Feierabend. Das ist so heftig wie viel du hier brauchst. Also Wasserfilterbeste, wollte ich sagen. Mal ein kleines Schnittbild hier. Wir schauen mal, was du musst trick an. Das ist das, was duetti. Also Wasserfilter-O Erin sprechen zum Abend. Das Kalimantier ist dann gefratrice. Unabhängig. Dad, wie es viele Masken, die Masken Avießen kein Message ist. 소stern und eine Befumme, ist es auch GOOD. Das war's, wie ganz was? Und da, wie wie schon sehen. deadly lebensawa, wastime spinen der Shooting des Biszeit. so richtig geil riecht es nicht aber wir wollen ein gefäß haben um damit bären zu sammeln der hat meinen schönen henkel dran ist das tag eins oder tag zwei tag zwei ach so sorry bin nicht vermummt es geht darum dass schon ein bisschen kühler geworden ist wir stehen hier vor ich komme nicht auf den namen ist auch egal ich sag dazu die kanadische blaubeere kanadische blaubeere da wir noch keinen fisch haben und auch noch nichts dafür getan haben werden wir uns jetzt erstmal hier ordentlich den schlund voll hauen weil ich merke auch schon tag zwei einfach schon so ein hänger in diesem sinne machen wir jetzt hier quasi tabula rasa wir haben uns auch überlegt dass wir halt nicht einfach random irgendwo losziehen und dann halt die bären pflücken sondern partiell immer so war sie abernten weil wir sind auch verschiedene reife gerade haben vielleicht haben wir glück dass in 14 tagen die anderen schon reif sind gut gut pflücken ja stimmt ja manche sind richtig süß ne aber die sind nicht so stabil wie die blaubeere finde ich die abknicken wie abknicken die kugel anfassen und dann so drehen dass sie so abknicken ja verstehe wir werden uns so die magenverstimmung holen von den ganzen bären weil wir so auf masse gehen dass unser körper gar nicht mehr klar kommt nö hatte ich aber beim schweden auch nicht ich glaube eher so verstopfung könnte ein problem werden ja wir gehen rein in die verstopfung und denkt daran nicht so tief vielleicht hat der wolf gegen gepisst ich glaube ich werde auf dem rückweg oder irgendwie gucken dass ich mir so eine muschel so suche kann ich mir immer so eine schale machen auch stark das ist einfach damit du dann so ein das muss ich jetzt mal jura latschen wegen einer handvoll oder so aber ich bleibe einfach hier in der nähe schön natürlich nur die dunkelblauen nehmen hier ne nur die dunkelblauen nehmen das sind ein paar so eine weinroten die sind ja gar nicht reif wer jetzt für eine folge armwurst versus bogen ich glaube hier hat auch ein vogel drauf gekackt alter ja ja hast du immer mal wieder musst du gucken das ist ja alles voll mit vogelscheiße chillig sehe ich aber ein paar tagen auch mal wieder ein kleines smoothie machen wie lange haben wir jetzt gemacht ungefähr wir haben jetzt hier irgendwie der war richtig nach das muttertier der hat schiss und deshalb haut er ab wo er war kurz in seinem angriffssinkflug ich glaube ich habe hier raus da snackt einer was wollen wir gucken hat was fängt was und dran aus wie ein rest von irgendwas unsere flasche liegt übrigens noch mal nicht vergessen ich hole die sofort das ist ja und jetzt jetzt hier ja ich habe Also, kleines Update. Wir haben das Ding jetzt komplett voll gemacht. Sind schätze ich mal so zweieinhalb, vielleicht sogar drei Liter bis oben hin. Das ist quasi unsere Tagesration für uns beide. Hat jetzt eineinhalb Stunden vielleicht gedauert. Snacken gerade noch so ein bisschen weg. Sind jetzt hier diesen Fluss noch mal ein Stückchen reingegangen. Sieht natürlich wunderschön aus. Aber was mir schon aufgefallen ist, ja man hat da vorne mal ein bisschen Fische gesehen, springen sehen, aber es sind auch ganz kleine. Aber hier ist halt sonst nichts drin. Es ist komplett klar. Du kannst ja komplett alles einsehen, durchgucken. Aber es ist jetzt nicht so... Es ist halt nicht dieses, was die Leute auch immer im Kopf haben, so boah, da ist ein Fluss und die Lachse da und die kannst du mit der Hand raus snacken und ja, nee. Also hier ist nicht mal eine Forelle oder irgendwas drin. Gar nichts. Ist alles tot. Aber ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass, guck mal, stell dir vor, das Ding ist halt einfach irgendwo unterbrochen. Da fehlt halt Wasser drin. Weil das ist ja ultra niedrig. Weißt du, weil normalerweise siehst du ja, hier ist ja die Kante. Ich glaube, wenn der richtig voll ist, dann ist es anders vielleicht. Dann sieht es hier ganz anders aus. Aber aktuell ist halt nichts drin. Das ist doch mal, es ist halt warm. Ah ja. Gut, 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 gut. Vorne ist auf jeden Fall ein bisschen was. Da ist eine kleine Aktivität, aber die Frage ist halt, wie groß sind die? Also wir wollen jetzt unser erstes Stellnetz platzieren und dafür haben wir jetzt hier eine 20 Meter lange Schnur, die wir mit dem Stock erst mal auf die andere Seite bringen wollen, damit wir quasi zwischen dieser Schnur das Stellnetz rein und raus ziehen können, um das immer mal wieder zu prüfen und um nicht jedes Mal ins Wasser zu müssen. Ob das jetzt funktioniert, schauen wir mal. So, Martin macht den ersten Wurf. Oha, oha. Alter, es hat perfekt funktioniert. Ja. Aber es ist genau auf Klemmung. Auf Klemmung. Auf Klemmung ist genau 20 Meter. Okay, krass. Sehr gut. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Martin ist da drüben. Die Schnur ist auch hier. Und jetzt habe ich das Stellnetz, was ich auspacken werde. Und dann knüppern wir das hier rein. So, hier seht ihr das Netz. Ich habe das Ganze jetzt an unserer kleinen Schnur hier befestigt. Es hat ganz schön lange gedauert und so ein Netz verfesselt sich natürlich auch gerne. Hier oben sind so kleine Schwimmer dran, in weiß. Und unten, da seht ihr so kleine Bleigewichte, damit das Ganze auf dem Boden ist. Und jetzt bringen wir das mal in Position gemeinsam. Das ist hier alles am Verheddern, ey. Das ist halt krass. Hat sich hier wieder ein Stück irgendwie reingesneakt. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, bist du ready? Nochmal ernst kurz. Wie läuft das jetzt ab? Du, wie geht es da bei dir das Ding auf? Bis wir es in Position haben. Oder kannst du einfach nach hinten gehen? Geh einfach nach hinten. Ja. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Wegen Front und so. So, stopp. Jetzt ablegen. Okay. Als ob das funktioniert. Das nimmt doch der Fisch als irgendein Knäuel war und schwimmt vorbei. Was ist denn, wenn wir es so, dass wir wirklich nur so wie die Wassertiefe ist, quasi rein ditschen? Ja, glaube ich auch. Weißt du, weil dann ist die Chance noch da. Aber was sagen die Gewichte? Ich sehe das von hier nicht. Ja, es geht runter. Ich würde mal mit dem Cammy weiterfilmen, weil das hier mit der... Ich würde mal mit dem Cammy weiterfilmen, weil das hier mit dem Cammy weiterfilmen ist. Alter! Pfeift ihr hier lang? Ja, deutlich besser. Also wenn wir das so lassen, dann ist das halt kein Knäuel, weißt du? Das ist halt echt schwer zu erkennen. Ich versuche mal das hier auf runter. So, da ist das Stellnetz. Boah, das spiegelt sich. Das ist es jetzt. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz, dass das auch eine andere Weise funktioniert. Gut, ob das funktioniert, können wir eh noch nicht genau sagen. Aber es ist zumindest mal in Position. Aber ich glaube, ich würde noch ein Stück zu dir. Ja, würde ich auch sagen. Das ist noch zu weit hier drüben, nur noch so einen Meter zu dir. Ja. Gehst du an deinen Stamm? Warte. Du sagst Stopp, ne? Ja, weiter noch? Weiter? Warte. Jetzt bringen wir es auf Spannung damit. So? Ja. Ja, so finde ich es gut. Das ist jetzt an der tiefsten Stelle. Da steht es. Das Zerweilweh-Experiment Stellnetz beginnt genau jetzt. Ja, mal gucken, was das wird. Wir lassen das jetzt hier einfach mal drin. Wir werden heute Abend hier eh nochmal herkommen. Mal wieder Wasser filtern. Aber das Stellnetz ist zumindest schon mal in Stellung gebracht. Meine Überlegung wäre jetzt, diese zwei Langleinen einfach mal auszuwerfen. Ja. Stein ran, irgendwo rein, schräg durchspann. Ja. Ich sehe, eine sehe ich mal da hinten zum Beispiel an dem Ast und dann eine vielleicht an dem Ast hier vorne in die Richtung oder so. Ja. Finde ich gut. Gut, dann installiere ich die mal. Aber das kann ich hier drüber tun, oder? Ja. Ja. Also ich würde nicht sagen, aber an dem Netz, an dem Netz knubbert es, ne? An dem Netz war gerade irgendwie was dran. Das war direkt. Oh. Alter, warte. Mach keinen Scheiß, da war gerade was im Netz. Ja, da war ein bisschen drin. Aber der ist ja raus, oder? Vielleicht war der zu klein, aber definitiv hat... Alter, was? Das war nicht mal eine Minute. Aber er ist nicht mehr drin. Sonst würde es wackeln. Ja. Ah, okay. Krass. Also ich habe es definitiv gesehen. Ich habe es auch gesehen, wie es da richtig so gewackelt hat. Es könnte sogar sein, dass ich es auf Kamera habe. Ich habe den Fisch sogar gesehen. Ja, ich auch. Aber ich glaube, der ist wieder lose. Ja, der Fisch zu klein, Masche zu groß. Ja, Potenzial ist auf jeden Fall da. Okay, es könnte funktionieren. Die Frage ist, komme ich jetzt rüber? Oder nicht? Ja. Du kannst auch erstmal noch kurz chillen. Und ich mache mal so eine Langleine hier irgendwie noch raus. Okay, alles klar. Ich bleibe auf Standby. Wir haben hier bei unserem Filter die Vertiefung genutzt, um Angelsehne drauf zu machen. Davor war Schnur drüber. Die habe ich schon abgemacht. Und wir haben jetzt hier auch so eine Langleine drauf. Das ist, ja, weiß ich nicht. 3, 4 Meter Angelsehne mit verschiedenen Haken, die so Mückenlarven-Imitate darstellen. Das wegge ich jetzt mal ab. Und dann werde ich das da vorne ins Wasser packen. Also, das ist das, ja. Und dann werde ich das еще mal ab. Vielen Dank. So, ich habe jetzt hier ein Stück Schnur an einem flexiblen Ast befestigt. Die geht hier runter und da ist die Longline mit den Mückenlarvenködern fest. Die liegt jetzt quasi hier drin. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da immer dran geht, aber wir sind ja auch hier, um viele Sachen auszuprobieren. Stellnetz, bisher ruhig. So, wir gucken jetzt mal, ob hier was dran ist oder nicht. Aber wir haben ein paar Blätter gefangen. Ah, chillig. Tu mir mal gefallen. Halt mal die Leine fest. Jetzt weiß ich, dass es zu sehr staucht. Ich habe eine Idee, warte mal. Ich würde das auch einrollen. Weil wenn ja irgendwer zu durchläuft, dann reicht es damit kaputt. Das Messer war hier in Tasche. Da. So drinnen. Aber Messer sagt, ich schneide Hose auf. Aber Messer sagt, ich schneide Hose auf, weil, pass auf, ich kann dir die Ursache zeigen. Wenn du hier sitzt und drauf drückst. Das ist halt eine Superscheide. Das ist halt so. Willst du mich verarschen? Ich bringe vor, dass ich mir die Haare, die Oberschenkel erterne. Tatsächlich, wenn du es einfach so lose hast, ist das gar kein Problem. Aber weil das in der Tasche ist und wenn du dich hinsetzt, dann hat sich das verkeilt. Ja, dann entsteht ein bisschen Druck. Und das zeigt mir nochmal das Loch in deiner Hose. In Tasche. Alter, das ist komplett aufgeschnitten. Wir sind übrigens mal wieder am Wasserfiltern. Das hast du nicht zerschnitten, ne? Ist das so lustig? Boah, das ist doch das ganze Tag klingelzierend. Hä? Siehst du was? Nein, trage ich rum. Naja, sieht alles gut aus. Alles gut. Aber wir haben eh keine Mücken hier richtig. Ja, aber ich habe jetzt auch keine Hosentasche mehr, weil da verlieg ich jetzt alles. Super. Knapp drücken, oder? Leute, an der Stelle sind wir leider raus, weil Faddy ins Hosentasche hat ein Loch. Spaß. So, ihr seht, mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Wir haben gerade auch ein bisschen, erstmal relaxt ganz kurz hier ein kleines Sonnenbad genommen. Und sind jetzt dran, ihr seht es schon im Hintergrund, weiter in unserem Shelter zu bauen. Wir wollen hier eine kleine Grundkonstruktion als nächstes starten. Aber vorher baut Martin gerade noch ein bisschen an seinem Bett. Dass es einfach noch ein bisschen breiter ist und auch ein bisschen gepolsterter. Martin hat nämlich auch ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Und ja, wir haben gerade auch ein bisschen überlegt, wollen wir das thematisieren oder nicht? Ist das jetzt so ein Mimimi-Ding? Aber ja, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, Martin hat seit Jahren eigentlich schon ein bisschen Probleme, ein bisschen ist gut, mit seinem Rücken. Aber vielleicht kann er da selber was zu sagen. Aber wir wollten das euch jetzt einfach nicht vorenthalten. Ja, der Punkt ist halt, wenn man... Hast du eigentlich eine, was das genau ist, also ärztlich gesehen? Ja, die haben in einem AT gemacht und da haben sich festgestellt, dass... Also ich hatte zum einen einen Bandscheibenvorfall, der hat aber dazu geführt, dass die... Ich habe so, es gibt so Ausgänge, Spinalausgänge an den Wirbeln. Und aufgrund dieser ständigen immer wieder Belastung und Entzündung sind die halt sehr klein. Und da reicht die kleinste Bewegung und dann drücken die da halt drauf. Ich weiß nicht, wie die Diagnose genau heißt. Und das führt zur Lähmung, Einschlafen der Beine, Halt im Rücken wird verloren. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich morgens aufgestanden bin und einfach umgefallen bin, weil der Halt weg war. Ja, da hat man mir gesagt, ich habe auch eine... Wie sagt man dazu? Instabilität, das heißt zu wenig Rückenmuskulatur, zu wenig Bauchmuskulatur. Da arbeite ich aber jetzt schon sehr lange dran. War auch alles gut. Aber diese Überstrapazierung, also wenn er wirklich extrem Sachen muss, langes Sitzen oder halt auch körperlich anstrengende Sachen, dann... Ja, dann zackt das halt. Und ich merke es halt gerade schon wieder. Es geht los. Linke Bein, rechte Bein wird taub. Es kribbelt bis hier runter. Hier auf der Seite tut es weh. Zuhause würde ich jetzt einen Tennisball nehmen und mir einen heißen... Na, wie heißt das? Einen heißen Wickel machen. Oder zum Reha gehen, zum Reha-Sport. Aber hier und hier arbeite ich jetzt noch mit dem Bett. Also glaubst du, das ist jetzt hauptsächlich ausgelöst worden durch das Bett? Einfach weil die Nacht quasi der Rücken kaputt wird, oder? Nee, nee. Das ist durch die... Also die Kombination ist es, ne? Die Kombination durch... Zum einen Stress. Wer Behind the Seeds gesehen hat, weiß vielleicht warum. Dann kommt es dazu halt dieses... Diese körperliche Anstrengung. Also was wir gestern hier noch gerissen haben, war schon noch ganz schön heftig. So. Und in Verbindung dann damit noch beschissen zu schlafen. Also eigentlich auf ein bisschen Pflanzenfasern. Das ist natürlich pures Gift. Und ich will mir einfach immer nicht eigen stehen, dass ich alt werde und dass das halt schlimm ist. Ja, aber die Züge... Ja Leute, blödes Thema. Weil man natürlich auch ein bisschen machtlos ist in dieser Situation. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall irgendwie das Bett ein bisschen zu erweitern. Das Bett ein bisschen auszubauen, ein bisschen mehr zu polstern, damit wir irgendwie die Rückengeschichte in den Griff kriegen. Ähm... Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen überlegt, ob wir das jetzt groß thematisieren oder nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man natürlich auch ein bisschen die... Ja, Schatten sein und solche Situationen mit euch teilt. Von daher, wir greifen an, wir bauen weiter. Hat sich auch einiges plattgelegen und ähm... Ja. Da reagiert halt auch jeder Körper andersrum. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich echt wirklich recht gut geschlafen. Ähm... Aber wenn du halt, ja, körperliche Beeinträchtigungen hast vor Erkrankung in der Richtung, irgendwas auch immer. Ähm... Ja. Was willst du machen? Wir basteln mal eine Runde. Also, unser Plan ist tatsächlich vom Shelter her so eine Art Blockhüttenkonstruktion zu bauen. Also, einfach Baumstämme wie in so einem Hashtag, sag ich mal, aufeinander zu legen. Ähm... Die werden nicht stoßbündig aufeinander gelegt, sondern wir werden schon ein bisschen Lücken dazwischen haben, die wir dann auch mit Material aus der Natur auffüllen. Weil es Laub, Äste, Moos, was auch immer finden. Damit kommen wir schneller nach oben. Wir brauchen keine Schnur erst mal für die Wandkonstruktion. Das ist super stabil. Und wir sind jetzt gerade dabei, hier so eine Aussparung zu machen. Das ist alles eingesägt. Und dann war das mit einem kleinen Messer hier platt gemacht. Damit wir hier eine gerade Fläche haben, die dann hier gerade aufliegt. Dass wir eine solide Basis haben. Und unsere Idee ist jetzt erstmal so ein bisschen hochzukommen mit, keine Ahnung, acht so einen Hölzern, vier haben wir ja schon. Und dann auch in das Konstrukt unsere Betten reinzubauen. Das Thema Tür und so weiter vorne, wie ihr es vom Block aus kennt, kommt natürlich erst viel, viel später. Wir bauen erst mal wirklich wie so ein kleines Mini-Gefängnis hoch. Man sieht es auch schon gut, dass die ersten vier liegen. Das, was hier drüber steht, bleibt erstmal drüber als Sicherheit, wenn wir quasi Regen erwarten, dass wir da die Malerfolie drüber packen können. Weil so sind wir relativ flexibel. Es muss nicht regnen, aber es kann regnen. Das ist halt der Punkt. Hey, guck mal an hier. Schön. Gerade Fläche. Und das mit recht simplem Werkzeug. Ja. So. Andersrum haben wir gedreht, glaube ich. Das geht leichter. Ja. Hast du? Ja. Passt. Passt. Passt? Ja. Sehr schön. Ein bisschen wackelt es hier noch. Da kommt nachher so viel Gewicht oben drauf, dass sich das selbst hält. Ja. Ja. Mach mal einen Endtick mit dem jetzt hier. Weiter. Genau. So weiter. Okay, einmal drehen. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Jetzt kriegt er, glaube ich, das erste Mal so ein Gefühl dafür, wie das Ganze aussehen soll. Die Dachkonstruktion. Das ist jetzt erstmal nur behelfsmäßig, dass wir die Plane rüberkriegen können. Das wird später natürlich nicht so sein. Das ist nur ein Provisorium. Aber der Plan geht auf jeden Fall auf. Hier, der hier liegt, ist das, glaube ich. Nee. Doch, 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 doch. Ja, oben mit der Biegung. Okay. Guck mal, der hier. Ja, die beiden, die da stehen, oder? Sehen beide gut aus. Also der hier auf jeden Fall. Der ist okay. Der auch. Der ist gut. Der ist gut? Ja, die ersten hatte ich auch so. Ja, ja, das ist schon ein kleiner Krawanz. Nee, ich brauche die Säge zum Fällen. Das ist... Au. Der hat Bohnen. anylich. Wir müssen den hier links rausdrehen, guck mal wo der hängt, komplett nach links einfach Können wir nur drehen irgendwie, ja Genau so Oder ich trete ihn weg und dann muss man ziehen Ja, können wir auch machen Geiler wäre es eigentlich, wenn man auf Saarland fällt Können wir da rausziehen, weil hier rausziehen wird ja Hölle Ja, der kommt, der kommt Immer schöner Baum schütteln, das haben wir in Staffel 1 gelernt Digga, wie der oben festhängt, oh ja, ja, ja Na ja, der hängt gleich eh wieder So Ja Ist doch gut Jetzt müssen wir da irgendwie Ja, war besser als in die anderen Mal gucken Ja Jawollo Alter, hier kriegen wir aber, hier kriegen wir aber richtig was raus 4 Geil Säge wo? Säge da Ja Äh Metermaß, wo ist? Äh, Metermaß, wo ist? Konkret ablenken Konkret weg Wer hat denn den überhaupt getragen? Wir haben uns doch extra hier einen mitgenommen Habe ich ein Stück Holz im Wald nicht gesehen Ja So Ist die Spitze vorne? Ne, ganz ganz vorne Ja Perfekt, brauchen wir eh zwei von Aha, Martin, wie fühlst du dich so? Ich sag mal so Werde auf jeden Fall nach diesem Event Event? Geil Meine Berufswahl überdenken Ja Und die Content war Sag ich dir wie das Körper sagt Nee Wir müssen uns mal unterhalten Als ich um meinen Körper Berufswahl ist Survivalist? Naja Zumindest ist Abenteuer und Selbstversuch für Künstler Ich sehe das ja auch als Selbstversuch Also nicht das Segen, aber das Ganze hier Also man muss halt auch überlegen Klar, ihr kennt uns ja aus den Videos auch mit verschiedenen Projekten und Basteln und Bauen Aber oft kommt halt dieser Nahrungserzug nicht dazu Ne Wenn wir mal ein bisschen Shelter bauen, ein bisschen Buschdraften gehen Da hat man halt immer was dabei Aber wir sind jetzt Ich schätze mal gut 24 Stunden müssen jetzt um sein Länger Oder? Länger schon? Länger, die Sonne steht tiefer Okay Ja, also wir sind schon über 24 Stunden draußen Haben im Endeffekt ein paar Hände voll Bären gegessen Und ackern hier natürlich aber auch volle Bude Das merkt man schon Also das macht sich Der Körper sagt schon Hey, yo, yo, yo Grüße, gehen raus Okay Okay Okay, dann geht mal ein bisschen Mars Okay Soll ich ihn abwechseln? Der hier Das ist ja von der letzten Aktion Ja Ich fange hier langsam an zu kreuzen Ich sag mal so, wir räumen langsam ein bisschen auf hier Es wird Lichter hier vorne Ja, es muss auch mal für die Naturencreen auch Schwung geben Forstwirtschaft Wir sind Team Forstwirtschaft Wir nehmen hier und da Einen kleinen schwachen Baum raus Damit die Großen auch Ja, guck mal hier Der hier Ja, das ist ein kompletter Eierklon Alter Lass den einfach Lass den Lass dich nicht provozieren von dem, Martin Oh, Alter Fall nicht Ja, ja Was ist denn das? Das ist der Ähm Special Mode Ja Auf jeden Fall Und auch mal zwei Hände voll Beeren Und zwei Hände Vielleicht auch eine kleine E-Bahn Ja Vielleicht auch schon mal das erste Tablettchen rein, ne? Die Pharmazie liebt diesen Trick Ja, ich geh vielleicht im Booster Ey Spaß Aber wir haben ja Schmerztabletten mit Wir haben Durchfallmedikamente mit Und Ähm Breitbandantibiotikum Und ich sag mal so Die erste kleine Schmerztablette für Manni in seinen Rücken Ist vielleicht schon aktiv Vielleicht ist es schon, ja Man munkelt Scheiße, Leute Aber so ist es Ja Uns ist gerade aufgefallen Dass wir viel zu wenig gegessen haben Trinken ist gut Trinken haben wir wirklich gut Trinken ist immer gut drin Aber irgendwie das Essen haben wir völlig vergessen Ja, Essen ist ja übertrieben Naja Bärchen Aber so wie wir gesammelt haben Kannste ja wirklich mal eine richtige Handvoll rein knallen Ist schon geil Ich weiß nicht Mal so einen ganzen Mund voller Essen zu haben Sag ich euch ganz ehrlich Ja Ey, das ist richtig viel und scheiß Vielleicht ist es ein anderthalb Liter Gefäß Ja Ja, so ein R2,5 Ja, so viel Das wird nicht weniger Ey, ganz ehrlich Ich habe gerade vier große Hände gegessen Guck mal bitte an Geil Gut, das ist noch nicht der dicke Bereich Gut, das ist noch nicht der dicke Bereich Fünfte Wir bauen hier fleißig an unserer Blockhaus Konstruktion Mhm Das wird ja weg Na klar Guckt euch das mal an Wir haben gerade die Betten noch arrangiert Bauen die gerade noch ein bisschen breiter Haben in der Mitte so einen kleinen Bereich wo man drin stehen kann Oder laufen kann Morgen ist Richtfest Morgen ist Richtfest Ja Morgen ist da ein Dachdecken Mhm Also klar, wir haben natürlich jetzt hier auch erstmal noch ordentliche Lücken drin Ne, hier zwischen Muss so Das ist erstmal Das ist kein Bug, das ist ein Feature Das ist nämlich die Belüftung Das ist die Belüftung Ja, das ist die Belüftung Wegen Feuer innen drin Wegen auch weil es warm ist, dass wir ein bisschen frische Luft kriegen und dann nicht ersticken drin Ne, kann man natürlich auch noch befüllen in die Zwischenräume Aber dadurch kriegen wir natürlich gerade schon echt gutes Volumen hin im Shelter So, mal von hier gucken Guckt doch mal an Das sieht schon geil aus Alter Ja 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 Für heute reicht es erstmal, was jetzt den Hochbau angeht Wir werden uns jetzt noch ein bisschen um die Betten kümmern, damit wir ja gut in der Hose am Schlafen können Und natürlich dürfen wir auch die Energie nicht komplett verballern Wollen noch das Stellnetz checken, wollen die Langleine checken Äh, nochmal Wasser filtern Genau Aber Haben jetzt gut rangeklotzt und in ein paar Stunden echt viel hinbekommen Loser Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Ja, ich habe keine Spuren gesehen. Was sagst du so? Stark, oder? Ja. Sehr gut. Ja. Das wäre... Das wäre geil. Ja, wir sind auch nochmal drauf. Safe. Zweimal. Ja. 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 Chillig, jetzt habe ich hier, ich liebe das so sehr. Warte, warte, warte. Ne, super. Ja, ok. Ne, lass es mal auf dem Boden. Ok. Zwei. Als ob das funktioniert. Naja. Es ist, es ist halt auch nicht tief. Also ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera seht. Aber das, die tiefste Stelle sehe ich den Grund. Und das sind vielleicht... Ich habe doch am Anfang da eine GoPro-Aufnahme gemacht. Wenn Sie die noch haben, können Sie die gerne reinhauen. Hier ist es nicht tiefer als da an dem Staub. Ja. Also es ist wirklich vielleicht so... Ja, so Kniehöhe oder so. Und du kannst überall reinkommen. Und du siehst halt auch nicht wirklich irgendwie was Großes schwimmen. Ja. Deswegen, ich glaube, du hast so ein bisschen kleinen Fizzle-Kram hast du, aber... Ja. Ja. Gut, Wasser? Gut. Nicht an der Leine, nichts im Netz. Ähm... Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Bärchen. Im Lager, die wir nachher essen werden. Aber jetzt geht es erstmal wieder ans Wasserfiltern. Weil tatsächlich... Eine große Gefahr... Okay. Eine große Gefahr ist einfach zu dehydrieren. Deswegen... Ja, wir sind tatsächlich echt so bei... Zweieinhalb, drei Liter pro Person pro Tag. Easy. Und meine Lippen sind jetzt schon... Merk schon. Geht schon los. Aber Pipi ist bei mir noch weiß. Also alles gut. Bei mir ist schon... Ein Touchgeld drin. Ja, so ganz leicht. Ganz leicht. Aber ich bin gespannt, wie es bei den anderen ist. Weil Dehydration... Ich weiß auch nicht. Man kriegt das gar nicht so richtig mit und trinkt einfach generell zu wenig. Ja. Man muss sich echt immer wieder daran erinnern. Gegenseitig auch. Ja. Ja, weil man auch manchmal so ein bisschen träge wird. Ja, ja. Im Sinne von... Okay, aufbereiten, abkochen, filter... Ist ja auch nervig. So, ne? Wenn du das mit vier Liter am Tag machst. Wenn die Hemmschwelle bei den Menschen so groß ist und die keinen Bock mehr haben, saufen die das so. Ich glaube auch, die saufen das so. Und dann ist es im Endeffekt eine 50-50-Geschichte. Kann gut gehen. Ja. Kann aber auch... In die Hose gehen. In die Hose gehen. Haben wir ja letztes Jahr im Endeffekt gesehen. Ja. Es gab bei... Auf Panama mehrere Leute, die ja dann irgendwie... Ich glaube Sascha hatte auf jeden Fall ja Probleme. Ich hatte zwischenzeitlich auch Probleme bei den starken Regenfällen. Und manche konnten es einfach so trägen, ohne Probleme. Ja. Let's it. Ist halt jeder Organismus und jeder Körper natürlich einfach anders. Ja. Es wird vielleicht noch so kälter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, zurück am Camp Hier gibt es erstmal ein bisschen Abendbrot Bärchen Bisschen Energie rein Die Frage ist, wie viele Kalorien haben die Kanada Heilbeeren? Haben die Kanada Heilbeeren? Wir wissen es nicht Aber es füllt zumindest mal ein bisschen in den Magen Die Sonne steht tief Die lassen wir uns schmecken Bis später Doch da drüben war ich Da war ich Aber da hinten war ich nicht Das war ich nicht Also, wir sind zurück an unserem Camp Haben gerade, ihr gesehen habt, noch was gegessen Von da hinten Aus der Region kommen wir für die Süßwasserquelle Aber in der Richtung waren wir noch gar nicht Wir waren einmal kurz hier vorne, um was zu holen Aber ansonsten ist das unexplored area Und was fällt uns aber auf Es ist alles voll mit Spuren Die sicherlich schon ein bisschen älter sind Aber die nicht von uns sind Also, da oben geht einer lang Hier geht einer lang Hier ist eine richtige Autobahn Es ist alles voll Und das sind alles kleine Tabs Guck mal Also, worauf ich hinaus will Das sind alles Balls Spuren Das sind nicht Das sind unsere Sind das unsere? Ja, wir haben erst Hier Bis zu dem sind unsere Oder nach Weil hier haben wir Zeug geholt Das weiß ich noch Aber ab hier ist Schluss Also, was jetzt kommt Kann nicht von uns sein Aber das ist Das sieht zum Menschen nicht aus wie Das sieht sich doch aus wie Wie eine Menschenspur Also, das ist krass irgendwie Oder ist das eine Bärenspur Die verdrückt ist oder so? Ja, bin ich auch gerade Am überlegen Weil hier sind irgendwie Große Spuren auch dabei Also hier, wie gesagt In dem Bereich Waren wir noch gar nicht Aber es ist alles voll Und es sind so kleine Tippsel da Aber hier sind auch so richtig dicke Guck mal hier Also, das hier Ist definitiv keine Menschenspur Weil hier vorne hast du noch die Toast Also, die Nails Es könnte echt sein Das ist das Bärenspuren Jetzt mal ohne Scheiß Ja, kann das sein Aber Leben Bären und Wölfe Gemeinsam in einer Area Es ist halt alles voll Ja, man bräuchte jetzt hier So ein Exemplar Wo man ganz Aber was klein ist es ja auch Oder wie es guckt Okay, ja Hier Boop, boop Boop, boop Irgendwas, was klein ist Und springt Aber weißt du, was ich mir vorstellen kann? Wir haben ja gesehen, dass hier Otter drin ist Ja, vielleicht sind es noch Otter Ja Das ist ein Otter-Spur Aber guck mal Das hier Das passt halt Das passt halt perfekt Auf eine Menschenspur Guck mal Hier auch Zack, guck mal hier Zack, zack, zack Aber die sind halt älter Aber hier Hier, hier, hier Ja Ja Ah Was ist das hier? Das sieht komisch aus Weil das ist ein bisschen Sieht frischer aus Aber das ist so Ja, also Wolfe Ja, wir haben die ja schon einmal Richtig klar gesehen Vielleicht ist das auch irgendwas kleines Vielfraß vielleicht auch Also es ist irgendwie eine Mischung aus Wolfsspuren und anderen Sachen Also hier gibt es verschiedene Spuren Die von hier aus ins Landesinnere gehen Und deswegen gehen wir den jetzt einfach mal hinterher Ja, jetzt sollten wir aufpassen Ich habe keine Lust in seinem Wohnzimmer zu stehen Aber guck mal, wie flach das hier plötzlich ist Warte mal Kann man hier nochmal laufen? Na ja Aber siehst du das? Das hier so aussieht Als würde hier so ein Pfad lang gehen Ja Ich will einmal da Um nur da rein zu gucken Ja, jetzt komm Jo Und schon bist du wieder bis zur Hüfte weg Lecker eins auf Ne Okay Pull ich jetzt, oder? Also ich hänge Ich weiß nicht, ob ihr es seht Aber vielleicht geht es da wieder hoch Aber ich hänge hier bis zum Nippel Also wenn es nur bleibt, ist es scheiße Aber es könnte ja auch nur so ein Loch sein hier Also ich hänge hier komplett bis zum Nippel im Busch drin Und da oben geht es überall so weiter So ist es Wenn man da steht Da, da, genau Du kriegst da nochmal einen kleinen Einblick Wie tief Das scheiße hier ist Für den Biss Ja Bauchnabel weg Also da wird es immer schlimmer da oben Das ist krass Man denkt, man kann da einfach drüber laufen Aber ist nicht Ohne wird es jetzt wieder besser Oder auch nicht Hier geht es An dem Rand Sobald du da Keine Scheiße Wenn du ein paar Meter drin bist Bist du teilweise bis zum Nippel weg Ja Krass, ne? Oh Mann, ey Also wir sind jetzt komplett Auf der anderen Seite Dieser riesigen Bucht Ja, krass Guck mal Jetzt können wir auf die Seite Von der Winz sehen Ja Also Zum Beispiel Ganz dahin ist die Süßwasserquelle Da in der Mitte Ist unsere Unterkunft Und Ja Es gibt ja immer noch das Problem Der Nahrungsbeschaffung Was nicht ganz so optimal ist Deswegen wollten wir auch Uns den Bereich hier angucken Weil hier ein bisschen mehr Felsen sind Dass man eventuell irgendwelche Tidenbecken hat Wo was drin ist Beziehungsweise Krabben Die hier irgendwie umherspringen Weil bei uns Ist Ebbe Aber das thematisieren wir gleich nochmal Später Wir haben ja noch ein paar Gedanken Die wir mit euch teilen möchten Okay, also hier bin ich gleich gespannt Tatsächlich wie das da aussieht Aber wir gucken erstmal hier um die Ecke Was uns hier erwartet Ah, guck mal Das ist eine einzelstehende Insel Ja gut Das ist halt einfach Die nächste Wesige Oh hier Oh ja Hier hat man diese ganzen Bäckern Okay Also Krebs Achtung Da drauf Und da rennt er los Gesehen? Oh mini 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 Ja super mini Aber davon eine größere Handvoll Hier auch wieder Krebs Gesehen? Ja der ist unter dem Stein Der war so klein Der ist hier Okay, also hier haben wir zumindest schon mal diese Becken Hier hinten ist auch alles voll Aber so richtig was Ist jetzt hier Wie beim Survival Guide ist es ja nicht so Direkt schon Also wir haben gerade Krebs gesehen Die waren so Könnte man natürlich irgendwie als Köder nehmen Aber ja Was ist einer oder brauchen wir? Brauchen wir Ja genau Also wir sind auch auf der Suche nach einem Spot Wo man halt im Meer angeln kann Ihr habt ja vorhin die Wellen da gesehen Die irgendwie 2, 2,5 Meter hoch waren Da kannst du ja nicht einfach eine Angel reinschmeißen So wir brauchen irgendwie so eine kleine Ausbuchtung Wo man keine Wellen reinknallen Aber Schwierig Ist nichts drin Also klar man hat hier was drin Aber nur damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt Schnecken In der Größe Also das ist halt Davon sind recht viele drin Aber mehr halt auch nicht Alles mini 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 Schnecken Und mini 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 Krebs Ja es ist was drin aber es ist alles Es ist alles so klein Also gefühlt kleiner als eine Beere Die wir gepflückt haben Also ich kenne tatsächlich sehr viele Regionen auf der Welt wo ich schon war Wo es so ähnlich aussieht Und sobald du hier langläufst Reucht und fleucht das an jeder Ecke Überall Krebs und Krabben Die irgendwo lang gehen Ins Wasser springen und so weiter Aber hier ist gar nichts Das ist wie tot Das ist komplett tot Tja Ich jetzt auch nicht so genau Weht sich jetzt auch nicht so genau Ja wir machen jetzt ein paar Steine heißen Und dann gucken wir uns hier Stimmt wir müssen eigentlich nur so ein paar heiße Steine jetzt in diese Pfütze schmeißen Ja zeig dir mal Das ist denn so schnell Kann doch so ein Fisch sein Zack Ich sehe gar nichts Extrem schnell Einfach ein paar heiße Steine in das Becken rein und schon Oh da sehe ich Guck mal da sind Einsiedler Krebs Da ne Ja ja Aber Ultra Ungefähr so groß wie mein kleiner Fingernagel Na ja gut Komm Weiter Das ist ja alles mini 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 Davon wird keiner satt Da brauchst du mal ein Feuerpfad machen Okay Ich hab da drüben gerade einen Fisch gesehen Ja So Pippa Po Ungefähr So anderthalb Zentimeter schätze ich Oh ja hier sind welche drin Also hier sind Fische drin Ich hab hier gerade welche Flitzen sehen Ja das meine ich ja Das hab ich auch schon ein paar Mal gesehen Aber die sind halt so anderthalb Zentimeter ungefähr Also das Hier ist zum Beispiel ein Bereich Der kommt immer frisches Wasser gerade rein Aha Aber auch frei Ein einziger Krebs oder irgendwas Ja hier Hier wäre das das erste Mal was Guck mal Das könnte man ja essen Jetzt gerade ernst Ich sag nur Man könnte es essen Kochen Ist so ne Kein Ahnung wie die Muschelart heißt Aber die kannst du essen tatsächlich Echt? Ja Der Punkt ist aber Und das muss man den Leuten noch sagen Wollen wir das nachher nochmal klären Oder wollen wir das gleich auch machen Die sogenannte Red Tide Ja können wir jetzt hier eigentlich kurz machen Ja Problem ist bei der Red Tide Es bilden sich Rotalgen Die dann quasi von Organismen Die nicht Wie Fische oder Krebse Ein Filtersystem haben Eingelagert werden Das heißt wenn du dir jetzt Schnecken Oder wie wir heute Morgen leider Einen Fehler gemacht haben Meines Erachtens Seetank Seekras probierst Kann es sein Dass du diese Rotalge zu dir nimmst Und die wirkt halt neurotoxisch Irgendwie auf deinem System Und kann zum Tod führen Beziehungsweise führt dann auch In Übermengen zum Tod Das ist halt so ein Punkt Toi, toi, toi Mir geht es gut Also Mir geht es auch gut Man muss dazu sagen Dass wir das sogar vorher Einmal in so einer Übersicht Gecheckt haben Für die komplette Region Genau Und unsere Region Und das war alles markiert Als Ja Rotalgenaktion So Bedeutet Selbst wenn wir jetzt hier Die dicken Muscheln Oder die Miesmuschel finden Wäre es dumm Sich das einzufeuern Ist halt wie mit dem Wasser In der 50-50-Geschichte Es kann sein, dass es gut geht Kann aber auch sein Dass du einen Hirnschaden Davon kriegst Oder im schlimmsten Fall stirbst Ja Schwierig 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 Alter Das ist schwierig Wenn Dann muss es ein Fisch Oder ein Krebs sein Aber auch hier Das wäre eine geile Stelle Aber es ist nichts drin Da siehst du wieder diese Einsiedler-Krebse Aber alles mini Sieht aus wie Spinnen Die unter Wasser leben Ja Guck mal Das ist alles voll Boah Das ist ja geil Aber es sind alle Alle ganz klein Ja gut Blenden die noch irgendwelche Geile Musik rein Sonnen Dann 2 1 2 4 4 4 Das kommt doch mal näher, ne? Ja, ja. Das kommt definitiv näher. Ah, er geht ihm mal in das Herz auf. Wie hoch der rausguckt. Geil am Strom. Also hier wurde auf jeden Fall irgendwas getötet. Guckt mal an, hier sind überall Federn. Hier unten auch, da ist alles voll. Selbst im Wasser sind überall Federn. Achte mal drauf, wie da unten sich der ganze Boden bewegt. Oh ja. Also hier sehe ich noch eine Chance, um... Wieso? Weil die Wellen größer war, ne? Ja, wir müssen uns ranhalten. Ich glaube, entweder kommt die Flut oder... Es kann sein, dass die Flut jetzt kommt und wir hier gleich... Aber es ist schon mal ganz gut zu wissen, dass wir hier einen Ort haben, wo wir so ein bisschen mal was ausprobieren können. Aber es ist halt alles super klein. Und da drüben steht der Otter und guckt uns zu. Zack, weg ist er. Der Frechdachs. Ich hab den Schnabel gefunden von dem Knie. Echt? Ja. Er ist nicht von übrigen. Ich würd' sagen, es ist ein Federn. Ah, hier oben. Mit weißem Federn noch nicht, oder? Ja. Boah, krass. Ach nee, das war so hier so ein Möwen-Limitat. Boah. Schon... Schon ordentlich. Ja. Ja. Guck mal, den Ton nicht da. Ja, das ist richtig. Also Fakt ist halt, wir haben hier ein paar Becken, wo Krebse drin sind, verschiedenster Art, irgendwelche kleinen Fische und so weiter. Ja. Aber maximal so die Größe. Und da ist so viel Schale und Zeug dran, dass sich das... Das wird sich nicht rechnen. Das Einzige, was man machen kann, dass man die nimmt, um die als Köder zu nutzen. Und vielleicht in so einem größeren Becken, wo man nicht mal mehr reingucken kann, zu fischen. Ob da irgendwas anbeißt, keine Ahnung, wie groß da irgendwelche Fische drin sind, wissen wir auch nicht. Aber wie gesagt, wir brauchen nicht anfangen mit so kleinen Mini-Dinger, das ist feller Quatsch. Wenn du dafür Feuer machst und alles, verbrauchst du mehr Energie, als dass du Energie aufnimmst. Boah, der surft da richtig, der Otter. Das ist ein Surfer-Otter. Wie der guckt, ne? Der beobachtet uns richtig. Na klar, die haben uns auf dem Schirm komplett. Zaaack. Geil. Wir wollen natürlich keinen Versuch. Wie sagt man das? Wir wollen natürlich alles probieren, was in unserer Macht steht. Deswegen sind wir jetzt auch hier ein paar Mal noch ins Waldgebiet rein, um zu gucken, ob man hier irgendwie weiter durchkommt. Aber guckt euch das an. Hier am Anfang kann man noch ein bisschen laufen. Geht ganz gut. Und dann stehst du aber hier wieder vor einer Wand. Und ich sag das ganz ehrlich, diese Vegetation von der Höhe, von der Dichtheit ist krasser als in jedem Dschungel, in dem ich war. Da hast du immer die Möglichkeit, ein bisschen was zu umlaufen, dich freizuschlagen. Aber hier, also das ist, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt, aber dieser Busch da oben, wo du Thiritsch jetzt hier durch musst, ist vier Meter hoch. Das ist alles dicht. Keine Ahnung. Die einzige Möglichkeit, die wir aktuell sehen und das ist unser Plan für morgen, dass wir, wo wir unser Lager haben, dahinter kommt der Wald, wo wir unser Material herkriegen für den Schelterbau, dass wir dort versuchen, uns weiter ins Landesinnere reinzuschlagen. Wir haben ein bisschen die Vermutung, dass hier quasi wie so eine Art Küstenstreifen ist, was die Vegetation angeht. Und wenn man den einmal überwunden hat, dass dahinter vielleicht besser wird. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die man vielleicht auch noch dazu sagen muss. Zumindest ist das so ein bisschen unsere Vermutung, weil wir natürlich auch den Helikopterflug und so weiter und mit dem Wasserflugzeug beobachtet haben, wie so die Gegebenheiten sind. Und wir haben ein bisschen das Gefühl, dass das hier quasi, sag ich mal, Festland ist. Oder bzw. Vancouver Island, die große Insel. Und dann gibt es hier die Insel, auf der wir sind. Und hier ist der Pazifik. Also quasi genau so gucken wir gerade. Und wahrscheinlich ist zum Beispiel die Rückseite der Insel, auf der wir nicht sind, eine ganz andere Vegetation, weil die natürlich ein bisschen geschützt ist. Aber wir sind an der Front. Wir sind an der vordersten Front vor dem Festland. Genau quasi gucken auf den Pazifik. Und dadurch ist hier vorne natürlich komplett die Hölle los. Also es kann gut sein, dass vielleicht andere Teilnehmer auf der anderen Seite der Insel sind. mehr zu Vancouver Island an sich, zu der großen Insel zugewandt sind. Und dort die Vegetation ganz anders ist. Ebbe und Flut anders ist. Ebbe und Flut vielleicht nicht. Nein, aber dass das Meer quasi anders ist. Weil wir sind hier komplett an der Front. Und es kann gut sein, dass diese ganze Meeresbriesenluft, die hier immer rein strömt, auch einen großen Anteil an der Vegetation und an dieser Dichtheit hier irgendwie mit sich trägt. Ich kann nicht reden Leute, keine Ahnung. Man wird doch langsam ein bisschen macho im Kopf. Wir gehen jetzt erstmal zurück ins Lager. Der Tag neigt sich im Ende. Essen noch ein paar Bären. Und werden aber nachher noch einen kleinen Talk mit euch führen, wenn wir im Schlafsack liegen. Ja, ich merke mich auch mal mit meiner Kamera. Zwar auf erst auf dem Abend, aber ich habe gerade tatsächlich Toilettenpapier gefunden. Nein, keine Angst, kein Toilettenpapier, was jetzt angespült wurde, sondern das hier wurde uns von Indigen Einheimischen gezeigt. Das ist halt ultrasamtig. Das ist rau, aber die Seite kannst du dir wunderbar zum Popo abwischen nehmen. Sehr, sehr geil. Fritz macht gerade da drüben eine kleine Erkundung. Weil wir halt immer noch nicht geschafft haben, irgendwie einen Weg ins Landesinnere zu finden, haben wir auch gerade beschlossen, dass wir morgen, nachdem wir was an Bären haben und Trinkwasser, dass wir uns dann ins Landesinnere irgendwie versuchen durchzuschlagen. Weil wir die Vermutung haben, dass vielleicht auch noch ein See ist oder irgendwas. Aber zu 100 Prozent weiß man das nicht. Und ja, so schön der Strand auch ist, aber gegen drei Meter große Wellen brauchst du keinen Angelhaken werfen, das macht keinen Sinn. Aber schön ist trotzdem, das kann man nicht anders sagen. Joa, wir werden jetzt mal zurück zu unserem Shelter laufen und dann, äh, oha, Adler. Davon habe ich schon ganz viele gesehen hier, äh, von den Weißkopfseeadlern. Also, die sind hier überall. Ich versuche noch mal einen auf dem Camcorder zu kriegen, es ist aber nicht so einfach, weil die immer sehr, sehr hoch fliegen. Naja. Dann wollen wir mal in Richtung Shelter laufen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo Toilettpapier ist. Ja. Ja. Körbchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Rest, muss ich sagen, ist fein. Es ist nur die Nahrung, die ein bisschen schwierig ist, aber sonst geht es. Ja, ich schließe mich dem an und sage gute Nacht. Ja, Ende von Tag 2, gut Nächtle. Wir sehen uns morgen früh. Tschüss. Tschüss. Außer der Wolf kommt noch, dann schmeiße ich nochmal an. Ja, ich würde mich immer aus der Sturm frohen. Ich versuche gerade in Unterhose, so ein bisschen die Verästung noch wegzumachen, weil wir wollen die Folie rüberspannen. Haben wir aber natürlich in unserem guten Glauben nicht daran gedacht, dass es doch eventuell einen Wetterumschwung geben kann. Den gibt es gerade. Ich habe so das Gefühl, wir sind halt voll drin, voll so in so einer Wolke. Also man muss halt fairerweise sagen, jeder denkt sich so, ey, seid ihr dumm? Kann doch immer anfangen zu regnen. Vielleicht hat man sich vorher mal einen Wetterbericht angeguckt und im Wetterbericht stand, dass es eigentlich nicht regnen soll. Aber gut, man wollte quasi vielleicht einen kleinen Schummler machen und kriegt jetzt die Retour kurz dafür. Deswegen fangen wir jetzt an, hier nachts um zwei um drei in Unterhose im Regen an am Schilder zu arbeiten. Ich stelle nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so voll nimmt, wie das hier, was hier abgeht. Ich glaube so ein bisschen, ja. Ja, ja, doch, hier sieht man das gut. Das ist halt, als wäre man in der Wolke, als wäre man die Wolke. Ja, ja. Shit. Ich komme jetzt in die Welt vorbei. Und ich kann auch sagen, am Anfang habe ich als Sterne gesehen und bin halt so mehr oder weniger weggeschlummert. Und das war alles super. Das war komplett blauer Himmel. Ja, ich habe auch überhaupt kein Zeitgefühl. Ich würde dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange waren wir jetzt weg. Ja, ich auch nicht, das ist weit zu beraten. Oh, scheiße. Ja gut, okay. Hilft ja nichts. Leben in der Lage. Ja, wir bauen hier mal um bis später. Ja, wir bauen noch schnell ein Dach drauf. Bis später. So, ist drauf. Also, das Ganze ist jetzt ein bisschen improvisiert. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber wir sind quasi in einer Wolke, so fühlt es sich an. Es ist alles klitschnass, es ist kein klassischer Regen. Und diese Wolke kommt halt hier rein und dadurch regnet es dann auch von den Bäumen ab, weil es jetzt immer wieder schlägt, sag ich mal. Die Folie ist jetzt halbwegs improvisiert. Es kommt super viel Wind runter. Ihr seht es hier, wie die sich aufbauscht. Wir hoffen, dass sie hält. Es ist schon alles klitschnass, von innen, von außen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen Risiko eingehen und gucken, ob die das überlebt oder nicht. Weil eigentlich war die als Zwischenschicht gedacht. Das wäre ein kompletten Shelterborn, ein komplettes Dach, das ein bisschen abdichten, sag ich mal, mit Moos, was wir hier überhaupt nicht haben. Jedenfalls nicht ordentlich. Dann die Folie rüber und dann nochmal abdichten. Aber, ja, haben wir bisher nicht. Das ist bisher einfach nicht machbar gewesen zeitlich. Und, ja, das ist jetzt die improvisierte Situation. Wir gucken, ob es funktioniert, ob die Folie flöten geht und wie wir die Nacht überstehen. Keine Ahnung. Hättet mich gerade so hoch. Hätten wir einfach die Scheißdäne hier weggelassen und einfach freilich das Dachkönig gebaut oder so. Aber hätten wir auch noch nicht geschafft in das Vorhaben. Nee, glaub ich auch nicht. Ich hab richtig Baller, dass die Folie nicht hält. Ich sag dir, wie es ist. Dass die einfach reißt irgendwo. Weil der Wind einfach zu stark ist. Ja. Ja. Lassen Sie lernen. Ja, ja. Also Schlafsack ist auch schon komplett kippe. Ja. Das ist alles kritisch. Also mit einem richtigen, ordentlichen Tarp kein Problem. Ich denke, diese Dyneema Folie zum Beispiel von Max und Dramatra, die hält auf jeden Fall. Die wird nicht groß genug sein, schätze ich mal, dass du richtig geschützt bist. Aber da hast du nicht das Problem mit dem Wind. Aber ist egal. Wir können uns nicht ändern. Wir passen uns der Lage an und versuchen uns besser daraus zu machen. Also mit einem neuen Kuchen. Und dann mit einem Kuchen. Und dann mit einem Kuchen. Und dann mit einem Kuchen. Hallo Martin. Möchte ich mir was zeigen? Oh, Trinkwasser. Ich habe hier ungefähr zwei Liter Trinkwasser. Unsere Schlafsäcke sind von außen flitschnass. Ja, aber nur von außen. Das ist krass. Hast du noch extra eine Stange passt? Das ist von außen pitsche patsche nass. Das ist alles hier. Ich raff nicht mal wie. Na, aber hier, durch den Wind, der hier durchgeht, bleiben die Wassertröpfchen hin. Die sind nicht hingeliehen. Aha. Also ich habe das Gefühl, dass es so langsam schon dämmert. Bisschen heller. Ja, so nie. Und dadurch, dass es natürlich immer noch regnet und komplett zugezogen ist, wenn man auch keine Sterne sieht, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber das hier ist krass. Mit dieser Wasserblase hat natürlich den Vorteil, wir haben Trinkwasser gesammelt. Das flattert nicht so, oder? Und es flattert nicht so. Und ich glaube, es ist noch im Maße, wo man sagt, ja, das ist noch okay irgendwie. Also ein bisschen Spannung ist hier drauf, aber nicht zu krass. Ich denke, du könntest das gut einschätzen. Ja. Ja. Und meine Haare haben langsam schon so einen kleinen Mockigkeitszustand erreicht, dass ich die auch so stylen kann. Cool. Drei flavor manterinci. Mitten in einer Losin fora frisur sitzt. Ah... Auf meiner Reise habe ich immer drei recordertow! Damit sitzt meine Frisur! Aber welche informiert? Ach ja, Freunde, von der Theorie her müssten wir heute unseren Shelter weiterbauen, aber dafür müsste es heute auch aufhören zu regnen, weil das krasse ist, es regnet jetzt ja wirklich seit Stunden, 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 ne? Also wir sind ja zum Sonnuntergang pennen gegangen, seit Mitteln aufgewacht, keine Ahnung, wir haben vielleicht zwei, drei Stunden gepennt, so gefühlt vom Blödigkeitszustand und jetzt halt morgens, das heißt, das hat jetzt bestimmt fünf, sechs Stunden lang geregnet. Ist schon, oder anhand dieser Wasserblase, wo schätzungsweise so anderthalb Liter drin sind, ist es auch schon ein bisschen was, was runtergekommen ist. Ja, 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 ja. Und ich muss pieseln. Ich meine, so schwer ist das alles nicht. Ne, das ist ja auch nicht. Ne? Ne, das ist halt auch einfach nur das Mindset. Das ist alles Kopfsache. Ja, das ist Kopfsache. Pass auf. Ja? Redet ja nicht. Das ist quasi ein Fehler in der Matrix. Redet nicht, das ist Mindset. Sprechig, das ist Kopfsache. Das ist einfach eine Einbildung mit dem Regen. Ja. Oh. Oh. Ja, ja, Leute. It läuft. Ach so, was macht der Rücken eigentlich? Reden wir nicht dran, aber ich würde einfach nicht da... Also die Nacht war natürlich perfekt. Einfach nur komplett hinten rein, weißt schon. Und es war trocken mit Anlauf. Gut, okay, thematisieren wir das erstmal nicht weiter. Und warten wir, bis es hier irgendwie ein bisschen heller wird. Tschüss. Ja. 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 Töck. Alter, Leute, ich wollte eigentlich nur schnell pinkeln gehen, aber ich muss euch ganz kurz mal zeigen, wie es hier draußen aussieht, am Meer, holy moly, Sichtweite 100 Meter, krass, ja, ja, erst mal, ein Strohleuchchen, wir pinkeln immer übrigens hier in den Eingang zu unserem Shelter, zur Abwehr vor wilden Tieren, bisher hat es geklappt, boah, ist das rough, ey, es ist richtig windig, der Ozean ist richtig am Poben, es fängt überall der Nebel und die Wolke drin, wir sind, das ist kein normaler Regen, sondern es ist so, als wenn du in den Bergen bist und in der Wolke dich aufhältst, wir sind in den Wolken, das ist so krass. Das hängt hier alles komplett drin, boah, das ist alles klitschnass. Hier haben wir schon so eine kleine Schneise zu unserem Lager. unser Shelter, ein Regenjack hier vorne, kompletter Marsch, Martin hat mittlerweile auch eine kleine Reihefütze. Ja. So, mein Martin, hallo, hallo. Ja, 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 ist es rough heute. Heute ist es rough und vor allem nass, sehr, sehr nass. So, Freunde. Das hängt hier zusammen. Also ich war jetzt gerade hinten im Wald, da ordentlich was rausgeschnitten. Ich habe hier so Hüfthöhe Stämme geholt, um damit die Plane leicht zu beschweren, damit hier nicht mehr das Wasser rein fließt und das Ganze ein bisschen stabiler ist. Vorne pfeift es natürlich immer noch ordentlich, aber das Ganze sieht jetzt schon deutlich besser aus. Ist natürlich nur eine ganz schnell improvisierte Lösung, aber besser als nichts. Auch hier nochmal, da ist die Plane ein bisschen straffer. Zick. Und eine Sache haben wir gerade festgestellt und jetzt verstehen wir auch ein bisschen Natur hier. Und zwar hat man an der Frontseite zum Pazifik, an der wir sind, quasi die ersten 50 bis 100 Meter überall so völlig verkrüppelte Zeternschneen, die ihr auch hier im Hintergrund seht. Und danach sind die Bäume irgendwie gerade. Das liegt daran, dass durch den Wind und diese Wolken, die ihr seht, das ganze nasse Zeug hier reingespült wird, Salzwasser und so weiter und die deswegen so krüppelig wachsen und dort hinten, wo ich gerade die Bäume rausgeholt habe, da regnet es gar nicht. Da sieht es deutlich besser aus oder es ist sehr dicht. Worauf ich hinaus will ist, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir auf so einer großen Insel hier sind und Teams auf der anderen Seite sind, die Seite, die zu Vancouver, zum Festland, sag ich mal, zur großen Insel ausgerichtet sind, dass die überhaupt nicht so eine Situation haben wie wir. Da ist es vielleicht ein bisschen bewölkt, aber da ist es weder so windig noch so regnerisch. Aber wir müssen natürlich einfach mit den Gegebenheiten klarkommen, die wir hier haben. Ja, Außenreporter Meinecke meldet sich ab. So, Herr Weinmann, Martin, wie geht es Ihnen? Gut. Besser, schlechter, gleichbleibend? Ich sag mal so, nach der Nacht ist es definitiv nicht besser. Ich habe nur Sorge, dass ich irgendwann aus diesem Kälbe nicht mehr rauskomme. Ich musste gerade raus und pinkeln, da merke ich, dass ich mein linkes Bein schon nicht mehr hochkriege. Hier runter ist alles taub. Rechte Seite. Der Anfang der Nacht war echt gut. Ich bin da mit dir eingeschlafen. Ich dachte so, cool. Und so null, keine Ahnung, zwei Stunden, drei Stunden später. Ich weiß nicht. Kannste nicht sagen. Als ich das anfing hier, dachte ich, das war auch für den Kopf. Ich war einfach wach. Ich bin von einer Seite auf die andere Seite gedreht, immer gehofft, dass die Plane hier abweist. Immer eh ein Auge auf, dass du guckst, ob die Plane schon weg ist oder eingerissen ist. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt nicht gehalten hat bis jetzt. Also toi toi toi. Krass, dass die Plane... Also wir sind gestern Abend, da haben wir noch gequatscht und gesagt, ey, wir gehen jetzt auf Risiko. Was sollen wir machen? Wir hoffen, dass die Plane hält und sie hat tatsächlich gehalten. Wir haben darauf geachtet, dass nirgendwo Äste dran sind. Wir haben alles richtig schön immer entasselt, abgesägt und so weiter. Aber es kann ja auch einfach sein, dass durch den Wind, der hier reinknallt, die einfach irgendwann schuppert und reißt, klar, oder irgendwo über so eine Stelle, dann dünner wird, ja. Aber sie hat gehalten. Wir hatten ja eigentlich vor, Rettungsdecke mitzunehmen. Und ich habe mein Video, mein Trainingsvideo getestet. Und da war auch ein bisschen Wind. Und da ist wirklich nur so ein Mikromillimeter eingerissen und die komplette Rettungsdecke war fritte. Also wirklich, also wir hätten jetzt schon lange keine mehr. Also das ist krass. Gut, dass wir das nochmal auf dem Schirm hatten. Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt mal einen kleinen Plan machen, wie wir weitermachen. Ob wir jetzt hier irgendwie uns einen ablachsen, ob wir uns da hinten mal weiter ins Inland durchschlagen. Das Problem ist, dass es halt alles klitschnass ist. Und sobald wir einmal durch so eine hohe Hecke durchgehen, ist halt alles fritte. Das kostet halt auch Kraft, ne? Oder ob wir vorne am Meer lang gehen, mal die Wildkameras checken und neues Wasser holen erstmal. Bären sammeln ein bisschen, wenigstens. Ja, ja, klar. Musst ja auch was machen. Also genau, mein Plan wäre, wir gehen Richtung Wildkameras, gehen dann Richtung Wasser, filtern, bisschen Bären, unsere Routine, um erstmal in den Tag reinzustatten. Ja, ja, klar. Gucken dann, ob sich das Wetter vielleicht sogar dreht oder nicht. Und wenn wir dann Kraft haben, könnte man quasi am Nachmittag mal hinten in das Gebiet rein. Weil wir haben einfach gemerkt, ja, alle sagen immer, man kann sich hier von der Küste ernähren. Sobald du in der Küste bist, hast du alles, was du brauchst. Ja, sei mir mal nicht böse. Komm mal her und zeig mal. Ja, komm mal her und mach mal. Deswegen ist halt unsere Idee, dass wir uns vielleicht ins Landesinnere weiter vorschlagen. Dass wir da vielleicht irgendwo einen See finden oder nochmal einen Fluss, der mehr trägt. Dass wir Fische haben, dass wir nochmal eine andere Süßwasserquelle haben. Also alles in allem. Also ein Ort, an dem wir quasi wirklich uns um die Nahrung kümmern können. Ja, vielleicht brauchen wir da nochmal ein neues Haus. Das wäre krass. Und dass da vielleicht dann doch irgendwo noch niedrig wild unterwegs ist, weil, weiß ich, hier vorne ist irgendwie... Das ist so eine No-Go-Area. Ja, es ist wirklich wie so eine Danger-Area, wo dir jeder sagt, ey, nee, mach das mal nicht hier vorne. Und wir sind schon im Wald drin, ne? Also, naja. Egal. Trink einen Schluck und dann geht's los. Wo ist denn dein Krückstock? Scheiße, du peckst vorne. Wo ist Marlin sein Krückstock? Wo ist Marlin sein Krückstock? Du musst du mal holen. Leute, Marlin geht's gar nicht. Guck mal los. So, das ist das Foto. Die hat noch rausgelöst. Oh, Alter, warte, wir spielen ab, wir spielen ab, wir spielen ab. Auf, Shot ist ab. Shot, Shot, ja. Boah, ist das gruselig, oder? Da ist schon passiert. Da ist schon passiert. Das ist die Aufnahme, wo es schon passiert ist. Okay, warte mal, Stopp ist okay. Wir gehen runter. Das ist das Foto. Aber das scheint zu sein. Die 28er. Shot. Oder die liegt da schon mit dem Gesicht auf dem Boden. Und der Wasser hat sie nochmal umgedreht. Okay. Hast du gesehen? Ganz leicht war dicht zu sehen. Okay, warte, dann gucken wir mal weiter die Aufnahme durch. Das ist gleich los. Das kann nicht sein. Ich sehe sowieso gar nichts, gar nichts, gar nichts. Oh. Na, da gehen wir. Das waren... Da gehen wir. Das war unsere, ne? Das war die Zurückaufnahme, wo die auslösen. Das ist aber ein Foto gewesen. So, und hier können wir jetzt abspielen. Boah, das ist nur... Alter. Ja, aber guck mal da. Das ist der übelste Regen. Der komplett quer geht. Deswegen flackert das so. Aber der kennt nichts richtig. Ach, aber du siehst, dass da die Hölle los ist, Alter. Das ist ja völlig krank. Dass von einem Tag auf den anderen das Ding komplett eskaliert. Ja. Kanada ist anders. Definitiv. Ja, das ist das Wasser. Boah. Ja, das ist da im Moment, wo es umgekickt wird. Alter. Da hängt die quasi auf den Boden. Wir haben sie ja gefunden. Ja. Und jetzt siehst du das Wasser. Vielleicht gab es doch noch eine riesen Tsunamiwelle heute, die alles zerfegt hat. Na ja, dann wäre die Kamera weg. Also das... Ich glaube, es war einfach eine richtig kante Flut. Ja. Jut. Wir haben die Kameras wieder. Sorry. Wir sind wieder an unserem Wasserspot angekommen. Allerdings sind die kompletten Fußstapfen, auch auf dem kleinen Hügel hinter uns, die ja von uns sind, komplett weggewaschen. Das heißt, das hier stand heute Nacht alles komplett unter Wasser. Und somit ist wahrscheinlich auch der Fluss ordentlich mit Salzwasser vollgespült. Man sieht ja auch, hier vorne drin, überall irgendwelche Meerespflanzen drin liegen. Und auch dort hinten ist alles verschmutzt. Also wenn wir Glück haben und jetzt auf der anderen Seite wieder reinlaufen, könnte da Süßwasser sein. Aber hier können wir aktuell nicht mehr draus trinken. Das durch die Spring-Sturmflut, was auch immer das war, voll mit Salz. Wir checken einmal ganz kurz... Und im Zweifel voll mit Redside. Ja, das kann auch gut sein. Wir checken einmal kurz das Stellnetz, weil irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass das weg ist. Bruder, ich sehe es gerade nicht. Wir prüfen mal ganz kurz die zwei Fischfallen, die wir aufgestellt haben. Ja, du wartest hier. Ja, hier war überall die Flut. Krass. Holy shit. Das war alles unter Wasser. Und ja, das Stellnetz ist weg. What? Ist nicht mehr da. Hier war es. Also wir sind hier schon richtig im Landesinneren, in einem Fluss drin. Das... Alter, hier muss es richtig abgegangen sein heute Nacht. Ich sehe weder das riesen Schwemmholz, wo ich es festgemacht habe. noch sehe ich das Netz. Ich glaube, mit der Langleine brauchen wir gar nicht was anfangen. Eieieiei. Selbst hier stand jetzt alles unter Wasser. Oh mein Gott. Und das Gewässer ist auch komplett verschmutzt. Man sieht richtig, wie das durchgewirbelt ist. ... Das kommt aus. ... Okay, das hat es hier unten komplett verhakt zwischen dem hölzernen Kram. Ja, gerissen. Da unten ist so viel Astzeug rumgewirbelt, dass da die ganze Langleine zerfetzt hat drin. Ich versuche jetzt wenigstens noch die Schnur hier irgendwie zu retten. Okay, ein Stellnetz, eine Langleine weg. Martin hat sich da hinten jetzt hingesetzt und macht gerade Pause, weil er nicht mehr kann. Er sieht echt nicht gut aus. Er hat seit gestern da seinen Krückstock, quält sich übel seiner ab, ist manchmal wie schon benebelt und gar nicht mehr ansprechbar, hat übel die Schmerzen, haut sich hier die Schmerztabletten rein bis zum Geht nicht mehr. Und wir haben Tag 3. Das Problem ist ja auch, dass alles was wir hier machen mit dem Laufen und Rumklettern und Holz machen und sowas natürlich kontraproduktiv für seinen Rücken ist. Aber selbst das Liegen auf dem selbstgebauten Bett ist quasi auch nicht so richtig fördernd. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Leute. Wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt hier Trinkwasser kriegen. Und dafür müssen wir ordentlich ins Flussbett reinlaufen. Schwierig. Tja. Was will man da machen, ne? Vorerkrankungen mit Bandscheibenvorfall und hast nicht gesehen und jetzt knallts rein. Das hält irgendwie auch machtlos. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Och. Na gut. Nicht, dass wir uns noch die Haxen brechen. Diese Kleen. Meinst du, das sind Salzwasserfische? Wenn nicht. Es geht nur andersrum nicht, oder? Guck mal. Wir haben ganz oft jetzt diese kleinen, mini silbernen Fische entdeckt. Essen wollen wir die natürlich nicht, weil die ja schon Ewigkeiten tot rumliegen und wer weiß, was mir denn schon passiert ist. Als Köderfische könnte man sie nutzen, wenn man einen Spot oder eine Falle oder sowas hätten. Ja, also wir hätten dann 2,2 Kilometer. Vermutlich. Also wir wissen nicht, wie weit es ist, aber ungefähr. Mit diesem Titenbecken, ne? Das Problem ist aber, da siehst du ja jetzt gerade nichts. Da siehst du nichts und da ist wahrscheinlich jetzt auch hier absolute Sturmflut und Wind und keine Ahnung was. Aber, der liebe Gott hat uns eine neue Brücke geschaffen, ein neues Riverbecken. Es sieht alles neu aus, das ist so krass. Alter. What the fuck? Ich krieg gar keine Sau. Boah, das war ein geiler Moment. Der war echt dicht. Holy shit. Und da landet er jetzt. Boah, sorry, so schnell hatten wir jetzt den Camcorder zum Filmen nicht dabei. Wir haben sich nicht ein bisschen gesehen. Aber der war richtig nah. Okay Mann, ich filme. Falls du reinfällst, haben wir einen guten Clip. Das ist echt krass. Was ist das hier innerhalb von einer Nacht? Das sieht alles anders aus. Wenn du dir mal die Felsen anguckst, hier vorne. Siehst du das da, diese graue Kante? Ja, diese Kante. Ich denke, da war Wasser. Guck mal, wie tief der Ozean ist. Wir haben jetzt gerade Ebbe. Wir haben rein vom Höhenunterschied. Das sind 4 Meter oder sowas. Ja, locker. 4, 5 Meter. Locker. Wir haben uns auch schon tatsächlich Gedanken gemacht, wie hier ein Rettungsboot oder irgendwas rankommen soll. Oh fuck. Also gefühlt die einzige Chance, die ich gerade sehe, ich habe keine Ahnung, ist mit dem Heli. Aber der Heli fliegt bei soem Wetter nicht. Meinst du? Ja, weiß ich. Also weil die Wellen sind, da kommst du mit dem Boot niemals an Land. Nö. Die sind teilweise 3, 3,5 Meter. Ja. Hier ist auch alles neu. Also unser Plan ist jetzt, dass wir mal richtig ordentlich mehrere hundert Meter, so weit wir halt kommen, in den Fluss reinlaufen, um dann Süßwasser zu kriegen. Und um auch nochmal ein bisschen zu erkunden, ob man da vielleicht besser in den Wald reinkommt. Weil Mali hat auch gerade schon gesagt, die einzige Sache, die er sich eigentlich gewünscht hat, war ein begehbarer Wald. Ein begehbarer Wald. Und das ist halt das Krasse. Wir haben quasi bisher nur diesen Part gefunden, wo wir unser Holz rausholen. wo wir halbwegs ein bisschen laufen können. Aber hier sind wir wieder komplett an der Hecke. Die gute 4 Meter Hecke. Das ist es hier. So, wir haben mal wieder ein Fraßfund vermutlich des Wolfs gefunden, schätze ich mal. Ist sicherlich schon alt und angespült. Aber hier seht ihr das Ganze. Mach mal deine Hand daneben. Das ist schon ordentlich, ne? Die siehst du halt auch ganz klar, dass ich natürlich nur tot war. Ist gebrochen. Gebrochen oder durchgeknackt mit dem Kiefer. Das sieht ja aus wie geknackt. Das ist das richtige. Ja. Das ist eine richtige Bruchkante. Ja. Die Frage ist von der Größe her, das muss halt schon irgendwas in Richtung Reh oder so was sein, oder? Ja. Ja, denke ich auch. Also, einfach nur jetzt von der Körpergröße. Ich sag ja, wir sind halt in der No-Go-Area und dieses ganze Leben spielt sich da drinnen irgendwo ab. Wir haben irgendwie auch die ganze Zeit das ungute Gefühl, dass eventuell andere Teams auf der anderen Seite, die nicht zum Pazifik zugewandt ist. Ein Good Life haben. Ja, dass das ganz anders ist. Ja. Weil wir sind ja wirklich an der Pazifik-Wellen-Wetterfront. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch die Vegetation hier ganz anders. Das ist jetzt auf der anderen Uferseite vom Stellennetz. Und? Auf jeden Fall haben wir zumindest mal unsere Schnur zurück. Ja, das ist schon mal gut. Oh, ich glaube, da ist das Netz. Ja, ja, da ist das Netz. Ach, guck mal. Das ist doch komplett da. Es hat einfach nur das Stück Holz, wo wir es festgemacht haben. Ah, ja, es schwimmt. Das ist wie ein Alligator, Alter. Hey, stell dir mal vor, es wäre jetzt was im Netz. So ein kleiner mitgespülter Barsch oder so. Äh, jo, wir haben einen Gast. Sorry for that. It's a big frog. Kröte. Scheiße. Ja, das war natürlich nicht unser Plan. Der Ballfeuer verendet in unserem Stellennetz. Ja. Mit dem wir nichts anfangen können. Boah, das ist doof. Das ist richtig kacke. Warte mal, ich zieh mal hier. Scheiße. Das ist natürlich genau nicht das, was man wollte. Shit. Ja, das ist natürlich Mist. Absoluter Mist. Sorry Bro. Das war halt Bockmist. Das ist ganz große Scheiße. Wir haben jetzt quasi eine Kröte auf dem Gewissen mit der ganzen Aktion. die wir nicht verwerten können. Können sie halt nur wieder ins Wasser packen. Vielleicht holen sich die Krebse. Ja, das sind alle Krebse und Fische, die holen. Klar. Aber trotzdem. Unnötig. Absolut unnötig. Ja. Das heißt, wir werden das Stellennetz jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr aushärfen. Nein. Ja, das ist halt scheiße. Aber gut. Ja, wenn man es wenigstens noch verwerten könnte, aber man kann es halt nicht, ne? Was willst du mit der Kröte machen? Kannst du nicht essen. Also du weißt ja auch nicht, wie lange sie schon drin hängt da, weißt du? Ja, vielleicht ist sie aber auch vorher schon gestorben durch die Flut oder so. Und ist dann da nur hängen geblieben. Kannst du auch schön reden. Ja. Egal wie, hätte nicht sein müssen. Gut, wir packen mal zusammen. So, wir haben jetzt hier die Wildkamera positioniert. Ich mach die einmal an. Guck. Ja, okay. Ist hier an so einer riesen Wurzel fest. Sollte also safe sein. Und ich hatte jetzt quasi diesen Blick. Also einmal drüben auf diese komplette Landzunge. Auch ein bisschen mit dem Wasser. Und auf Kröti. Und Kröti wird hoffentlich ein kleines Mal für andere Tiere des Waldes sein. Das ist doch, weil mein Knüppel liegt da auch noch. Ja. 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 Selbst hier ist noch dieser Fisch angespült. Das heißt, das war auch. Ja, guck mal hier. Hier ganz, ganz frisch von heute Nacht. Das heißt, wir können hier an der Stelle immer noch nicht aus unserem Plus trinken. Boah, aber wie krass ist das. Die sind jetzt hier schon gefühlt zwei, drei Meter drin. Im Landesinneren. Hier vorne ist immer noch alles voll. Das muss alles unter Wasser gewesen sein. Das ist ja quasi nicht trinkbar. Aber weißt du was krass ist? Hier vom Klima, so 200 Meter drinnen im Wald. Es wird doch heller. Es ist heller. Es ist krass. Ja. Hier ist total schön gerade. Okay. Es ist heller, es ist wärmer, es gibt keinen Wind. Scheiße. Es tröpfelt auch nicht mehr, es regnet nicht. Ja, es ist was. Ich sag dir, die Teams, die auf der anderen Seite sind, der Insel, die haben ein komplett anderes Wetterverhältnis. Ja. So, wie ich es dir gesagt habe, hier ist Schluss. Juuuut. Feierabend. Ja. Und jetzt kommen wir nicht mehr weiter, außer wir fangen an, nackig durchs Wasser zu warten. Sackgasse. Mit dem Kaloriendefizit gerade und meinen Besuren eine sehr schlechte Idee. Einmal weggerutscht, umgeknickt, liegst du drin. Krass, ey. Und das Wasser nicht weg. Steht einfach. Stellenweise zirkuliert das Tier. Ich hab Sorge, dass wir davon einen ordentlichen flotten Ort kriegen. Ich hab eher Sorge, dass wir gleich probieren und merken, es ist Salzwasser. Weil, guck mal, selbst hier sind ja überall noch Muscheln. Ja, ja, ja. Es könnte also sein, dass unsere... Süßwasserquelle versiegt. Dann haben wir ein richtiges Problem. Dann haben wir ein richtiges, richtiges, richtiges Problem. Dann haben wir faktisch keine Süßwasserquelle. Naja, müssen wir probieren jetzt halt, ne? Ja. Wir testen mal, ob wir Süßwasser haben oder ob das kompletter Müll ist. Na, hol mal eine Flasche raus da. Ja. Jetzt fährt die Kamera gerade aus. Was haben Sie gerade gesagt? Ach, nichts. Wiederholen wir doch auch noch mal. Ich hab mich hingesetzt mit meinem Stock und dachte so... Ich fühl mich wie 80. I hurt myself today. Krass, ey. Survival Martin, ade. Ich zieh das durch. Weil wir uns gerade auf der Kamera kurz gesehen haben. Wollen wir das eigentlich mal thematisieren, was du da um hast? Ach so, weiß ja keiner. Stimmt. Also nicht, dass die Leute das gar nicht schaffen? Ja. Ich hab mir natürlich in weiser Voraussicht sogenannte Lumbotrains. Das sind Stützgurte, die den Rücken... Zwei hier. Klar, einer reicht nicht mehr. Einen hab ich mal vor 10 Jahren gebraucht. Aber um den Rücken quasi zu stützen, um eine Stabilität in den Körper zu kriegen... Ja. Jetzt könnte man sagen, dass man das mal sieht. Also ohne das Ding wäre ich gar nicht erst reingegangen. Das hätte gar nicht funktioniert. Also generell, wenn sich jetzt der eine oder andere wundert, regelwerkstechnisch ist es ja so, wenn man Beeinträchtigungen hat, für die man quasi nichts kann, dann darf man natürlich da Sachen mitnehmen. Das ist natürlich irgendwas in Richtung Periode bei den Frauen. Das ist Brillenträger. Das ist in dem Fall jetzt mit einer vorerkrankten Stützkurt oder so. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich glaube, dass Andy oder Gerrit hat auch Bluthochdruck oder so. Man muss auch seine Brillen mitnehmen. Und der Herr Rom hat da sogar seinen Asthmaspray mit. Ja, ja. Sag mal, was sind wir eigentlich für eine Truppe? Wir haben einen mit Bluthochdruckverbetten. Wir haben einen mit einem doppelten Stützkurt am Rücken. Und wir haben einen mit Asthmaspray. Geil. Der Expendable ist eigentlich. Nee, chillig, 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 chillig. Oh, schön. Cool. Nein, mit Wasser. Ich mache jetzt einfach den Test. Weil ich baue mir ja nicht den Filter voll mit Salzwasser. Ich spuck's wieder aus. Nein. Süßwasser. Hä? Süßwasser. Sicher? Schmeckt so. Ich würde jetzt mal eine kleine Filterladung durchjagen. Mal so 100 Milliliter und dann probieren wir mal. Aber ist doch schön, dass wir inzwischen jetzt für Süßwasser noch weiter gehen müssen. Manni, es sind nur ungefähr anderthalb Kilometer. Ja. Die kann man auch mal laufen. Du hast immerhin einen Stock. Ja. Leute, man muss die Sachen mit Humor nehmen, auch wenn die nicht lustig sind. Aber, naja. I hurt myself. Today. Hey. I'm a flexion foolish like a Polish let me down. Boah, ich dachte das war ein Fisch. Ne. War einfach nicht. Aber es war ein Survival-Martin. War eigentlich ein Fisch? Es war ein Survival-Martin. Ade. Ich muss das jetzt schon mal etablieren langsam. Ja, ist gut. Finde ich gut. Andere Idee. Ja. Nenn ich oben mit Prepper-Martin. Gut. Ja, das Problem ist aber dann Stück weit. Die siehst du nicht ja selbst. Ne, ich finde das AD geil. Da waren gerade Fischpreier. Ja, das ist so ein Stück. Die hat jetzt erst mal an Seelen. Erst mal rückspintel, ne? Du. Du musst dich setzen. Tut mir leid. Jetzt nicht setzen, ich setze. Ich setze. Ich setze. Ich setze. Ich setze. Ich setze. Ich hab in Schweden immer so einen Punkt. Probier mal kurz nur, ob es Salzwasser ist oder nicht. Da ist auf jeden Fall Salz drin. Aber wir brauchen noch ein bisschen Mineralien. Echt? Ist da Salz drin? Ja, hundertprozentig. Glaub mir, jeder der mich kennt weiß, ich habe eine absolute Salzphobie. Und ich schmecke dir den kleinsten Grad Salz raus, da ist Salz drin. Ja. Hundertprozentig, kann ich dir sagen. Das ist nicht trinkbar, kannst du knicken. Damit machst du nicht kaputt, machst du die Nieren kaputt. Wenn die Menge, die wir an Salzwasser trinken, wenn wir die Menge jetzt trinken, die wir die letzten Tage getrunken haben, kann ich dir sagen, haben wir nach drei Tagen Niereninsuffizienz, Nierenschäden, was weiß ich, verdursten wahrscheinlich noch, obwohl wir was trinken. Das schmeckt nach Salz, Junge. Was machen wir jetzt? Das war ein Vogel noch. Das war ein Vogel noch. Da hat sich ein Kleen geholt. Wir haben gerade eine mittelmäßige Katastrophe. Weil das ist, also auf Essen kann man irgendwie, kommt man klar. Aber, Digga, ich habe noch nichts getrunken heute, noch gar nichts. Bis später. Wir hatten gerade nochmal das Teer heute im Trinkwasser. Und Mani hat auch gesagt, es tickt jetzt halt so ein bisschen die Uhr. Ja. Weil, wir haben heute halt auch nichts getrunken. Nichts. Weil das ist ja quasi unsere Morgenroutine. Wir gehen hier hin, trinken dann. Das heißt, wir sind jetzt quasi schon seit guten, also so einen Schluck hatten wir noch in einer Flasche. Aber sind seit ungefähr zehn, zwölf Stunden, wegen der Nacht und so weiter. Ohne Wasser. Quasi schon in der Dehydration. Und müssen faktisch eigentlich jetzt, also müssen jetzt Wasser finden. Der komplette Fokus geht nur auf Wasser. Und warum ich die Kamera angemacht habe, es gibt nur eine Option. Da durchknallen. Ja. Es gibt ja nur die Option. Einen See zu finden. Ne, diesem Flussbach, keine Ahnung was, durchs Wasser, mehrere hundert Meter, vielleicht ein Kilometer, in Richtung Landesinnere zu gehen. Weil das ist ja durchs Wasser irgendwann. Weil ich, was, was, was wir sonst machen? Oh, ich habe irgendwie Druck auf den Ohren. Also wir haben ja faktisch keine andere Wahl. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben. Oder sehe ich das falsch? Weil wir wissen, dass das theoretisch ein Süßwasser, aber weißt du, was ich auch nicht verstehe? Wenn wir das hier beobachten, sieht es so aus, als wäre hier keinerlei, keinerlei Strömung. Du hast da hinten leichtes Zirkeln, das geht sogar wieder zurück. Ja, das ist ja das, was ich meine. Das drückt halt rein. Es steht komplett. Das heißt, ich gehe sogar davon aus, dass das kein klassischer Flussbach ist, wo es die ganze Zeit läuft. Nein, das ist ein, 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 das ist ein Tidebecken quasi in XXL. Naja, oder wenn es, ich glaube, wenn es regnet, wird das zum Fluss richten. Genau. Aber dann geht, dann dreht sich die Strömung in die andere Richtung. Aber jetzt glaube ich, dass das hinten quasi einfach dann irgendwann, wie so eine... Kante, da ist eine Kante, Punkt. Ja. Und ich sage dir auch, das ist der Grund, warum hier kein Eterfisch drin ist. Das ist der Grund, warum hier auch kein Leben drin ist. Ich gucke jetzt hier seit einer halben Stunde auf diesen Fluss und selbst in unseren kleinsten Scheißrinnseln ist mehr Leben als hier. Und ich kann dir auch sagen, warum hier kein Leben ist. Weil die Karre voll mit Salz ist. Deshalb. Und das immer nur, wenn die Sturmflut kommt oder die normale Flut das hier reindrückt, du siehst ja, wie das aussieht. Dann läuft es langsam wieder ab, dann kommt wahrscheinlich von oben so ein ganz bisschen nach, wenn es geregnet hat. Und das führt dazu, dass es halt, als wir Glück hatten, vorne Süßwasser war. Und jetzt ist das halt kein Süßwasser mehr. Ja, wir haben ein akutes Problem. Aber es gibt nur eine Lösung. Ja, aber ich kann jetzt nicht da 500 Meter in die Richtung durch diesen Fluss... Ja, du musst es ja alleine machen. Wir bleiben aber zusammen. Ja, aber wir haben ja keine andere Option. Also was sollen wir machen? Faktisch gesehen ist, wir brauchen heute Wasser... Ja, sonst sind wir raus. Weil, was soll sich denn morgen ändern? Weißt du? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir warten jetzt einfach mal. Ändert sich ja nichts. Na, das Einzige, was sich ändern könnte, wäre, dass es da irgendwo geringelt hat. Druck von da, da abfließt. Weil, du siehst ja, es läuft ja ab, gar keine Frage. Hast ja vorne gesehen, der Schwall ist ja da. Ja, aber das kann ja auch irgendwie noch Meereswasser sein, was da irgendwie noch halb drin ist von der Höhe oder keine Ahnung. Aber faktisch ist, wir haben ja keine... Also es gibt ja nur... Na, oder wir gehen das Risiko ein und saufen das Zeug. Boah. Wenn du schon sagst. Ja, aber... Ich weiß ja nicht, ab wann der Grad des Salzgehalts das Wasser uns tötet. Weiß ich ja nicht. Ach, cool. Das probieren wir jetzt aus. Ob wir die... Ich hab eher das Gefühl, wenn ich jetzt da runter laufe, durch dieses... Ich meine, du siehst selber, wie der Boden hier aussieht. Pass auf, mal deine realistische Meinung. Ja. Diese weiße Aufschäumgeschichte. Ja. Ist das vom Meer noch? Klar. Natürlich ist das vom Meer. So. Warte. Ich hab das Gefühl, die Kante davon ist ungefähr 50 Meter. Ja. Das heißt, wenn ich dort bis hinten an den Horizont gehen würde, in Sichtweite. Ja. Zwei, dreihundert Meter. Ja. Da ist nichts mehr davon. Ja. Na ja, dann probieren wir das aus. Ich würde sagen... Du kannst ja hier bleiben, meine ich. Ne, wir gehen das zusammen. Wir machen das nicht alleine. Aber unsere Sachen lassen wir hier. Ziehen uns die Hosen aus und gehen da halt rein. Am cleversten wäre das nackig zu machen halt, ne? Ja, wir müssen so viel pixeln. Ja, aber sonst mach ich halt meine Unterhose komplett klitschnass. Ja. Aber das sehe ich als einzige Variante, wo ich sage, okay, gut. Okay, wir preparen uns mal kurz, überlegen wie wir das machen. Die Frage ist ja auch, wie tief das ist. Stocki mitnehmen, gucken. Weißt du, weil sonst könnten wir zum Beispiel oben unsere Sachen anlassen, einfach nur wegen Temperatur. Ja. Und irgendwie versuchen, am Rand lang zu warten. Das könnten wir probieren. Lass das testen. Zur Nutz schmeißen wir dann an der Stelle irgendwie die Sachen da nochmal rein. Okay. Wir machen uns untenrum frei. Ja. Und gucken, ob wir irgendwie an der Seite lang warten können. Wenn wir Glück haben, haben wir da hinten so zwei, drei Metern Trinkwasser. Weil da ist nicht mehr dieser Schaum drauf, den wir hier sehen. Boah, das ist krank, Alter. Das ist krank. Ja. Die Situation kippt. Also, ich habe meins mit. Hose bleibt hier. Schuhe sind hier. Vlies. Ich habe jetzt nur Regenjacke und T-Shirt an. Wir versuchen eher mit dem Fuß durchzuwarten. Gucken, ob das funktioniert. Zwei Flaschen. Assilfe-Set. Bärenspray. Notfall-GPS. GoPro auf dem Kopf. Es kann auch sein, dass die Nummer jetzt hier in drei Metern gleich zu Ende ist. Weil wir nicht vorankommen. Ich weiß ja auch nicht, wie kalt das ist. Naja, es geht. Aber wenn du jetzt hier eine Stunde lange im Wasser wartest, auch scheiße. Okay, wenn das so bleibt, wäre gut. Ich finde es auch schon ganz schön kalt irgendwie. Und ich bin eigentlich nicht der, der so kalt Probleme hat. Wenn es kalt? Ich finde es gar nicht schön kalt. Machst du deine Kamera an, fahr an? Ja, warte. Winkel noch ein bisschen verändern nach vorne. Ja. War gut? Ja, das war einfach ein bisschen laufen lassen. Ja, ja, klar. Na gut, ist wie so ein Kneipp-Bad, ne? Ah, das ist... Hier wird jetzt halt scheiße da vorne, ne? Ja. Das warzt immer der Baumeist. Ja, ja. Oh, ich krieg hier eine Gänse auch nach der anderen, Alter. Wie geil findest du's? Ich sag mal so, mit einem vollen Bauch und mit einer Flasche Wasser. Geil. So, fix ein bisschen semi. Oh, das ist ja auch brutal hier. Da musst du ultra aufpassen, ne? Ja. Weil, wenn man mal genau hinguckt, sieht man auch, dass das hier so ein bisschen farblich... Problemski. Okay, jetzt wird's spannend hier. Ich würde sagen, guck mal, da sehe ich so eine kleine Lücke. Oh, das geht auch selber vom Hoden. Oh, ist der treu dich. Ist der treu dich. Oh, jetzt fang ich an. Scheiße, ich hätte auch mal einen Stock gebraucht, Alter. Ja, meinen kannst du nicht haben. Scheiße! Ich bin fast am überlegen, ob ich da rüberkletter und hinten wieder reingehe. Das ist hier Müll. Ich kletter da rüber, Alter. Ich schaff das nicht. Also, ich sag dir eigentlich, ich geh lieber hier durch. Soll ich hier... Wollen wir uns versuchen? Wollen wir uns versuchen? Du weißt schon. Wir trennen uns. Hat wir eigentlich nicht wollten. Ja, die krasse Strömung würde mich schon nicht wegtreiben. Oh ja, ich kletter lieber hier lang. Schön barfuß. Boah, wenn du jetzt abrutscht, ist halt richtig scheiße, ne? Boah. Boah. Survival Martin. Tu mal winken tun. Einfach mal was schönes machen. Einfach mal 14 Tage Wildnis, hat er gesagt. Boah, stell dir vor, das wird unser neues Ritual, um Süßwasser zu holen. Jeden Tag. Wie bitte? Nix. Ja, 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 ja. Oh, oh, glitschig, glitschig. Ja, nee, ist klar. Film nicht mal, wie krass ich hier lang kletter, Alter. So, guck dir das mal an. Oh, mein Ei. Ah. Ich sage ja immer, viele Wege führen zum Süßwasser. Ja. Hey, Bär. Hey, Bär. Hey, Bär. Oh, Bär. Oh, Bär. Scheiße, Manni, wir machen heute Wandertag. Schönes Kneippbad, ist auch gut für die Durchblutung. Ne? Hm. Ja, okay. Aber guck mal, wie flach das hier ist. Guck mal, du bist da an der tiefsten Stelle gefühlt. Ja. Und es geht nur bis zum Knie. Und du siehst hier nicht einen Fisch irgendwo drin. Ah, ah, ah. Oh, jetzt wird es hier so mit ein bisschen Massage. Fußreflexzonenmassage. Oh. Oh. Ah. Stell dir vor, so noch 100 Meter. Ja, Moin. Kevin und Reetzmann. Das wäre so witzig. Ja, das wäre geil. Ja, scheiß drauf. Komm, wir suchen jetzt die anderen und ziehen bei denen ein. Wehe, die haben keinen geilen Shelter. Das Problem ist nur. Ah. Die kommen da ohne Hose an. Geh wieder vorne. Geh wieder vorne. Geh wieder. 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 Einfach mal was schönes machen, hat er gesagt. Aber meine Stinkefüße werden sauber. Muss immer positiv sehen. Wir gehen ja gleichzeitig auch auf Expedition hier. Aber selbst hier sind die Wälder nicht betretbar. Ist das krass? Ja. Wir haben ja erst gedacht, dass das nur an der Küste so ist. Also hier haben wir einen Stream. Hier ist ein Zulauf. Echt? Ja. Aber jetzt nicht, nicht aktiv. Also der... Kommt nichts raus? Ne, aktuell gerade nicht. Aber ich sehe aufgrund dieser Beschaffenheit, dass da normalerweise Süßwasser rauskommt. Ja. Aber auch hier, ne, wenn du jetzt guckst, da kommst du nicht rein. Na ja, habe ich auch gerade gesagt. Achso. Okay. Der Wald hier ist immer noch komplett dicht. Und weißt du, woran ich weiß, dass immer noch Salz im Wasser ist? Ich habe nämlich eine Wunde auf dem Schienbänd und die brennt. Ich habe mich nämlich ordentlich gekratzt und gestoßen. Aber nimm mal jetzt hier nochmal einen Schluck auch. Ja, klar. Also ich würde sagen, es schmeckt genau wie da vorne. Also wäre noch Salzwasser drin? Ja. Doch, machen wir das. Ist gut. Für den Rücken auch. Besser. Was mir auf jeden Fall sehr schmeckt, ist dieses ganze vermordete Holz hier drin, ne? Ja. Also das einfach so zu trinken, ich glaube, könnt ihr dir den Wanst zerreißen. Oh, hier ist alles voll mit Holz, ey. Ist jetzt scheiße. Hier wird wieder besser. Ja, 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 ja. Aber krass, ne? Ich überlege. Das hier sieht das erste Mal so ein bisschen aus wie normaler Waldboden oder sowas. Aber... Aber so sah es ja aus. Auch im Trailer, oder? Na ja. Ein bisschen vielleicht, ja. Ja gut. Wir erkunden mal weiter. Ich würde mich ja schon reizen, das Ding irgendwie ewig weiter reinzulaufen, ne? Na ja, bis wir nicht mehr können. Wir müssen die ganze Scheiße wieder zurück auf. Ja, dann müssen wir halt ne Pause machen. Kurz abkühlen. Vielleicht in der Zwischenzeit mal was trinken. Vielleicht auch was essen. Also man kann uns nicht vorwerfen, wir hätten ja mal ein Stück reinlaufen können. Alter, da drüben ist es einfach... Also du kannst nicht mal 100 Meter gucken. Nichts geht da. Kannst nicht mal 5 Meter gucken. Einmal eine Wand. Ah, krass. Ich mach das mal aus, wir melden uns später. Wir haben das Gefühl, dass hier an der Seite eventuell so eine kleine Quelle sein könnte. Oder so ein kleiner Seitenarm. Ja, definitiv. Das krasse ist, du siehst das an dieser Unschärfe im Wasser. Das sieht aus wie ein Film, aber da trifft Süßwasser auf Salzwasser. Junge, ich komm mir vor wie... Weiß ich auch nicht, ey. Ich laufe hier einfach barfuß durch Kanada. Kannst du irgendwas plätschern? Ne. Also du hast auf jeden Fall recht. Aber es steht halt, ne. Ah, das ist halt echt nicht geil. Ne, der steht auch. Ja, hier sieht man es. Also ja, es ist einer. Aber hier so ein kleines Muchloch. Wäre besser als nichts, aber... Scheiße. Oder wir gehen noch ein paar Meter. Ja, das... Ich glaube, das ist hier so, wenn ich flüge oder was kommt, dann... Dann ziehe ich das hier ab. Aber stell dir mal vor, du wärst jetzt hier... ... als Spot, das wäre jetzt so dein Spot, wo du zum Beispiel mit dem Heli rausgelassen wirst. Hier? Ja, Happy Birthday. Das kommt ja der Marsch. Also... Ich meine... Scheiße. Also ich muss sagen, irgendwie hat es was, hier jetzt einfach so lang zu laufen, das zu erkunden, das ist voll geil. Aber es würde mich übelst deprimieren. Aber hier als Spot, auch Baumaterial mäßig, du kommst... Das ist ja noch krasser als vorne. Ja. Und wir dachten eigentlich, dass sich das so ändert, wenn du halt viel drin bist. Guck mal, es ändert sich schon, aber sehr langsam. Naja, aber es ist immer noch komplett dicht. Guck dir das mal wieder an hier drüben. Das ist wieder dreieinhalb Meter hoch. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Schöne Lösung hier reinzugehen, echt. Ich hasse das über Grasgelaufen. Echt, ich find's voll geil. Nee, aber mir juckt sofort. Ach, es juckt? Ja. Und wieder rein ins Wasser. Ja. Wo ist das Stock? Ja, warte, warte. Geht's schon. Ja. 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 Ein kleiner Spaziergang durchs Wasser. Und wir sind, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, schon locker mindestens einen halben Kilometer im Landesinneren. Ja. Und es ist immer noch alles dicht. Also das muss, ganz ehrlich, ich glaub es sieht überall so aus. Ja. Also hier ist halt weit und breit keine Küste oder irgendwas. Und es ist trotzdem todesdicht. Und es ist trotzdem todesdicht. Wir brauchen ein Boot, alter. Ich sag dir, noch 100 Meter oder noch 150 Meter und es gibt wahrscheinlich auch wieder Fische. Regnet das? Was? Was? Regnet das? Das ist eine Wolke. Oder? Ja. Direkt zwischen uns. Um deinen Kopf drumrum. Ah, irgendwas krabbelt an mir. Ah! Oha! Ich hab was gebissen. Und was hat mich grad angeknabbert? Ja, ist doch stark. Eine Wolke. Wo siehst du denn die Wolke? Das fizzelt doch hier überall. Alles ist doch voll mit so Fizzeln. Na ja, könnte sein. Das macht dir. Das ist genau dieser Punkt. Ab jetzt. Ja. Du kannst nicht jeden Tag hier irgendwie anderthalb. Nein, natürlich nicht. Wir sind jetzt wahrscheinlich locker zwei, zweieinhalb Kilometer von unserem Camp entfernt. Und sind seit zwei Stunden unterwegs. Oder noch länger. Gefühlt so. Aber hier, hier glaub ich, können wir einfach fliehen. Ah! Ah! Oh! Das ist einfach gut. Sieht schon geil aus. Aber ja, hier ist schon wieder deutlich besser. Wenn man das hier sieht, da vorne, das ist wie so eine Grenze. Es fängt plötzlich an, an der Seite grün zu werden. Es ist eine komplett andere Optik. Hier dieses Schilfgras und so weiter ist wieder da. Und ich glaube, noch so 150, 200 Meter weiter drinnen könnten sogar die ersten Fische wieder sein. Problem. Es ist halt einfach faktisch nicht möglich, diesen Weg hier ständig zu gehen. Es ist einfach, erstens gefährlich und zweitens total unsinnig. Es verbraucht halt auch so krank für Energie. Wir sind seit zwei Stunden wahrscheinlich unterwegs. Ja. Punkt ist, wir werden jetzt Wasser mitnehmen und dann haben wir erstmal, also wir trinken hier auf jeden Fall jeder erstmal einen halben Liter und dann nehmen wir was mit. Da müssen wir überlegen. Das ist tatsächlich schwierig. Schön aus der Mitte. Wie still das ist? Dass du das Meer hörst. Ja, das Meer hörst du schon noch. Ja, aber wenn wir doch gesagt haben, wenn wir im Landesinnere ausgesetzt werden, dass man das hört. Achso, ja gut. Hört man recht weit, das stimmt. Das Wasser geht gleich da durch. Krass. Das Wasser, was wir vorne hatten, ging richtig schwer draus. Das hat nur so getropft. Und jetzt, wenn ich drücke, kommt es so wie die letzten Tage. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Vertrauch mal in seinen Salzradar. Krass. Ja. Wir hätten uns damit den Filter kaputt gemacht. Ja. Und die Niere auch. Und die Leber. Weil der Filter filtert ja kein Salzwasser raus. Also kein Salz, mein ich. Ja. 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 Ja, es sieht so schön aus. Aber es ist so lebensfeindlich. Es hat so ein Ding so, boah, voll geil. Ja, hier mit dem Boot durchzuschippern. Ja, mega. Oder? Mit dem Kanu, mega. Aber zu Fuß faktisch nicht machbar. Schade. Hä, wie? Ob man den Verfall sieht? Ob man meine dreckige Oberlippe sieht. Dein Schnurrbart. Das ist doch kein Schnurrbart. Hä, was ist denn das sonst? Na wann? Ich weiß ja nicht, wie ich aussehe. Verstehst du? Ich frage dich, wie sehe ich aus? Was? Fresh wie Fuck? Nee, das sieht schon ziemlich gebumst aus, wenn ich so deine Augen angucke. Als hättest du drei Tage nicht geschlafen und Cortison-Stress deines Lebens. Okay, cool. Cool, 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 cool. Aber Bart wechselst du? Bart, zeig mal her in den Lachs. Mensch, Alter. Nicht schlecht wird der Richard Mann geworden über Nacht. Tag drei. Tag drei, der Schnurrbi sitzt. Scheiße. Gut. Gut, ich filtre mal weiter. Was mach ich hier eigentlich? Trink mal, das ist salzig. Das ist salziges Wasser. Hä? Filter? Du hast den Filterfretter gemacht, Digga. Ja, ich hab da 20 Milliliter durchgejagt. Okay. Das heißt, da können 20 Milliliter Salzwasser hier drin hängen. Wie salzig das schmeckt. Volle Bude. Volle Bude. Das ist volle Bude salzig. Hä? Aber es stimmt hier nicht. Weil ich hab ja so, hab ich's ja probiert. Hä, probier nochmal. Mal. 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 volle bude weißt du warum weil das nicht fließt du hast ja das ist ja kein bach siehst du das steht ja aber wie weit sind wir noch ein latschen also faktisch ist da hinten schluss das ist ja da ist ja ja kommen scheiß drauf zusammenpacken weitergehen also krass also jetzt ich habe ganz ehrlich das gefühl es schmeckt salzig als er vorne kann das sein holy shit da bringt ihr halt auch keine aufbereitungstablette was da bringt ihr kein filter was und kochtopf keiner anders jetzt womit leute jetzt kommen jetzt doch destillieren können ganz ehrlich die diskussion über das destillieren von salzwasser fange ich jetzt gar nicht erst an das ist mir zu blöd haben wir ja probiert hast ja sehen was wir da raus gekriegt haben aus dem helm ja 50 milliliter oder was in vier stunden ja komm wir packen zusammen gehen weiter weißt du was das heißen würde wenn der jetzt tot ist der da liegt dass der sich der ist zu weit geschwommen und ist jetzt tot wegen dem salzwasser ich weiß nicht ob man das erkennt aber da liegt definitiv ein fisch versuche ich euch den mal zu zeigen ja dann wird der tot sein ja der ist tot der liegt auf den wolken da liegt er soll ich die kamera mal reintunken oder und ich also ich sag dir ganz ehrlich ich glaube wenn du darüber guckst ist der einfach aus dem süßwasserbereich hier rüber und das ist ehlendig in diesem salzwasser hier verreckt aber auch wieder der punkt der liegt schon eine weile was haben wir gelernt ist das nicht so ein wels er hat schon keine augen mehr war schon irgendwas dran gleich neben dem toten fisch da sieht so aus als wäre vielleicht dahinter süßwasser weil da ist wirklich ein stream und das und ganz flache stelle also ein glück haben ist in dem becken süßwasser ja ja es sieht so aus wir gehen da mein guck mal hier ist so ein richtig flacher bereich ja also wenn da jetzt gehen sie sowas dann weiß ich auch nicht so viel für auch die bärchen da sieht man richtig schön die strömung man riecht richtig nicht was man sieht richtig strömung habe ich gesagt lasst wir den flaschentest machen ja das ist in der hand ist zu wenig ja ich gebe dir das mal rüber ich habe einen riesen gebammel immer noch salzwasser also nicht mehr so krass wie vorne aber immer noch deutlich an deutlich zu schmecken das ist kein süßwasser hey wie kann das sein das geht doch gar nicht guck mal das fließt doch hier runter ja aber vielleicht läuft es aber auch gerade erst ab aber meinst du dass die flut bis hier drin war also haben jetzt ja keine anzeichen mehr was sagst du denn das was ich merke da ich habe jetzt auch mit mehrmals ich glaube ich fress mal eine beere und mach da nochmal habe ich gerade bringt nichts hast du ja habe ich gerade aber du merkst es doch selber es schmeckt da ist ich weiß ich bin keine ahnung oder oder gaukelt uns irgendein anderer geschmack vor dass es nach salz schmeckt also salz ist eine ganz klare sache bei mir lass mich mal ganz kurz jetzt mit der beeren essen und dann ja es schmeckt so als wäre da noch salz drin nicht so krass wie jetzt vorne mehr ich verstehe es nicht ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung aber es darf von der sache her zu keinem zeitpunkt irgendwie den salzigen geschmack haben das ist halt genau das was die nieren kaputt macht so ich habe mir jetzt ein paar beeren reingesnackt weiter filtern geschmackstest nein da ist salz drin ja ich weiß nicht ich weiß nicht wie es geht ich auch nicht aber wir wissen ja auch das einzige was ich mir vorstellen kann ist dass halt ok hey bär also was ich mir vorstellen kann weil das ist ja alles super flach wir haben ja das ist das erste mal dass wir eine kleine strömung haben der rest war gefühlt tot so und das eventuell bei der flut der wasserstand so hoch war dass es dich wirklich immer noch bis hier rein treibt weil das halt das ist alles nass es ist nicht trocken das ufer die uferkante ist komplett feucht das heißt das heißt tatsächlich ungeschlossen das wasserstand so hoch und wir hatten heute ja richtig power richtig druck ja wir haben es am strand gesehen es kann sein dass das selbst bis hier noch alles reingeschaltet hat ja es schmeckt immer noch nach salz und wir sind wie weit sind wir hier drin naja jetzt auf jeden fall mehr als einen halben kilometer auf jeden fall locker wenn ich sogar schon einen kilometer also wir sind jetzt seit gut zwei stunden unterwegs ja locker und das ist krass das ist wirklich krank und meine Füße sterben langsam ich muss mal wir sind ja auch alles wieder zurück ja und weißt du was auch krasses wir haben rechts und links nicht einmal irgendwie gesehen so oh da könnte man rein oder sowas gar nicht es ist alles null ihr seht es ja wenn wir hier stehen so das ist hier no fucking way keine ahnung wir machen uns jetzt mal auf jeden fall auf den weg zurück weil das macht keinen Sinn jetzt hier also da vorne sehe ich auch schwarz weiter zu kommen irgendwann aber das das Ding ist wenn wir jetzt zurück gehen ne ja bis dann was für eine Option auf Süßwasser sollen wir haben es wird keine geben also wo soll die herkommen ja aber was wie aber also was soll sich verändern wenn wir wenn wir jetzt sagen wir gehen zurück dann dann war es das also weißt du dann ist die einzige Option das wird sagen wir warten noch bis morgen früh dann haben wir aber gefühlt anderthalb Tage lang nichts getrunken und probieren es dann einmal noch hier vorne falls wir überhaupt noch besser hinkommen seit keine ahnung der der Punkt der mir gerade auch noch einfällt ne das Wasser was wir zum Beispiel da am Tarp haben was sich da aufgefangen hat und so weiter kann auch Gicht sein vom Meer nein nicht nur kann das ist Gicht vom Meer das ist ja das treibt ja alles hoch das kondensiert in den Bäumen tropft runter ja und wir haben dann halt Salzwasser auf dem Tarp ja geil wir haben auch richtig Glück kann man nicht anders sagen ja ja also um das vielleicht auch nochmal den Zuschauern klar zu machen Nahrung kannst du mal mehrere Tage drauf verzichten auch eine Woche und nicht durchkämpfen aber Wasser also Wasser ist halt so der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt Wasser zu speichern oder lange Zeit ohne Wasser rauszukommen ja ja es gibt diese Regel dass man sagt drei Tage ohne Wasser aber nach drei Tagen bist du halt Fritte also weißt du bist du halt nicht mehr handlungsfähig so das du hast ja diese Abwärtsspirale ja und jeder jeder kennt der theoretisch mal einen Tag lang oder mal einen Tag lang wenig getrunken hat wie viele Kopfschmerzen du kriegst ja wir sind schon safe 100 pro einer vollen Dehydration absolut und überleg mal wie ja wie ob wir pinkeln machen ja und ich war jetzt seit ich war heute morgen einmal ja da ist ich auch seitdem nicht mehr alter das kannst du keinem erzählen nein ja was machen wir jetzt ja 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 das ist noch 30 cm das ist noch 30 cm dann noch mal 40 bis 50 cm ja 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 aber wir hatten ja gestern wir hatten ja Süßwasser am Anfang ja 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 langsam rück dann ist das noch ein Zeitfenster von 3 oder 4 Tagen bis die krasse Flut wieder kommt wieder der Peak und wieder alles reindrückt deshalb gibt es hier faktisch kein Fisch und kein Leben aber Süßwasser weil wahrscheinlich auch du weißt ja auch gar nicht was die letzten Tage hier geregnet hat vielleicht hat es ja geregnet gehabt vorher hat es auch naja es regnet ja aber gerade aktuell nicht genau wir haben auch überlegt okay was könnte sich an der Situation ändern und es müsste quasi jetzt wirklich komplett nicht dass wir da vorne diese Gischt die wir hatten es müsste wirklich mal richtig richtig schütten damit hier alles nachgespült wird um an Süßwasser zu kommen eine Rückspülung ja und die haben wir nicht wir haben quasi durch diese starke Springflut, Sturmflut haben wir alles voll mit Salzwasser drin ach ich häng mich auf und krieg gleich mal Angstschmerzen ne ich darf mich nicht aufregen jetzt wird es ernst aber erstmal durchfallen ich hab das Gefühl ich muss mal einen Pinkler machen und ich guck mal was die Farbe sagt ja bei mir prägt sich nichts naja sieht doch ganz gut aus das sieht doch okay aus aber nicht so wie die letzten Tage ja ich hab gerade eine Entdeckung gemacht die ich mal mit euch teilen will pass auf hier seht ihr Martin ne Wasserkante ich bin hier locker 20cm höher jetzt gehen wir hier auf diesen Hügel hoch ich leg mein Zeug mal kurz ab hier unten ist wie so ein kleiner Bachflusslauf der aber quasi jetzt kein Wasser führt kein Frischwasser und da hinten drin ungefähr von der Wasserkante wo Martin hinten ist einen Meter höher ich weiß nicht ob ihr es seht ich versuche mal hinzukommen ein bisschen ist eine Boje ich will nicht hingehen weil ich bin ja nur barfuß unterwegs da schneide ich mir eins auf aber da hinten drin liegt einfach eine Boje das heißt bis auf dieser Höhe warte wo seht ihr sie noch? da ist teilweise das Wasser wo das Salzwasser das Meereswasser das ist ungefähr Maddins Kopfhöhe das ist der beste Indikator dafür dass hier einfach immer wieder komplett Salzwasser reingespült wird Holy Macaroni Alter wir sind am Arsch Maddin wir sind übrigens gerade wieder auf dem Rückweg wir müssen raus es bringt nichts keine Chance wir haben ja gerade von dem Wasser ein bisschen probiert und haben gemerkt dass da doch schon noch ein ordentlicher Salzgehalt drin ist und jetzt kriege ich gerade so ein bisschen so ein Pappmaul und merke wie es richtig salzig ist wie so irgendwie das Wasser so ein bisschen quasi von den Schleimhäuten aufgenommen worden ist aber wie so eine kleine Salzlache im Mund bleibt das ist ja alles modriger schleimiger Kram ja selbst wenn aber guck mal die Boje wenn du überlegst wie die war das war hier alles unter Wasser das war alles unter Wasser komplett sonst wäre da ja keine Boje hinten im Wald drin das sind ja alle so Stellen so kleine Nebenarme wo eigentlich das Wasser reinkommt aber hier läuft gar nichts dann habe ich das gerade gesehen das ist Treibholz was hier oben liegt Treibholz auf Marlins Kopfhöhe das ist krank Willkommen in der bitteren Realität wir haben gerade aber kurz ist nur Mindset stimmt hä? wir brauchen ja Gedanken machen ist doch nur Kopfsache alles ja und ich sag dir eins so schwer ist das alles nicht ja man kann auch mal 14 Tage ohne Wasser auskommen oh scheiße das ist doch doof ey oh so schwer ist doch alles nicht ja Mindset ja 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 also ich wünsche mir und wer hier Durst hat ja der ist doof ja ich hoffe und wünsche es den anderen Teams dass die nicht diese Probleme haben vielleicht haben die auf der anderen Seite nicht so eine starke Flut nicht so ein Wellengang der das rein drückt und irgendwie eine bessere Süßwasserquelle ich will nichts sagen ja es strömt hier rein guck mal krass stimmt es fließt hier rein wir haben wahrscheinlich gerade Flut ja na klar es geht auch Richtung Flut jetzt wieder langsam dann sollten wir uns mal ein bisschen beeilen weil wir müssen da auch wieder rüber bei den ja da kriegen wir schon hin aber ja stimmt guck mal du siehst es fließt uns entgegen oh und wir sind gerade auf dem Rückweg zum Meer ja kompletter Mars also wir haben tatsächlich noch eine Idee die wir ausprobieren wollen aber das ist ein ganz großes Fragezeichen das ist einfach nur Glück und das werden wir nachher mal austesten indem wir einfach nochmal hinten hinter unserem Camp in den Zedernwald reingehen und versuchen dort weiter durchzuschlagen aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und wenn da nicht dann doch nochmal irgendwie was kommt irgendein kleiner Bach ein kleiner See dann dann sind wir am Arsch Martin also so da kann man auch hoffen dass vielleicht heute Nacht regnet und wir das irgendwie aufgefangen kriegen aber sonst können wir schon mal uns ein Grab schaufeln ja live is a learning, live is a lesson ich wusste ich hätte das auch nicht gedacht dass es sowas gibt überhaupt überhaupt dass es mal ein bisschen reingeht ok aber dass es wirklich hunderte kilometerweise ins Landesinnere wie das Salzwasser reindrückt habe ich noch nie was von gehört aber wir sind zurück an unseren Klamotten unsere Beine sind komplett aufgeweicht und eiskalt aber es ist alles noch da schön ne war doch ein schöner Ausflug unter Freunden ein schöner Campingausflug unter zwei Kollegen und ich muss sagen dass ich jetzt so langsam die ersten Symptome merke für eine Dehydration also dass ich schon so einen Klebemund kriege dass es so pappig ist ich habe diesen klassischen und dass man sich so ein bisschen schwummrig fühlt ne super so noch eine andere Technik die immer mal wieder angewandt wird ist Moos ausdrücken um da an Feuchtigkeit bzw. Wasser zu kommen wir probieren es einfach mal aber das ist nicht so richtig nass irgendwie hier kommt auch direkt so eine Erde drauf nein kommt nichts raus es ist feucht ja aber es ist nicht so nass dass man jetzt hier Trinkwasser rauskriegen würde no way also auch die Technik funktioniert nicht wir laufen hier gerade nochmal lang sofort ist vorne wieder der Nebel man sieht hier richtig schön wie es hier halt alles reingetrieben hat und tatsächlich hatte Manningrad eine interessante Aussage was gut sein kann die Kröte ist ja kein Salzwassertier das heißt es kann gut sein dass diese Kröte einfach an dieser Springflug gestorben ist und einfach hier in unser Netz getrieben worden ist weil die haben ja schon ein paar mal rumkrauchen sehen und wenn die so stark war hat sie einfach vom Ufer mitgespült rein hier ja und Salzwasser ist für die halt der Tod also klar das werden wir nicht herausfinden aber es kann gut sein weil hier liegen halt an der Seite auch übel viele andere tote Viecher rum vielleicht hat es die Kröte wirklich einfach nur reingespült so wir sind ja an unserer Wildkamera war noch nichts dran Kröte ist noch unvorriert naja vielleicht haben die auch keinen Bock auf Kröte wir werden es nie herausfinden wie es dazu kam hier hängt die Gischt drin Alter ist das krass guck dir das an weißt du was ich auch noch das Problem sehe selbst wenn wir Regenwasser auf unserer Plane sich kondensiert kann es ja auch einfach sein dass es Salzwasser ist was quasi aufgewirbelt wird weißt du oder vermengt oder sowas dann haben wir das gleiche Problem wie hier ja kann gut sein also ich hatte heute Morgen ja ein bisschen mal von diesem Wasser da probiert aber ja das ich hab da nur so zwei drei Dinger reingemacht so weiß ich da hab ich irgendwie nur Holz geschmeckt wir kommen in der Realität ach guck du siehst richtig wie sich das hier alles verändert hat wie sich das hier alles weggerissen hat boah alles gut boah und wir liegen da schön in unserem Shelter und pennen uns einen ab weiter schon und kann man hier sein und hier Untertitelung des ZDF, 2020 Also, wir sind zurück in unserem Camp. Hier regnet es einfach. Es regnet einfach die ganze Zeit, aber meine Idee ist, dass wir jetzt noch ein bisschen umbaue, dass sich das Wasser hier drin fängt und dann testen wir es nochmal aus. Lassen wir parallel einfach laufen und dann sollten wir in ein paar Stunden ein bisschen Wasser haben, aber wir gehen stark davon aus, dass es einfach nur die Gischt vom Ozean ist. Weil, sobald du 50 Minuten rein rennst, regnet es nicht mehr, das bringt nichts, das kriegst jetzt direkt zurück. Wie geht's dir? Tatsächlich schwindelig, Kopfschmerzen, aber ja, solide. Ich bin Team Pappmaul. So, ich habe mir jetzt ein paar Steine geholt von da unten, mache die sauber, um die Plan hier zu beschweren, damit sich hier drin das Regenwasser sammeln kann. Zack. 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 Das sieht gut aus, jetzt noch auf der anderen Seite. Ah. Hier ist sogar schon ein bisschen was drin, krass. Das könnte recht schnell gehen. So, jetzt haben wir hier so eine Vertiefung drin und hier sammelt sich auch schon das erste Wasser, aber es ist noch zu wenig. Und dann warten wir einfach mal ein bisschen ab und probieren, ob das auch salzig ist. Ja. Hat der Regen mal was Gutes. Wenn's Regen ist, ne? Ja. Okay. So. So. And. So. 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 So, hier in dem Bereich kann man sich halt zumindest mal ein bisschen bewegen, auch wenn der Untergrund natürlich schon heftig ist und man halt durchklettern muss, aber wir haben nämlich das Gefühl, dass es dahinter gleich wieder in diese dichte Hecke übergeht. Unsere Strategie jetzt ist, einfach sich reinzuschlagen ins Landesinnere, diesmal zu Fuß und vielleicht auf dem Bach, auf dem See oder irgendwas anderes zu treffen. Aber ja, schauen wir mal. Das Krasse ist auf jeden Fall, dass es hier nicht mehr regnet, was ja heißt, es ist kein Regen. Das ist die Gicht. Aber es sind ja auch gleichzeitig Wolken, die da festhängen. Ja, aber gemischt dazu ist es halt dieses genau, warum die Zähler da vorne so aussehen, wie du schon gesagt hast, es bleibt hängen und bleibt an den Ästen hängen. Und hier ist ja schon fast wieder schön. Ja, ja. Es sieht fast aus, wenn die Sonne nicht rauskommt. Ja, ja, das ist das. Ne, super, ich sehe da schon wieder so eine Wand aus Grün. Hey Bärchen. Hey Bärchen. Hey Bär. Hey Bär. Also eins kann ich dir sagen. Meine Klamotten sind instant Fritte. Nass halt, ne? Ja. Ja. Wir wollten doch 14 Tage was Schönes machen, Kinder DSÜ. Hast du alles bei? Ja, ja. Auch sämtliche Flaschen und so? Ja, ja. Guck mal, passt der Winkel? Ja, ja. Müh nach vorne noch. Müh noch. Ja, passt. Läuft? Läuft. 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 Ich hab da mal ne Frage. Wie finden wir den Weg zurück? Immer Richtung Meeresrauschen. Ich werd diese Kante da vorne sehen, wie es dahinter aussieht. Irgendwie verändert sich da noch mal alles. Boah, voll die Fresse. Nice. Hey Bärchen. Hoch der Wolf. Hallo Wolf. Wolfgang. Wolfgang. Oha. Was ist das hier? Naja. Müll. 47. Ok, jetzt wird die Vegetation ja anders. Aber ich hab das Gefühl, jetzt wird es hier moorig. Äh, sumpfig würd ich eher sagen. Naja, mein ich ja. Oha, oha. Jaja, jetzt wird es spannend hier. Jetzt wird es spannend. Oh shit, hier ist, ah fuck. Oh shit. Ich mach das mal aus oder soll ich noch anlassen? Ja, ich lass die einfach grad immer ein bisschen laufen. Ey, hier ist ganz anderes Wetter. Ist warm. Hier ist richtig warm. Hier ist kein Wind. Ja. Verrückt. Holy shit. Ich sag dir, die anderen schimmeln da irgendwo an der anderen Seite im T-Shirt rum. Ja. Caribbean feeling. Alter, ist das warm hier. Das ist ja unglaublich. Hier sind ja 10, 15 Grad wärmer. Okay. Okay, interessante Landschaft hier. Aber irgendwie bringt die uns nicht so richtig. Ich geh mal richtig weiter. Ich geh mal hier vorne ins Offene. Boah, ist das Schwill hier. Ja, ich bleib hier stehen. Was ist das, Alter? Boah, Alter. Wie hoch ist aber hier. Ey, das ist doch völlig irre, oder? Wie zwei verschiedene Welten. Das ist hier die hohle Erde. Aber hier ist halt auch kein Wasser, nichts. Hier, hier wär geil. Shelter. Stell dir vor. Aber irgendwas ist hier komisch, oder? Du, das ist eigentlich Sumpf. Ja, stimmt. Safe. Das ist eigentlich alles komplett knitschig, Sumpf, sonst was. Deswegen wächst hier ja auch nix so richtig. Aber ist wahrscheinlich grad einfach Trockenzeit. Und ein ganz komisches Jurassic Park Video. Ja, hier, siehst du es. Ja, Safe, guck mal. Ja, ja, perfekt. Das ist ja... Ja, es ist ja auch noch voll... Oha! 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 Was? Okay, bis zur Hüfte erstmal more. Ich mein, selbst das ist ausgetrocknet. Wo man merkt, finde ich, jetzt langsam kommt zu der Punkt, Ich weiß nicht, wie viele Stunden es jetzt sind, aber... Es ist jetzt... Ich schätze mal so... So 16... 17, 18 Stunden ohne Wasser. Geil, ja. Und der Schädel fängt schon an zu pochern. Aber wie? Hey. Maul ist pappig, wie ist das? Ja, Lippen fangen schon an so... Ja, ja. Oh, warte mal. Hier ist Wasser. Na ja. Wasser ist ja... Na ja. Na ja. Boah, das ist halt stehendes... Moorwasser. Bratwasser. Krass. Komm mal hier. Paarhofer. Die Tiere trinken hier. Siehst du da? Ja, stimmt. Und das sind wieder Paarhofer. Ja, hier. Das ist irgendwie was... Wahrscheinlich Rehartiges wird hier unterwegs sein. Bock. Und hier trinken. Da drüben sind auch ganz viele Spuren drin. Ja. Ja, keine Ahnung. Wollen wir mal einen Filter mal... Mühe reinmachen? Hä? Also... Ich hab nur Angst vor Kacki. Weil wir unseren Filter ja auch schon ein bisschen... mit Salzwasser... gefickt haben. Wir gehen über studieren. Ich filter mir hier einfach einen Schnuff und dann guck ich, ob das was bringt oder nicht. Aber... Ich weiß nicht. Es ist halt... Moor... Wasser. Stehendes... Kleines... Mini-Tüppel Moorwasser. Das... Das riecht jetzt schon nach Flitzekacke. Was ist das? Was ist das? Also... Mein... Mein... Wie sagt man? Mein Bauchbefehl sagt... Wir machen es damit eher schlimmer als besser. Aber ich... Du weißt auch nicht, wie alt die Spuren sind und wie viel Wasser vorher drin war. Ja... Ja gut, klar. Das kann schon... Kann super alt sein. Weißt du? Vielleicht waren die hier als noch mehr Wasser. Nicht mehr Wasser, sondern... Viel mehr. Ich... Ich mach trotzdem. Einen kleinen Schnuff. Geil mach. Weißt du, was auch ein ganz beschissenes Anzeigen ist? Das ist warm. Hm... Warmes... Moorwasser. Warmes, abgestandenes... In der Sonne stehend... In der Sonne stehend... Ja... Ich weiss nicht... Aber wir haben keine Optionen. Ich find's wenigstens wieder top. Ja, ja, ist gut. Krass. So sieht also die Rückseite von diesem kackten Ding aus, Alter. Ja, oder? Oh, das ist ein kurzer... Ja, ja... Ja, in. Also wenn du trinkst, geht's, aber hinten raus wird's ein bisschen komisch. Probier mal. Das ist voll sauer. Das ist sauer. Also irgendwie... Was sagst du? Also ich glaube, wenn ich noch 1-2 Tage hätte, dann würde ich's probieren. Aber das hier 14 Tage zu trinken, wäre reiner Blödsinn. Junge, das schmeckt sauer. Zedern mit den Nadeln und so weiter und so weiter. Säure halte ich halt keinen Boden. Die Tiere haben natürlich auch einen anderen Wagen. Die trinken anscheinend jetzt raus. So, der Plan ist, ich habe jetzt schon 2 Schlücke genommen. Ich werde das hier auch noch austrinken. Dann habe ich so ungefähr 150 Milliliter im Magen. Und dann gucke ich einfach mal, ob der rebelliert bei der kleinen Menge oder nicht. Das Ding kann jetzt komplett nach hinten losgehen, aber wir haben keine andere Wahl. Ja geil, schmeckt's halt nicht, ne? Oha, hinten raus wird's. Das ist halt ein... Schwierig. Also wir sind zurück am Camp. Ich glaube, die Sumpfwasser-Geschichte ist dumm. Mein Magen grummelt ganz komisch hin und her. Und ich musste jetzt 2-3 Mal aufstoßen auf dem Rückweg. Das ist Quatsch. Aber wir müssen am Tag 2,5-3 Liter trinken. Von dem Wasser... Das funktioniert nicht. Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen Wasser drin. Das könnte man jetzt noch mal probieren. Ich füll das mal in die Flasche und dann testen wir's. Man merkt jetzt tatsächlich schon... Die ersten Dehydrat... Nein, nicht die ersten, schon gefühlt. Die zweiten Dehydrationserscheinungen. Ja, aber was vor? So trinken, oder? Oder was? Filter. Ne, das müssten wir so trinken können, weil's ja Regenwasser ist. Salz. Hinten raus kommt Salz. Krass, das ist einfach sauer. Das hat hinten Salz. Prima! Ach, ich fick doch die Hände. Du musst mich mal hinsetzen, ich kann nicht mehr. Ja. Weil wir sind heute schon fünf Kilometer oder so schnell laufen. Also wir sind für die Wassersuche eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Und so vom Licht her wahrscheinlich Mittag rum. Fünf, fünf Stunden vielleicht, sechs Stunden schon unterwegs. Ohne Wasser, super. Hier ein bisschen anders vorgestellt. Also das Trinkwasser ein Problem ist... Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich im Leben nicht dran gedacht. In Panama war das so ein Punkt, wo ich dachte, ey, wenn ich da nichts mehr finde. Weil ich hab ja auch nur eine Marchee dabei. Bin ich am Arsch. Aber hier jetzt... Das ist krass, ne? Der Ozean kann Flug und Segen gleichzeitig sein. Bis später. Also... Gehen wir es nochmal durch. Man muss vielleicht dazu sagen, ihr habt es vielleicht gerade in dem Zeitraffer gesehen. Wir saßen jetzt ungefähr eine Stunde am Ozean und haben wirklich nochmal in Ruhe. Alles rekapituliert. Was gibt es für Optionen? Was kann man machen? Was haben wir gemacht? Was haben wir gelernt? Was kann man anwenden? Das sind alles Sachen, die wir einmal nochmal komplett durchgegangen sind. Und das wollen wir für euch jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen. Ich kann euch anfangen, weil das so surreal ist. Punkt eins. Unsere Süßwasserquelle ist versiegt, weil es eine Rückspülung durchs Meer gab. Okay, was macht man? Man geht durch eine krasse, wahrscheinlich Sturmflut. Ja, das war eine Sturmflut oder einfach der höchste Punkt. Die Bilder sprechen für sich. Wir haben halt gezeigt, wie der Strand aussah, als wäre einfach ein anderer Planet. Was macht man dann? Man läuft den Fluss auf, also den Fluss stromaufwärts. Strom ist schon mal Quatsch, weil wir hatten drückendes Wasser vom Meer aus. Was man deutlich gesehen hat. Bis zu dem Punkt, wo wir gedacht haben, okay, hier fließt jetzt wieder irgendwie Süßwasser zu. Haben wir getestet. Salzig. Keine Fische. Keine Fische. Kein Leben. Kein Leben. Null. Gar nichts. Also wir schätzen mal ungefähr, dass wir so einen Kilometer drin waren. Wir waren echt lang unterwegs. Ja. Selbst da immer noch salzig. Dann habe ich diese Boje gefunden, die wirklich von der Wasseroberfläche bis zur Boje nochmal fast einen Meter waren. Ich würde die hier rüber drehen, weil das Licht... Ja. Das machen wir so rum. Ja. Dann müssen wir aber die auch wechseln. Ja, deutlich besser. Das heißt, dass das wahrscheinlich ultra weit bis, keine Ahnung, wo zum Ende hin, einfach komplett mit Salz auf voll ist. Wir haben zig Landmarks gesehen, wo Streams, wo Quellen reingehen. Ja. Alle versiegt. Nichts. Alle trocken. Alle, ja. Wir haben Treibhölzer gefunden, die selbst noch nach, keine Ahnung, einem Kilometer drin irgendwo auf einer Höhe waren, wo du sagst, Alter, gefühlt ist hier eine Sturmflut reingegangen. Heute Nacht oder auch andermal. Keine Ahnung. Aber wir waren extrem tief drin und die eigentliche Hauptwasserquelle, die wir genutzt haben, ist nicht nutzbar. Ja. Der Punkt ist halt, wenn es regnen, also wenn es wirklich regnen würde, was das hier nicht war. Weil wir, also erst haben wir gedacht, es regnet. Ja. Aber es ist nur die Gicht gewesen, die in den Bäumen kondensiert und hier rauf getroffen ist. Das, was ja salzig ist, was wir ja aufgefangen haben und was man nicht trinken kann. Was ja bedeutet, dass es im Landesinneren nicht geregnet hat. Ja. Das heißt also, woher sollen auch die Streams gefüllt werden? Genau. Also es findet keine Rückspülung statt, weil nicht genug Wasser, Regenwasser, Süßwasser drückt und das Meerwasser wieder rausspült. Genau. Und das ist das Problem. Und darum ist da auch nicht ein Fischen. Wenn du einen findest, ist es gut. Die Sturmflut hat es reingetrieben, aber es regnet nicht, um das wieder rauszutreiben. Ja, das war deutlich festgestellt. Dann haben wir auch gesehen, dass wir mit der Flane versucht haben, das Ganze aufzufangen später. Salzig. Ich habe versucht Moos auszudrücken, kam nichts raus. Nicht mal ein Tropfen. Woher auch? Wir, in der Zeit, in der wir jetzt hier sind, sind wir den Spot, am Strand, ihr habt es mitbekommen auch in den letzten Tagen, in beide Richtungen komplett abgelaufen, bis zu der Grenze, zu der wir uns überhaupt bewegen dürfen. Weil wir haben, ihr wisst es, eine stationäre Geschichte. Wir sind, wir haben eine Küsten, von ungefähr zwei, zweieinhalb Kilometer sind wir zu Fuß abgelaufen. Haben immer geguckt, ob irgendwo noch was anderes rauskommt. Kommt nichts raus. Selbst wenn da was rauskommen würde, wäre da ja genau das gleiche Problem. Und wir konnten von der Kante vorne, wo wir die Tidebecken gestern gesehen haben. Auch nochmal. Einen Strandabschritt abgucken, der ähnlich ist wie unserer, der auch nochmal zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Kilometer ist, wo auch nichts rauskommt. Und wie gesagt, selbst wenn, geht da genau das Wasser rein. Ja, also das Hauptproblem ist glaube ich, dass wir hier, also A, wir hatten super abpackt Pech in dieser Sturmblut, weil wir hatten eine Süßwasserquelle. Die hätte ja auch später oder gar nicht kommen. Hätte funktionieren können. Ja. Das Problem ist, wir sind an dieser Nordseite zum Pazifik, der hier halt komplett die ganze, der haut hier alles Salz rein, komplett das ganze Gebiet, in dem wir uns eigentlich überhaupt bewegen können. Und dann war quasi die letzte Option, wo wir gesagt haben, ey, pass auf, wir kämpfen uns hier ins Landesinnere, durch unseren Wald hier nochmal durch, durchs Gestrüpp hindurch und sind dann irgendwann nach... 500 Meter waren das locker, ein halber Kilometer. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Und sind dann in diesem Moorland gekommen, wo wir das erste klassische Süßwasser gefunden haben am heutigen Tage. Ja. Das, Martin, extrem säurig geschmeckt hat. Nachdem es durch den Filter war, hat es trotzdem immer noch diesen Säuregehalt. Ja. Wo ich dachte so, das ist nicht gut. Es ist ein stehendes Gewässer, in einem Moor drin. Es hat nicht geregnet. Du hast richtig gesehen, wie das immer weniger wurde. Weißt du, was da drin los ist? Das ist hier drin, dumm. Ich habe ungefähr 150 Milliliter getrunken und ich merke es in meinem Magen grummeln. So, wo ich einfach merke, ey, wenn ich mir von diesem Moorplürwasser selbst durch ein Wasserfilter, das ist auch kein Wunderheiler. Wenn ich mir da jetzt 2,5 Liter reinknalle, da kann ich... So. Ich weiß genau, was dann passiert. Und... Dann scheiß mir so blöd. Wir haben gerade abschließend, nachdem wir das alles nochmal durchgesprochen haben, wir haben euch das jetzt auch alles nochmal erklärt, haben wir überlegt, wenn wir jetzt einer echten, echten... Wenn es jetzt um Leben und Tod gehen würde, was würden wir machen? Würden wir jetzt hier hinsetzen und sterben? Nein. Oder was wäre die letzte Option? Und tatsächlich haben wir gesagt, die letzte Option, die wir machen würden... Ist den Ort verlassen. Ist diesen Ort zu verlassen und einfach an der Küste, weil das ist die einzige Möglichkeit, wo du dich halbwegs bewegen kannst, wo sich auch die Wölfe und so weiter bewegen, immer weiter laufen, 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 bis du vielleicht sogar die Insel umrundest oder in den Fjord reinkommst. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Frontseite zum Pazifik halt hier komplett diese Salzlache rein spült. Aber wenn du auf der anderen Seite bist, wie hoffentlich auch einige Kandidaten, dass die da gar kein Problem haben. Weil das da nicht reindrückt auf der Rückseite, weil die halt einen geschützten Bereich haben. Ähm. Genau. Und diese Option wäre quasi die letzte mögliche, um irgendwas noch zu versuchen. Aber die können wir nicht machen, weil wir stationär sind. Nicht durf. Und wir uns auch gesagt wurden, ey, ihr dürft maximal bis dahin und dahin. Und wir waren ja schon, wir waren an beiden Grenzen und haben von da aus nochmal weiter geguckt. Selbst da verändert sich's nicht. Ja. Ähm. Was jetzt? Selbst wie gesagt, selbst wenn man noch weiter gehen dürfte und man auf der Nordseite oder auf der Frontseite bleiben, haben wir auch gesagt, spürt sich ja trotzdem die Flut alles wieder rein. Ja, wir müssten so lange laufen, dass wir auf die andere Seite der Insel kommen. Ja. Ja, 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 klar. Und der Punkt ist, wir laufen jetzt in ein Stadium rein, wo wir 24 Stunden lang kein Wasser hatten. Also ich definitiv. So. Man merkt erste Erscheinungen. Und wir haben auch gesagt, natürlich könnte man jetzt einfach sagen, wir setzen das jetzt hier aus. Wir legen uns jetzt nochmal pennen. Aber es ergibt ja keinen Sinn. Also weil wir... Also es entsteht dadurch nur ein Risiko. Eine Abwehrspirale. Ja. Es entsteht ein Risiko für Verletzungen. Auch für Verletzungen die, die uns hier rausholen müssen, weil wir hatten es heute und auch... Ja, ihr habt's gesehen. Ihr habt's in der Aufnahmen gesehen. Niemand hätte uns hier rausholen können. Heute Morgen keine Chance. Kein Boot der Welt, kein Hubschrauber, nichts hätte uns hier rausholen können. Also wäre es halt dumm zu sagen, wir setzen das aus, nur um zu sagen, okay, wir schlafen mal noch eine Nacht hier. Und aber morgen, dann passieren uns morgen Fehler. Und der Punkt ist, wir sind... Zwei Sachen. Wir sind jetzt in einem Stadium, wo wir keinerlei Option mehr sehen. Ja. Wo wir der Meinung sind, alles ausprobiert zu haben, bis ins letzte Detail. Ja. Eine Sache, die von der Theorie noch existiert, ist, Salzwasser zu destillieren. Ja. Ist ein ganz, ganz anderes Thema. Du brauchst erstmal irgendwelche Sachen, die nicht nach völlig verrost sind nach Schweröl mit... Hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt ist dann das Problem, du kriegst super wenig raus, ein paar hundert Milliliter vielleicht. Und es hat keine Mineralien. Destilliertes Wasser ist für den Organismus total beschissen. Ja. Ist kontraproduktiv. Und wir haben es auch... Also ich habe es auch schon mal ausprobiert. Ich weiß, was man dafür braucht. Aber das ist halt, was da am Ende rauskommt. Die Energie, die du aufwendest, um das dann da raus zu... Und dann noch ohne Mineralien, ist halt einfach nur so ein wunderschönes Märchen. So eine Theorie, aber für uns faktisch nicht nachvoll. Und wir haben auch kein Gefäß. Also wir haben kein Kochgefäß. Ja, könnte man was suchen. Aber das, was wir gesehen haben, waren irgendwelche Ölfässer, völlig verrostete Sachen, wo du sagst, ey, da hau ich mir aber gleich komplett... Ja, dann... Komplett einen weg. Der Punkt ist auch, da haben wir auch nochmal drüber nachgedacht, ob sich morgen etwas ändern würde. Genau. Wenn wir sagen, pass auf, wir setzen das jetzt aus, wir gehen schlafen, morgen neuer Tag. Was würden wir dann machen? Und die einzige Chance, die wir haben, wäre, dass sich die Situation vorne an dem Gewässer verändert. Was faktisch... Faktisch komplett unrealistisch ist, weil einfach nichts durchspült. Genau. So. Und, ähm... Ein letzter Punkt noch, sorry für diesen riesen Vortrag, aber damit ihr das vielleicht versteht. Ein letzter Punkt. Essen kannst du mal mehrere Tage aussitzen. Ja, easy. Frieren kannst du dich hier in den Schlafsack reinhauen. Aber Flüssigkeit für deinen Organismus, für deinen Körper ist nach mehreren, oder wenn du in die Rehydration reinkommst, wird's schon scheiße. Jeder kennt's. Wenn du mal vergessen hast zu trinken, du kriegst Kopfschmerzen, wir haben keine Option, keine Aussicht auf irgendeine Besserung. Keine Chance. Ja, genau. Es ändert sich nichts. Es wird sich nichts ändern. Und da haben wir jetzt in Ruhe und sachlich eine Stunde am Meer darüber gesprochen, haben uns Gedanken darüber gemacht, sind alles nochmal durchgegangen, haben die ganzen Gedanken gerade mit euch geteilt. Und so scheiße sich das anfühlt und ich nicht drauf klarkomme, aber das war's. Also wir saßen da vorne, wir haben gerade ewig überlegt, was können wir machen. Lohnt es sich nochmal länger zu warten? Haben wir irgendeine Option übersehen? Das ist jetzt kein... Also wir sind seit heute Morgen. Ja? Und wenn ich mir die Sonne angucke, haben wir es jetzt Mittag, Nachmittag, keine Ahnung. Verständlich so. Äh... Ja, sind wir ja... Also ich weiß nicht, keine Ahnung, wir fehlen jetzt auch lang diese Worte. So. Ich will euch auch nicht elendig zuschwapeln. Ja, da hilft alles hin und her, diskutiere nicht. Am Ende ist das lebenswichtigste Teil... Es ist das, wovor ich in Panama die größte Sorge hatte. Wasser. Krass. Und hier... Und da, wo du in Kanada, wo jeder denkt, das geht nicht, du kannst ja nicht verdursten. Ja. Kriegst du, kommst du an keine Süßwasserquelle ran. Ja. Weil das Meer hier so dominant ist auf der Seite. Wie gesagt, ich sag dir ganz ehrlich, würden wir in so einem Lauf und würden auf die andere Seite kommen, hätten wir das Problem nicht. Ja, das hilft. Und das dürfen wir halt nicht. Ich bin gespannt. Ihr werdet jetzt gerade quasi live sehen in der Serie. Ja. Wie es den anderen geht auf der anderen Seite. Ich predikte, dass die da... Dass die all diese Geschichten, die wir hier haben, überhaupt gar nicht haben. Vielleicht wird es ein anderes Team geben, das auch noch auf der Nordseite ist. Würde ich mir wünschen, dass man mal sieht, wir haben dies gemacht. Was haben die für Probleme. Ja. Ja. Danke war. Wenn wir jetzt sagen, wir pennen noch eine Nacht, dass wir das noch ein bisschen rauszögern, ist Ego-Geficke im Sinne von, wir haben noch eine Zahl mehr. Ja. Es ist aber... Ja, aber weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, manchmal muss man den logischen Verstand einsetzen und ich sag dir, wir werden zum Risiko. Und das ist halt, was ich... Am Ende will ich nicht, dass es irgendeiner hier sich durchschlagen muss und mich mit der Trage rausholen muss, weil ich morgen früh nicht mehr in der Lage bin, überhaupt noch klar zu denken. Weil das führt zu einer Verschlechterung der Situation für alle. Und das ist dann lieber logisch. Ja, und ehrlich, ich hab gesagt, dieser Survival-Setzversuch startet genau jetzt und denk mir so, ja, scheiße. Also... Life is a learning. Life is a learning. Ich weiß genau, was... Ich weiß nicht, ob ich gerade Paranoia habe, aber ich hab gerade einen Helikopter gehört. Vielleicht krieg ich jetzt schon Paranoia, aber irgendwie hab ich gerade so einen Bummern wahrgenommen. Ja, das hatte ich gestern Abend, das sind die Wellen. Ja, sorry, ich hab gerade gesagt, live is a learning, live is a lesson. Ja, aber abschließend können wir doch nur sagen... So, weil ich meine, ich liebe an dieser Fressel mal raus. Nein. Nein, aber... So dumm das klingt, aber... Ich will's halt nicht wahrhaben, weißt du? Das ist das Problem. Wir drücken uns seit Stunden davor... Fünf Stunden oder so. Und probieren alles, was in unserer Macht steht, aber nichts davon funktioniert. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also... Wir drehen uns im Kreis. Ja, wir drehen uns komplett im Kreis und verhaspeln uns hier auch, aber es sind nicht unsere Gedanken. Selbst wenn jetzt wieder diese Wolken-Regen-Situation kommt, ändert das Ganze nichts, weil... Schlechtwetter, Wolke hängt da drin, starke See, Gischt kommt hier rein, es ist einfach Salzwasser. Ja. Oder es ist 50% Salzwasser, 50% Regenwasser. Ist... Nicht gut. Macht nie richtig kaputt. Und... Ich merke für mich jetzt... Dieses habe ich noch nicht gesagt. Ich merke die ganze Zeit, dass meine Lippen und meine Zunge und mein Mundraum salzig ist. Ja, danke. Es ist alles salzig. Aber nur hier die ganze Zeit? Ja, und von dem, was wir probiert haben, von dem, was hier rankommt... Es ist alles pappig, es ist alles salzig. Du weißt, wie es ist. Ich habe... Also ich verspüre so einen unendlichen Durst durch dieses ständige... Dass du halt dieses Salz in der Fresse hast. Wird's gut. Krass, ne? Es ist so surreal gerade. Ja, das glaube ich so. Es ist so surreal, sich jetzt dazu zu entscheiden, wegen der... Wegen der Sache jetzt... Ja, keine Ahnung. Aber man fühlt sich halt machtlos, weißt du? Wenn du sagst, ey, ich hab... Vom Kopf her, ist grad schwierig. Aber... Wasser. Klares. Frisches. Süßwasser. Wo bist du? Es ist nicht da. Und ich glaube, wir müssen uns an der Stelle einfach eingestehen... Das geht nicht. Ja, die einzige Option, die uns bleibt, die dürfen wir nicht. Ja, genau. Die einzige Option, die wäre, Insel komplett umlaufen. Ob wir das schaffen würden, wäre eine ganz andere Geschichte. Aber wir würden es versuchen. Aber man würde es probieren. Aber es ist eine Sache, die wir nicht machen dürfen und können. Ja, leider. Ich find's schade. Ja. Das ist, wo das ist. Ja, drücken jetzt, oder was? Ja, klar. Aber was... Was wollen wir denn machen? Ich kann eigentlich einen Knopf drücken, Alter. Dann... Ich kann euch jetzt nicht einfach sagen... Ist ja nicht so, als hätten wir da schon vor einer Stunde gehabt, diese Situation. Nur ohne Kamera. Und da sind wir wieder. Soll ich ihn einfach drücken? Wenn, dann drücken wir ihn beide. Okay. Ja. Find ich gut, komm. Wenn du mit deinem... Dass zwei kurz rausgehen. Ja, klar. Entschuldigung. Ja, komm. Was... Also... Aber weißt du... Ich will doch abschließen... Es fühlt sich so an, als würde man so... Versagen. Ja, als würde man aufgeben. Genau. Aber weißt du was? Ich will das nochmal... Das haben wir vorhin gefunden. Den Gedanken habe ich gehabt. Das hier zeigt ganz deutlich die wahre Natur. Weißt du, wir reden immer alle davon. Ja, und wenn er da ist und wenn er jen ist und so weiter. Aber ihr merkt ja gerade, was passiert, wenn einer der wichtigsten Punkte weggeht. Wie schnell es dazu kommt, dass Leute... Und darum sterben auch Leute in solchen Situationen. Und darum kommt es auch immer wieder zu diesen Situationen. Also... Das ist halt... Die Natur ist halt unkontrollierbar. Genau. Die Natur ist halt mächtig und du bist halt einfach nur so ein fucking Spielball. Und die Natur hat in dem Fall einfach entschieden. Ja. Heute nein. Leider nicht. Genau. Das ist das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Das ist deswegen... Deswegen bin ich an so einem komischen Punkt gerade, wo ich denke... Ja, aber guck mal, das ist das, was ich auch immer sage. Was würde man in einer echten Situation jetzt tun? Man würde einfach gehen. Und zwar so lange, bis etwas geht. Und wenn dabei immer noch nichts dabei rauskommt, okay, dann ist dieser Prozess da, dass du langsam verreckst. Aber du würdest nichts unversucht lassen. Du würdest immer weiterlaufen, bis du die Insel umqueren kannst. Und laufen kannst. Am liebsten würde ich es tun. Sag ganz ehrlich, am liebsten würde ich loslaufen. Ja, ich war gerade mit dem Gedanken, wo ich sage, komm, wir packen so ein Zeug und laufen los. Ja. Aber... Ja, dann sehen wir die anderen irgendwann wahrscheinlich so. Ja, das ist halt auch Bullshit. Und dann gibt es halt nur Stress. Komm. Es gefährdet auch die Rettungskette. Exakt. Komm. Ich finde, das ist jetzt einfach mal so ein Moment, wo man, sag ich verstanden, walten lassen sollte und... Boah, ist das komisch. Ich muss die ganze Zeit grinsen. Ich habe so ein Kloß im Hals. Ich muss die ganze Zeit grinsen, weil das so surreal für mich ist. Weil das... Was muss ich denn hier drücken? Nachricht senden? Ne, check in. Check in. Und dann? Runter. Check in 2 ist gelb. Mann, ich kann das nicht! Kann euch nicht Geld drücken, Alter! Das geht doch nicht! Dann lass uns loslaufen. Alter, seit über Stunden hinweg drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis. Und soll mal die scheiß Salzkruste aus meinem Maul rausrotzen! Ich würde jetzt echt gerne mal einen Schluck trinken. Haben nix. Ich krieg gleich die Psychose, Martin. Ja, was soll ich denn machen? Es fühlt sich so an, als würde ich ein Suizid bestätigen. Ja, ich weiß es nicht. Szenario-technisch bestätigen wir gerade hier unseren Tod. Ich weiß. Ja, ist krass, ne? Es ist so. Ja, faktisch ist es so. Rein vom Szenario ist das der Knopf für wir geben auf, das war's, wir sterben. Ja. Ja. Aber rein vom logischen Verstand her... Ist es nicht so. Ne, rein vom logischen Verstand her ist es so, gut, wenn wir es jetzt nicht machen... Dann machen wir es morgen. Dann machen wir es in drei Stunden oder morgen früh. Ja, ja, genau. Weil wir keine... Wir haben alles probiert, was in unserer persönlichen Macht stand, was wir kennen, was es für Techniken gibt, was es für Optionen gibt unter dem Regelwerk und was die Natur uns gibt. 3, 2, 1, okay, senden. Okay, trotzdem senden. Scheiße. Sorry, dass ich grinse, vielleicht kommt das falsch rüber, aber das ist... Übersprungshandlung für mich. Ja, das ist so... Das ist dieses Typische, wo Leute sagen, wie kann man in so einer Situation jetzt plötzlich so kommen schrinsen, aber das ist so... Das ist so unfair für mich und das fuckt mich so ab. Boah, ich kriege das ganz aus. Mir ist kotzt übel. Es ist noch nicht raus. Wenn es schiebt, ist es raus. Das kannst du gern erzählen, Alter. Ich bin nicht raus. Das ist ekelhaft, echt. Wie lange läuft denn die Aufnahme schon? Ey, wir sind seit 20 Minuten am Philosophieren, Alter. Seit 20 Minuten, das könnt ihr niemals alles reinsteigen. Ja, das ist... Nee, das ist... Nee, das ist... Das ist ganz witzig. Das ist ein ekelhaftes Gefühl. Hier, wir kriegen jetzt hier richtig wie so ein Kloß. Ich finde es ein bisschen an wie Prüfungsstoff. Aber es zeigt nochmal, wie krass entscheidend der Spot ist. Deine ist raus, glaube ich. Das heißt, ich brich meine jetzt ab. Spaß. Emotional als Start-A-Bahn-Fahrt, ey. Ja, Tag 3. Das fühlt sich echt so an, als würde man aufgeben, ne? Ich habe das Gefühl, ich müsste mich bei dir entschuldigen. Wieso du, hä? Nein, aber so fühlt sich das gerade an, weil... Keine Ahnung. Weil meine zuerst raus ist. Ach so, ja. Meine will nicht raus. Meine kämpft noch. Der Punkt, was man auch dazu sagen muss, es ist ja jetzt nicht ein Projekt, wo man sagt, pass auf, ich habe da mal eine Idee, Martin. Ja. Komm mal zu mir, wir testen mal was aus. Ja. Und dann merkst du so, oh, das hat nicht funktioniert. Ja. Sondern das ist halt... Schöne Größe jetzt sind beide raus. Es ist halt... Ja, du bist um die halbe Welt geflogen. Das ist ein Projekt, auf das du dich zig... Und das du dich lange vorbereitet hast. Weißt du, was auch das harte ist? Sorry, dass ich das Thema jetzt aufmache. Aber wir haben... Ich weiß nicht, ob es on-camera war, aber wir haben darüber gesprochen, dass wir das Ganze jetzt seit 10 Jahren machen. So seit 12 Jahren. Und du hast gesagt, dass es die fucking Abschlussprüfung ist. Und die abschließliche Abschlussprüfung endet an Tag 3. Komplett reingeschissen. Alter Schalter. Schwierig. Das ist krass. Für mich fühlt es sich unreal an. Ich realisiere das noch nicht. Ja. Also ich hätte mit allem gerechnet. Ja, aber nicht damit. Also nicht damit. Wir haben auch nochmal drüber nachgedacht. So Staffel 1, Staffel 2 oder auch diverse andere Formate, die es so gibt, die wir ja auch alle irgendwie gucken und enjoyen. Da gab es nie den Punkt, dass jemand wegen Wassermangel raus ist, ne? Noch nie, ja. Und die Märchrede wird nochmal noch pappiger. Aber ja, was willst du jetzt machen? Was willst du tun? Ja. Ja. Ich würde hier weggehen. Ja, ja. Aber das können wir nicht. Und wir haben unseren kompletten Raum, alles an Möglichkeiten ab. Wir waren zigmal, haben wir uns versucht hier reinzuschlagen. Beide Uferseiten bis ans Ende. Von den Uferseiten nochmal weitergeguckt. Den Stream rein. Wir haben uns halbnackig gemacht. Wir sind Kilometer in den Links rein. Wir haben andere Techniken. Wir haben Seiten-Streams ausprobiert. Wir haben Moos ausprobiert. Wir haben uns hier durchgeschlagen, komplett ist dickig in eine offene Stelle. Haben da nochmal Sachen ausprobiert. Wir haben Regenwasser gesammelt. Digga, also mehr geht nicht. Was noch? Mehr geht nicht. Ja, die letzte Option ist ja dann immer, dass man geht. Da schießt man, man macht sich auf den Weg. Es geht nicht mehr. Was? Dann sehe ich schon. Die Leute kommen wieder. Nimm deine Plastifolie. Mach da Blätter. Ja, komm. Das habe ich alles ausprobiert. Das ist halt, was da rauskommt, ist halt ein Witz. Ja, du hast dann halt irgendwie 20 Milliliter. Du brauchst hier in der Situation haben wir gemerkt, jeder, also das war nur entspannt, zwei Liter jeder. Wir haben mehr sogar. Zweieinhalb, drei Liter haben wir fast sehr gezündet. Und ich hätte ja noch mehr trinken können. Gerade nachts oder abends habe ich gemerkt, so. Ja, gut Leute, die Codes sind raus. Wir machen jetzt mal die Kameras aus und warten, was hier passiert. Wann wir rausgeholt werden. Ja. Ja, tschüss. Okay, wir haben gerade eine Nachricht bekommen. Wir sollen das Satellitentelefon einschalten. Satellitentelefon einschalten. Die Frage ist, ob wieder Ohming-Iming-Lautstärke. Ach so, hier ist das Walkie-Talkie drin. Ach nee, schön. Scheiße hier. Das ist... Nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Ja. Aufdrücken, hochklappen. Das ist der SOS-Knopf. Aufklappen? Das ist der SOS-Knopf. Ist das irre? Nein, das ist der... Dann ist der Knopf, wo du halt... Nein, du musst das Ding anstellen. Kannst du nicht den SOS-Knopf drücken? Ja, mach doch. Ja, ich habe den ganz normal angemacht. Ach so, den habe ich nicht gesehen? Im Briefing nicht aufgepasst. Doch, aber ich dachte, er hat da drauf gedrückt. Nee, das ist der SOS-Knopf. Da ist Direkt-Alarm. Das ist Code Red. Ach so. Da drauf gedrückt. Okay, sorry. Sorry. Für meine emotionale... Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Lass mich das Telefon einschalten. Soll ich antworten oder jetzt anrufen? Nein, ich würde die Leitstelle einfach anrufen. Dann sehe ich Schubert. Einfach nach unten drücken, dann sollte man rein zurück. Neben Menü. My Phone Book. Genau, der Hörstelle 1, 2, 3. Ja, 1 etwa, oder? Oder wen? Das waren die Ärzte. Ja. Ja, da sind viele Drei ab. Ja. Ja. Okay, da geht keiner ran. Ich mache jetzt Leitstelle 2. Ich dachte, die sollen an Wasser denken. Es piept jetzt. Jetzt läutet es quasi. Ich glaube, vorher war der Empfang gestanden. Jetzt tut es. Der ging durch, Mailbox. New message, read now, yes? Kann nicht sein. Empfang ist hier echt beschissen. Obwohl wir frei sind. Und es ist freier Himmel. Krass, und wir sind da. Da wäre ja noch dummer. Es schwankt hin und her. Okay, ich probiere einfach nochmal. Hallo, hört ihr uns? Ja, Fritz ist hier. Ja, uns geht's. Also, Code gelb, ne? Alles entspannt. Wir sitzen hier auf dem Stamm. Aber folgende Situation. Heute Nacht gab es eine starke Sturmflut, Springflut, was auch immer. Und die ist so weit ins Landesinnere rein, über unsere Süßwasserquelle, dass wir im Umkreis von, keine Ahnung, drei Kilometern nirgendwo mehr Süßwasser haben. Wir haben den kompletten Tag bis eben, seit heute Morgen, überall probiert. Wir waren in Moorlandschaften, wir waren im Fluss drin, wir sind durch Flüsse gewartet. Es ist selbst kilometerweise im Inland drin, alles mit Salzwasser voll. Und ja, wir haben keine Option, irgendwo Süßwasser zu haben. Ja. Richtig, wir haben keinerlei Süßwasser mehr. Das heißt, wenn ihr uns rausholt, wäre gut, wenn ihr Wasser mitbringt. Wir haben jetzt fast seit 24 Stunden, ja nicht ganz, seit 18 Stunden kein Süßwasser mehr gehabt. Also kein Trinkwasser. Kurze Frage. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe gar nichts. Als wäre in dem Sturm drin. Hallo? Der ist raus schon noch. Völlig gut. Hallo? Jetzt, ja. Kommt ihr mit einem Boot? Kommt ihr mit einem Boot? Mit einem Boot? Ja, ja. Aber ihr könnt hier niemals anlanden. Hier sind drei Meter Welle. Drei Meter Welle. Wir warten hier. Ja, aber wir haben ja unsere ganze Ausrüstung. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, wir warten einfach hier auf euch. Ich verstehe nicht. Ja, ich verstehe euch ganz, ganz schlecht. Ja. 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 Ja, 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 ja. Verstanden. Wir bleiben am Strand. Ich denke jetzt auf. Alter, was passiert? Es ist so nur... Alter, keine Ahnung. Ich glaube, dass sie wollten, dass wir zu Fuß irgendwie links Richtung Strand gehen. Aber mit dem ganzen Gerödel und Zeug und... Da oder was? Nee, ich glaube links. Aber keine Ahnung. Ja. Wir warten jetzt hier. Wir lassen das Ding einfach an. Wenn nicht schreien... Ey, ganz ehrlich, dann soll einer kommen zu Fuß. Erstmal Wasser, weißt du? Ja. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt anfangen hier zu Buckeln zu machen, zu tun, dann komme ich vielleicht mit der Spitze. Ja, auch für der Windkammer. Die muss ja auch abgeholt werden. Ja. Kommt ja nicht weg. Alle Folgen. Wir sind auf dem Weg zu euch. Wir sind schon auf der Insel. Wir werden wahrscheinlich von euch aus gesehen von links kommen. Das heißt, sie sind nicht mehr weit. Ich wünsche euch, wie es euch gut geht. Ich wünsche euch, ja komm ... Was ist los Max? Du wirkst völlig fertig. Ich hab mich fertig gemacht mit dem Crotiello. In diesem Spot, in dem wir uns befinden, haben wir alles probiert, was wir konnten. Aber das einzige Süßwasser, was wir heute gefunden haben, ist eine kleine Moorfütze dort hinten, wo das Wasser komplett brackig ist und nach Säure schmeckt. Und das steht ja auch schon ewig da. Du siehst ja, wie der Spiegel immer weiter runter ging. Nee, richtige Entscheidung. Alles richtig gemacht. Leben in der Lage. Ist so. 7 vs. Wild Team Fritz und Martin Extended. 2 2 1 2 2 2